... abholen müssen. Oh shit, jetzt habe ich... Hallo auf YouTube übrigens, ne? Oh kacke, ich hoffe... Liebe Mods, könnt ihr einmal in die Stream-Notizen schreiben oder am besten in die... Oh, okay. Ähm, nee. In die, äh... Gut, in die, äh, RP-Notizen. Warte kurz, dass ich den Marker, äh, zu spät eingesetzt hab. Danke. Du bist nicht alleine, wir sind da. Okay, also Marianas Freunde und er. Oh, warte. Wäre natürlich jetzt nicht gut. Wir sind immer für dich da. Oh, jetzt ist aber wirklich noch eine. Oh Gott, ist das furchtbar, ne? Ganz schlimm, ey. Ist das süß. Das ist so cute einfach. Oh mein Gott, das muss ich mal vielleicht zurückbringen. Guck mal, ist das... Wir sind da, wir sind immer für dich da. Oh. Furchtbar, ist das schlimm, ey. Ganz, ganz schlimm, ne? Fängt ja jetzt schon gut an. Ah, ich will das heute nicht... Ich will das heute gar nicht spielen, Hilfe. So, warte. Ich muss nämlich mal mit ein bisschen Platz schaffen. So, das ist dann Mohl. Und das hier. Das hier erstmal. Der hält sie auch bei sich. Der Gutschein, den können wir auch erstmal wegpacken. Sind sie natürlich mit. Wir müssen hier, werden wir auch nochmal ein bisschen aufräumen, ne? Vor allem das, die müssen wir mal wegmachen. Können sie gleich direkt mal in den Möbeln. Äh, ist das süß. Ist das gut. Ich kann nicht mehr. Das wird heute so emotional werden. Ich stehe total unter Druck. Ich hoffe, ich mache das gut. Ähm... Ah, wir holen uns unterwegs, was zu essen. Machen wir so. Erst die Gruppenabarmung wird gestartet. Oh, ihr seid so süß. Oh, gleich ist wieder Rotkohl. Wir müssen auch Garfis sagen, dass wir heute emotional nicht so ganz auf der Höhe sind, ne? Oh, mein Gott. Ja, jetzt. Oh, was soll man da aufschreiben, ne? Warte. Oh, das ist so. Ach ja, das ist ja auch. Oh, jo, 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 jo. Das wird ja furchtbar. Sekunde, die SMM schreibe ich jetzt aber mal vor. Warte. Ich mache das in der Notizfunktion. Ich kann das ja speichern. Sekunde. Hey. Ähm, hm. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein paar Minuten noch warten, ne? Hey, David. Sorry, ich habe unfassbar schlecht geschlafen. Geschlafen. Ich versuche gleich, mich schnell auf ins PD zu machen. Ich bin heute emotional etwas angeschlagen. Das ist nicht so strukturiert, wie ich das gerne hätte hier. Ich will die auch nicht irgendwie extern. Ich will das schon hier alles irgendwie nutzen. 20.21 Uhr. Ne, warte mal. Das war am 4.12. Das können wir also aufweg machen. Ich hatte das, glaube ich, irgendwo anders noch mit eingetragen. Hier. 18.30 Uhr wäre das Modul. Ja. Mit González ein Gespräch um 21 Uhr. Und wir müssen noch Blanche schreiben. Blanche. Um 21 Uhr. Hey, es tut mir leid, dass es gestern nicht mehr klappte. Ich bin nach einem Außentermin quasi direkt ins Bett gefallen. Gestern war vieles auch sehr aufwühlend. Ich hoffe, wir holen das definitiv nach. Ich fahre mal zum Up-to-Date und gucke mal, ob die trotzdem vielleicht schon. Wir müssen da was abholen. Aber wir haben es noch nicht bezahlt. Deswegen werden wir mal kurz mal Automaten und mal Stopp machen. Wenn um 21 Uhr der Termin erst ist, dann können wir vielleicht jetzt gleich schnell rein. Oh, da war der Mülleimer. Ich muss auch noch was in den Müll bringen. Moment. Oh ja, mit den... Oh mein Gott. Mit den Herrn Mozzarella einen Termin alleine, ne? Ariane wird danach ausreisen müssen. Leider so. Da war auch eine Mülltonne, aber die ist auf der anderen Seite. Wüsste noch, als wir ganz alleine waren? Ich glaube, das war der erste Jahrestag, ne? Und dann irgendwie Leute vor Ariane abgehauen. Das war ganz komisch. Und sie so, hallo. Und die fahren einfach wie im Fahrrad weg. So, okay, alles klar. Hätte sie Geburtstag gehabt an dem Tag, hätte sie noch gesagt. Aber heute Geburtstag. Irgendwie sowas. Ich muss meine Stimme jetzt auch ein bisschen ölen heute. Ich muss ja heute ein bisschen niedergestandener reden. Ja. Wo wollte ich denn nochmal hin? Äh, scheiße. Up to date, genau. Oh, es zieht mich sowieso mal gestatt hin. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich heute dann einfach so rede. Boah. Das hört sich Chini Manini an, Baby. Babygirl. Babygirl. Das hat sie nicht gedacht. Das hat sie nicht gedacht. Ich muss schon wieder pinken gleich, ne? Tschüss, Fee. Mach's gut. Auf zum Up to Date. Ich habe gerade verpeilt, wo es ist. Warte mal. Ich glaube, hier lang. Ja... Moment. Und dann hier gleich... Ne, auch nicht. Oh nein. Aber Jan ist richtig verwirrt heute. Ich weiß nicht mehr, wo es Up to Date ist. Oh, doch, weil es sowohl. Okay, der geht's gut. Der geht's gut. Alles gut. Die Hoffnung war gerade noch verloren, aber... Es zieht sie weiterhin magisch an. Weil jetzt dachte ich wirklich, okay, jetzt müssen wir ausreisen. Es ist passiert. Auch nach Cindy. Cindy, schon. Da sind schon Leute drinnen, ne? Die Hoffnung war gerade noch nicht mehr, wenn wir ausreisen. Die Hoffnung war gerade noch nicht mehr, wenn wir ausreisen. Wissen Sie, ob die schon geöffnet haben? Äh, nee. Ah, okay. Dann schaffe ich... Achso, okay. Dann probiere ich mal. Okay. Gut, haben sie noch nicht. Dann schaue ich mal kurz, dass ich Geld abruhde. Ich weiß nicht, wieso ich ihnen das gesorgt habe. Ich rede einfach nur so vor mich hin. Ich habe es dann vielleicht auch, mich ein bisschen verheulern zu hören, weil ich vielleicht gerade ein bisschen geweint habe. Aber da kann ich nicht die ganze Zeit reden. Nein, das wäre ein bisschen noch zu over. Das wäre zu over. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz mal Geld abholen. Boah, ich muss pinkeln. Ich hasse alles. Entschuldigung, Leute. Ich will heute eigentlich gar nicht so wirklich viel mit den Tieren drehen, muss ich tatsächlich sagen. Also noch weniger als sonst. Ist das hier? Nee. Bitte einmal die Autos wegfahren. Bitte einmal hier wegfahren. Da kommt gleich ein großer Lkw von Rainy. Sie können gerne da an der Seite parken. Das ist ein bisschen besser, sonst kommt ihr hier nicht rein. Okay, dann packe ich mal an. Schönen Abend noch. Oh mein Gott. Oh, meine schwarzen Ohren. Oh, meine schwarzen Ohren. Das mache ich später. Okay. Meine schwarzen Katzenohren hier. Wow, jetzt habe ich es doppelt. Yay. Erinnerung. Fantastisch. Super. Popo. Ist das okay bei dir? Aber bis später. Okay, bis später. Okay, bis später. Okay, bis später. Wir können die klar, also wir sollen eine E-Mail schicken an die CSI, State Police, bla bla bla, Account, Crime, für Sachen, die wir damals in der Bank ablegen mussten. Was für Sachen das war, äh, was für Sachen das waren. Und wir kriegen die wahrscheinlich wieder, ist der Tulip schon weg? Was? Was? Achso. Der Tulip ist schon weg, ja. Nochmal sicherheitshalber nochmal 100 ab, zur Sicherheit. Ja, ich weiß sogar Ihren Namen. Wie geht? Nee. Ihren richtigen Namen. Ja, das hat sie mir auch gesagt, um es hat schon gewachsen. Caroline? Jane? Ja, genau, genau. Ja, genau, genau. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oops, sorry. Das ist gut. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Amen. Warte, ich muss die Musik heute die ganze Zeit anlassen, damit wir irgendwie einigermaßen in Stimmung bleiben. Das tut mir wirklich voll leid, ne? Sorry. 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 Hallo, kann ich helfen? Oh ja, ich hatte was bestellt. Ich wollte es nur anprobieren und eventuell kaufen. Ja klar, gar kein Problem. Sie können gerne schon reinkommen. Dankeschön. Auf welchen Namen war denn das bestellt? Ariane Barnes. Wollen Sie einmal den Ausweis für mich? Natürlich. Ja, bitteschön. Dankeschön. Gut, ich gehe mal hinten gucken. Danke. Kann ich mich ein bisschen umschauen? Ja, na klar. Aber ich kann es doch machen, wenn Sie wieder da sind, zur Sicherheit. Wie Sie möchten. Wir haben heute tatsächlich sowieso geöffnet. Ja, das hätte ich gerade auf Venture gelesen. Aber nee, ich warte lieber, bis Sie wieder da sind. Okay. 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 Das war so schnell hintereinander, das müsste eigentlich sogar Jo sein jetzt. oder halt Maria. Oh, warte. Ja, war ich da. Das alles Gute verdient, weil du eine wunderbare Frau bist. Du wirst mich nie verlieren. Du wirst mein Herz eingezogen, wie ich in deines. Du kriegen das beide zusammen hin, das Gute anzunehmen. Ich bin heute für dich da und stehe zu deiner Seite. Die beiden Kleider, waren das richtig? Genau. Okay, dann gebe ich Ihnen die schon einmal. Können Sie dann sehr gerne mit Ihrem Kleider anprobieren? Okay, super, danke schön. Bitte schön. Danach kann ich noch ein bisschen bummeln hier? Ja, na klar, gar kein Problem. Okay, super, danke schön. Gerne, gerne. So, wir hatten das Kleid tatsächlich schon mal, aber ich möchte eins davon definitiv haben, weil wir haben es damals halt weggegeben, aber es ist halt für den Winter sehr schön. Moment. Ah ja, ne? So. Okay. Ah, da. Das müssen wir erstmal hier reinpacken, in die Kartrube. Oh, in ganz schwarz ist ja okay. In ganz schwarz ist natürlich auch sehr nice. Ja, 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 ich glaube, da wird es sogar, oder? Obwohl, ach scheiße. Hm. Also, die gibt es da auch noch in weiß. Aber irgendwie bei den Ringeldingen bin ich mir gerade unsicher. Muss ich tatsächlich sagen. Das ist cool, auch. Es tut auch etwas immer mir Herzen. Aber irgendwie ist es nicht... Es wird wohl, wenn dann eher ein weißes Oberteil werden. Wir gucken gleich wie eine Nachricht, Leute. Wir nehmen das Schwarze auf jeden Fall. Okay. So, das Schwarze würde ich schon mal mitnehmen. Wir haben beide wieder. Das Geringelte würde ich erstmal nicht nehmen. Ja, gar kein Problem. Okay. Dann gehe ich mich ganz kurz mal bei den Schuhen und bei den Jacken nochmal umschauen. Na klar. Okay, danke. Okay. Ähm. dann gucken wir jetzt mal weissendlich schwarze Schuhe ja die also die sind schon besser als nee, irgendwie sind die zu klobig I don't know bitte, haben wir die hier komplett in schwarz vielleicht ach, das sind die, die wir haben okay, die sind schwarz-weiß das sind die, die wir jetzt gerade anhatten okay oh, nee, oder? warte, jetzt gucke ich mal ganz kurz ach, ja ja hm die sind mir aber auch noch nicht schwarz genug muss ich tatsächlich sagen also es wäre für den Winter wäre es irgendwie schon ganz nice das hier ach, das sind solche nee nope gucken wir uns das kurz an oh, die werden aber nice und schwarz tatsächlich, aber schade schwarz-rot, weiß-schwarz, schwarz-weiß schwarz-weiß oh, cool aber passt auch nicht zu Ariane beige oh ah, scheiße also schon kacke mit den boah, die sind ja nice schwarz die sind schon sehr nice schwarz oh, Junge boah, ich muss mal kurz gucken, wie die anderen alle aussehen oh also ich muss natürlich das Rote nennen, ne oh, oh, mein Gott die gucken wir kurz an, warte ah, warte, die passen die Klamotten zu haben aber die sind sehr, sehr schön, ne oh, sehr nice Nietenlederstiefel so, auch wieder mit Absatz ich kriege keinen Absatz mehr, Ariane ich kriege keinen Absatz mehr ah, schwarze Winterboots wie schwarz oh die sind jetzt nicht hässlich, muss ich sagen aber die passen nicht so zu den Sachen, die sie hat mhm, nee nee, nee nee okay, ich gucke mir nochmal diese einen Schuh hier an aber dafür bräuchten wir halt was sind sie nicht hier noch ist halt immer ah, nee, ich weiß nicht, Leute ich weiß, ich bin sehr, sehr unschlüssig und wenn ich unschlüssig bin, dann hole ich sie nicht guck mal bei den Jacken jetzt oh, vielleicht sollten wir die Schuhe wieder anziehen das wäre natürlich auch nice ja, mit den Schuhen ist immer ein bisschen ein Problem ich glaube, wir müssen da nochmal zum Aphrodonis oder so weil ich möchte ja unbedingt jetzt ein paar Schuhe ohne Absatz für sie haben oh mein Gott, ich glaube, mit Ariane werde ich noch Entschuldigung, jetzt gerade bin ich drin wie gesagt, ich bleibe ja immer bei dir aber auch in einer Beziehung das wäre das, was Ariane eigentlich sogar sagen würde weil die das nicht checkt und muss ihr das richtig haarklein sagen die Jacke, die Ray auch hat nee, schade weil die finde ich nämlich richtig nice oh, wow aber leider nicht so schwarz mit den Haaren kannst du halt viel mehr tragen, ne ah, die war nicht schwarz genug ich finde die auch sehr schön aber die war leider nicht schwarz genug ach hm guck mal ähm, also 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 Entschuldigung habe ich die nie gesehen ich glaube, ich habe die gesehen aber immer mit anderen also das war jetzt gerade ein No-Brainer, oder? ach, scheiße die sieht ja auch voll gut aus ich glaube, wir müssen gleich nochmal Geld abholen das ist schade, dass das backt, weil ich finde das ganz cool mit den Rollkragenpulungen drunter gut äh, ja mal hier so ja, das kann halt sein ähm also ich gehe stark davon aus, weil sie meinte zu mir als sie vorne am Tresen stand hat sie zu mir gesagt hey erinnerst du dich? wir haben noch eine Rechnung offen und ich bin jetzt noch nicht so lang auf der Insel als dass ich irgendwelche Probleme hätte, weißt du? hm es irgendwie tut es halt leid, dass Gio hat auch davon abbekommen hat also sie hat mir gesagt, dass es ihr gut geht aber ist halt einfach trotz ich fühle mich dann halt einfach blöd wenn ähm ja wundervoll ist es auch ja wundervoll ist es auch lustig eben, dass die kamen vorbei und hat mich halt befragt was ja auch ne, okay ist und haben mich dann gefragt da war ein Herr und der hat mich gefragt so ja wie geht es Ihnen denn? so ja wundervoll wie soll es mir gehen? hab ne hab ne Stechwunde an der Lunge hab ein Loch in der Lunge wie geht es wundervoll? ja ne ich hab Ihnen das jetzt auch nicht übel genommen und ich sag mal so ich nehme jede Art von Ablenkung und also ich will nochmal mit ihr darüber reden und wie gesagt ich warte halt jetzt noch so 5 bis 10 Minuten ob Billy vielleicht vorbeikommt und ansonsten ich kann dieser scheiß up-to-date Klamotten nicht mehr sehen oh Moment ich glaub du warst ne Kundin du nach hinten und jetzt dann hol deine an Sachen alles klar ja du suchst den up-to-date Klamotten werd nicht abgestochen ach witzig Gott sie dramatisch haben gehört ja gestern war hier ein bisschen was los scheiße äh was war denn gestern los? hier bitteschön und ihr mein Kollege gerade eben wurde hier gestern äh abgestochen ach du scheiße weiß man von wem? ähm es gibt ne Vermutung tatsächlich ja äh das ja das war gestern alles nicht ganz so witzig da hatten wir dann den Laden auch deutlich früher geschlossen ja das ist immer blöd sowas ja würde ich meinen äh war der Laden voll sind mehrere Leute verletzt worden noch oder ähm ne also tatsächlich wirklich nur mein Kollege und eine andere Kollegin die halt wirklich noch versucht hat irgendwie da zwischen zu gehen ähm sonst es waren zum Glück sonst relativ wenig Leute hier und kein anderer wurde verletzt aber zum es haben halt viele Leute viel gesehen das war auch von Vorteil geht es Ihnen gut? ja okay bin ich beruhigt das ist äh trotzdem natürlich scheiße ich hoffe er kommt wieder absolut auf die Beine ja ich hoffe es auch ne die hat schon immer die Haare so so und nur das einfache schwarze Kleid war das ja? genau genau okay bin Sind Sie bei Schembrock Mitglied? Ja. Haben Sie Ihren Ausweis? Ja, perfekt. Perfekt. Das kurz zusammen. Wir haben das und das Kleid. Sind wir insgesamt bei 558 Dollar. Gut, da muss ich noch mal kurz zum Auto machen. Ich bin sofort wieder da. Alles klar. Bis gleich. Ich hasse mich. Ich hasse mich einfach so sehr. Ich muss da arbeiten. Ich bin sofort von転nen. Ich bin sofort of all. Wah! Das war's. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Das war irgendwie nice, aber das ist natürlich wieder ein bisschen zu krass. Dann habe ich noch das hier. Achso. Perfekt. Wow. Kim Kaya, aber ich kann's nicht sehen, weil der Ausweis nicht vor mir gezeigt wird. Hallo. Cool. Okay. So, bitte schon. Dann schönen Abend noch. Tschüss. So, hallo. Ich müsste jetzt doch noch mal wegen dem Preis fragen. Sorry. Ey, gar kein Problem. Ich hab's mir extra aufgeschrieben. Super. Das waren 558 Dollar insgesamt. Okay. 558. Machen wir so. Stimmt so. Dankeschön. Was bekommen Sie zurück? Eine Jacke schwarz, eine Jacke weiß. Achso. Achso, nee. Achso. Herzlichen Glückwunsch und guten Appetit. Ich danke dir. Ich kann dir Bier heute machen. Oh, nee. Ich geh jetzt pinkeln. Ich sitze jetzt hier mit Ariane ins Auto und geh dann pinkeln. Ich sag's euch, ey. Oh. Nee, ey. Absolut nicht. Sag's euch. Nee, 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 nee. So. Ich geh kurz pinkeln. Bis gleich. Schatz 226 Decathlon Much. Lass Cont virus. Soo. � Приge. Saut ab. Mach. Schwier Alice. Wir sind doch acht, bitte. Gervit, bitte. Saut ab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt sind wir gleich nicht mehr ganz in schwarz. Oh, heute jetzt so ein schwarzes Dingens. So ein schwarzes Hemd unter dem Sakko wäre ganz nice. Obwohl, dass ich das gestern vergessen habe, wundert mich wirklich. Da habe ich nicht nachgefuckt. Ich kann so ihre Schuhe direkt anlassen, aber das sind ja sowieso die gleichen. Mir ist doch ein bisschen unwohl irgendwie im Magen. Ich weiß nicht, warum. Entschuldigung. Das wird jetzt alles nicht gehört. Check. Doping Essen. Ich habe was gegessen, was nicht gut ist, aber das hatten wir schon. 4200S, Kryptin 30, up to date. Check, 4200S. Ich hoffe, ich habe alles. Das wäre super. Das wäre super. Vergessen einzustellen, wie der Schlimmste. Vergessen einzustellen, wie der Schlimmste. Ich bin gerade hier und betrachte dich als Mensch mit einem Problem. Dann hat sie die Situation erfasst, indem sie nachgefragt hat, was los ist und dann darauf eingegangen ist. Auch kurz nachgefragt hat, als das Gespräch weiter ging, ob es die Unklarheit ist, die ihn gerade zu dieser Krisensituation treibt, oder was anderes, um dann genauer nachzuforschen. Dann hat sie überlegt, was könnte ihnen denn helfen, hat auch dann die Kollegen mit einbezogen, danach gefragt, was es denn für Möglichkeiten gibt. Das heißt, sie hat da ihre Kollegen mit einbezogen, die er zwar nicht sprechen wollte, weil er meinte, die sehen ihn wirklich nur als Arbeit, aber hat für sich die Kollegen einbezogen, um nachzufragen, was denn möglich wäre für ihn. Und hat dann als Ansatz zur Problembewältigung quasi diesen Ausgang organisiert, dass sie spazieren gehen können und hat ihm eingelassen, ob er reden möchte, oder ob er einfach nur die frische Luft genießen möchte. Also es gab ganz kurz eine Sache, ich weiß nicht, wie dieses, ich hätte gerade Zeit für sie auf ihn wirkte, aber alles in allem war sie sehr, sehr empathisch ihm gegenüber und hat ihn auch ausreden lassen. Und auch als er gerade mal mehr geredet hat, hat sie eine längere Pause gemacht, damit er die Möglichkeit hätte, noch mehr zu sagen, falls er das gerade brauchen möchte. Also Standort, alles okay bei ihm, komm. Alles wunderbar, vielen Dank. 10.20 aktuell, ja westlich, äh, Käljus Tower, Downtown, komm. Check, Leitstelle Ende. So, jetzt bin ich auf die Mail, Check. Okay, der erste Part ist der gute, der zweite Part, da hoffe ich, dass sie sich heute noch meldet. Ja, ich werde ab und zu nachhaken und versuchen, sie anzupfen. Ich habe wieder auf die Mail. So, ich habe noch mal die Mail. Ich habe noch mal die Mail. Dann hat er mich. Ich habe noch mal die Mail. Die Leitstelle informiert in einer Viertelstunde findet der Wallcall im WPD statt. Die Leitstelle Ende. Mit freundlichen Grüßen. Entsendete Gegenstände. Einfach Maximilian Schreiber. Tatsächlich nicht erinnern. 517S Überführungsfahrt zum WPB. 517S Überführungsfahrt zum WPB. 423 10 20 WPB. Check. 423 10 WPB. 423 10 WPB. Okay. Danke für das Modul. Ja, danke. Ja. Haben Sie irgendwelches Feedback? Das wäre natürlich für mich auch wichtig. Also ich fand die Mischung aus Theorie und Praxis, also quasi mit diesem Rollenspiel am Ende, fand ich super. Da konnte man nochmal anwenden, was man quasi gelernt hat und das Bellas-System vertiefen. Also das gerne so beibehalten. Es ist tatsächlich orientiert an der Schulung, die es im MD gibt und an der Situationsbewältigungsschulung, die es hier gibt. Waren Sie schon mal bei der Situationsbewältigung? Ja. Ich glaube, Herr Banz macht die zurzeit, oder? Mhm. Ja. Also ich fände die super. Da geht es ja um Deeskalation. Ich finde, diese beiden Sachen schließen zusammen sehr gut zusammen. Deeskalation ist natürlich etwas, was Sie wahrscheinlich eher brauchen, wenn Sie mit Tatfertigungen zu tun haben, die natürlich an jedem Preis nicht auf Ihre Sachen eingehen wollen. Und ich denke, das hier ist dann das andere Gegenstück dann für Leute, die dann einfach in einem Headspace sind, wo es nicht so leicht ist, über die Sachen zu reden und wo man sich dann vielleicht die Zeit nehmen kann dafür. Aber dann merke ich mir das dann. Finde ich, dass es natürlich dann gut ist, dass die Praxis da weiterhilft. Mhm. Ja, gut. Dann glaube ich, können Sie direkt drüber watscheln. Ja, ich auch. Dann sieht man es an. Bis dann. Bis dann. Hi, Ariane. Hi. So. Emma kennt sie ja schon von Niebeck, oder? Ja, ja. Ja, genau. Emma wird meine Vertretung sein, wenn ich weg bin. Für die ganzen, ich sag jetzt mal, kriminalpsychologischen Fälle und für Härtefälle. Das heißt, dass du dir jetzt nicht unbedingt Sorgen machen musst, wenn so ein Fall kommt wie von Niebeck ist da. Ich sag dir aber auch, dass du trotzdem weiterhin dann die Vertretung von Frau Niebeck bist bei solchen Fällen. Okay, alles klar. Wie ist das mit dem Gespräch mit dem Herr Modina? Ähm, das wäre trotzdem weiterhin Seelsorge. Ich habe Herr Kuckum aufgeklärt, der weiß Bescheid. Ja, das ist super. Ähm, ich würde es tatsächlich davon abhängig machen, ob diese paar Tage Pause im Kutum. Wenn du sagst, am 28. Nee, ist nicht so gut, ähm, dann redest du am besten mit Herrn Kuckum über das Thema. Ja? Mach ich. Na, du kannst ja dann auch anführen in dem Gespräch, was für Punkte das denn sind, ähm, die du da nicht so gut findest und die, äh, dich da stütztest machen. Gut. Okay. Ja? Ähm, genau. Ähm, ich habe jetzt gleich noch einen Rollcorder im Gespräch mit dem Herrn Kuckum. Da geht es um diese Zeugenschutzgeschichte. Ähm, da müssen wir mal gucken, das wird dann Emma auch übernehmen. Aber da auch wieder das Grächeln, sie nicht da sein sollte, muss, also musst du nicht, aber wäre es gut, wenn du bereit wärst, sich im Notfall einzuspringen. Ja, verstanden. Ähm, da geht es wirklich darum, dass wir die Person so betreuen, dass da nicht was passieren kann, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen blöd, wenn dann was passiert. Ich meine, ich wäre, äh, aufgrund von, ähm, natürlich Erfahrungen sammeln, immer gerne dabei bei den Gesprächen, aber ich kümmere mich da ja eher um Rollcorder, ne? Das ist halt dann die Sache, wenn du sagst, ey, ich kann mich um Launch weiterhin kümmern, ohne dass da irgendwas von diesen Gesprächen mit reinfließt, dann geh gerne mit. Okay. Ne? Also Emma wird dir ja dann Bescheid sagen, wenn das passt und wenn es nicht passt, dann bekommst du halt erstmal nicht Bescheid, ne? Ähm, das ist natürlich auch situationsabhängig. Ja, gut. Gut. Äh, ansonsten, äh, ich hätte mir jetzt gerade spontan gar nicht so viel ein, ich muss leider jetzt ein paar, äh, Gutachten noch fertig schäumen. Hm. Ähm, aber kann ich dir nachher von erzählen. Gehen wir rüber, oder? Ähm, soll ich bei dem Gespräch mit Kukum dabei sein, wenn es um die V-Quotes geht? Ähm, ich würde erstmal gerne mit Herrn Kukum so reden. Ja. Ähm, und dann, wenn da wirklich auch von ihm das okay da ist, dann können wir gerne darüber reden zusammen. Ja, alles klar. Ja? Alles klar. Dann gehen wir mal rüber, oder? Ja. Gut, und eben? Bede, 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 boah. Super. Grüße. Nehmen Sie doch Platz hier, wir haben noch so viel Platz. Es ist Bux. Oder wer ist das? Nee, die Doktorin. Setzen Sie sich doch bitte, die Doktorin. Nee, steht tatsächlich lieber, ist gut. Hans, Doktor? Ich klär das jetzt nicht auf. Stehen ja gleich auch noch 20 weitere an der Seite. Die ist leider noch ein bisschen davon entfernt. Achso, okay. Aber auf dem Weg, oder? Oder auch nicht? Offiziell nicht, dann müsste sie wirklich eine Ausbildung im M.D. machen. Nee, das lassen wir. So, verstehe. Also, du kannst es gerne machen, Arianna. Das kann ich für dich organisieren, aber ich glaube nicht, dass es etwas ist, was du unbedingt machen möchtest, oder? Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber gerade bin ich sehr glücklich da, wo ich bin. Ja. Das ist vielleicht etwas, wenn man den Raum hat dafür, das dann zu machen. Ich brauche dir noch mal was von dir, bevor du in den Urlaub fährst. Ist doch frei hier oder so. Und zwar, das mit der Schweigepflicht, dem du am Anfang alles erzählt hast, kannst du mir da ein paar Stichpunkte nur aufschreiben und schicken. Ja. Okay, das wäre super. Weißt du, was ich... Ja? Und dann könnte ich die Rekrutengespräche wenigstens schon mal machen. Ja. Gibt es dir danach ein Feedback ab, oder gibst du das nur, wenn du da Bedenken hast? Nur bei Bedenken. Gut. Beziehungsweise bei den Pflichtgesprächen hebe ich das auch hervor, wenn es da jemanden gibt, der in einem bestimmten Bereich Potenzial verspricht. Okay. Da war zum Beispiel der Herr Levante, der auch sehr viel darüber geredet hat mit dem Operativen und so weiter. Und der hatte auch eine sehr, sehr gesunde Einstellung zu Psychi-Higiene. Also zu der eigenen Psychi im Dienst und so. Da habe ich den auch bei Herkukum empfohlen für Operations. Okay. Machst du das schriftlich dann per SMS? Nö, wörtlich. Wenn ich den Herkukum sehe, sage ich, ey, da gibt es diesen einen Rekruten. Der war in dem Gespräch positiv aufgefallen. Vor allem, was so der Bereich das und das angeht. Ich glaube, der hat da ein Talent für. Oh, gut. Okay. Der ist wohl zum Beispiel so Gang-Unit-Sachen. Aber der war da schon in der Gang-Unit. Da habe ich den Herrn Hill nicht mehr gesagt. Wir haben um 21 Uhr noch einen Termin, ne? Was für ein Termin ist das? Gonzanes hatte ich mir aufgeschrieben. Wann habe ich den mir denn nicht notiert? Ich bin mir dann aber auch nicht so sicher. Ja, der Nachname sagt mir was. Hallo. Hallo. Soll das Ganze mit meinem Hustenbonbon nehmen? Ja. Sag, wie gesagt. Äh. Wäre das jetzt auch hier machen können, ne? Vielleicht hat der Mundgeruch. War das... Nee, mit dem hatte ich schon das Gespräch. Ach so, okay. Dann streich ich mich raus. War das letzte Woche? Ja, ich bin gerade ein bisschen... Ich versuche hier noch Struktur reinzubringen. Ich hatte mir zwei kleinen Notizen gemacht. Und das ist ein bisschen durcheinander geworden. Ja. Ähm. Gonzales war doch das... War das nicht das Gutachten sogar? Warte, das kann ich auch... Nein, 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 nein. Das Gutachten war der Herr Owen. Der arbeitete hier gar nicht. Nein, Owen Casey. Herr Casey, Entschuldigung. Das bin ich auch gerade nebenbei am Schreiben. Ähm. Das andere Gutachten war ja im McKinney. Sollte ich dir nämlich noch erzählen. Ah, mhm. Das können wir nachher im Büro. Machen wir. Meine Güte, ich muss wirklich mal meine Notizen hier ein bisschen mehr ordnen. Ah, es geht. Ja, besser. Äh, nicht so mal hier. Ja, auch nicht so viel. Wie läuft es als Z19? Ganz gut. Ich fühle mich sehr wohl. Ich freue mich mit Herrn Nassen zusammenzuarbeiten. Das sagt mir auch noch, dass ich da neben mir stehe. Ja, das sagt sie wirklich nur so. Das ist wirklich nur der Grund dafür. Ähm. Ja, ist es wirklich so, wie du auch vorgestellt hast, wie es sein soll? Besser. Noch besser, oder? Wildalter. Das heißt, du blühst hier richtig auf. Ja, das geht abzuwarten. Mal schauen, ne? Okay, wann ist denn der Doktortitel da? Kein Doktortitel. Einfach nur Seelsorgerin. Kein Doktor Kura. Kura Yame da? Warte, der nachhaltig ist echt schwer aus. Kura Yame, ja. Wer weiß. Vielleicht irgendwann in sechs Jahren. Wär schon wild, oder? Wenn man mal ehrlich ist. Ja, schon. Aber... Mal schauen einfach. Ah. Wann ist denn die Hochzeit? Wenn man mal so direkt fragen darf? Ach, da gibt es noch kein Datum für. Das ging mir ein bisschen langsamer an. Da gibt es auch viel Planerei für mich dann vorher. Ich bin gerade schon damit beschäftigt mit der Planung einer Feier. Und es frisst schon sehr viel Zeit. Deswegen die Hochzeit wird ja dann noch mal das 20-Jahre geben. Wunderschön, guten Abend. Guten Abend. Ja, wie läuft es denn so bei dir? Hey, alles so warm. Ich bin jetzt Sargent, bin jetzt so unterwegs. Prüfe Rekruten weg. Danke schön, danke schön. Schön. Macht gefühlt alles. Also ich prüfe die Rekruten nicht weg, dass die Officer sind am Ende. Aber ich fahre mit dem so auf Streife, dass wir so zivil unterwegs dabei sind. Da ist der Fertner eine Streife, kann man sagen. Ah, nice. Fühlst du dich wohl da? Ja. Und ich habe gemerkt, seitdem ich sage, komme ich weniger auf die Straße. Ah, okay. Ist das so. Ist das was Gutes? Ja, irgendwie beides so, habe ich gemerkt. Superweise Gespräch hier, das machen, hier machen. Man kommt weniger auf die Streife. Das ist wirklich heftig. Ja, Herr Pieps ist halt auch der Dealmaker. Irgendwas, was ich mitgenommen habe jetzt, in den, ich sag mal, Ausbildungsfahrten. Der Dealmaker einfach. Habe ich auch schon live erlebt. Dealmaker? Wie meinst du das jetzt? Du machst immer mit denen, also du machst es ganz oft so, dass du dann sagst, hey, wir machen jetzt ein Deal. Okay? Du zeigst mir deinen Ausweis oder zeigst mir deine Waffe. Dealmaker? Ja. Achso. Achso. Okay, okay. Na klar. Das ist ja genauer Sinn. Ich krieg am Ende das, was ich haben will. Das, was er am Ende haben will. Achtung. Wunderschön. Wunderschön. Guten Abend. Mir war ich so schön, dass du dich da wohlfühlst oder jetzt bist. Ja, das stimmt. Das läuft alles. Kann ich aber noch zurückgeben. Au. Sein Rollcode. Eures Prüfung. Vielleicht einmal die Info von der Leitstelle. Es sind alle Streifen da, bis auf die 426, aber die ist auch irgendwie in den Bürgeranliegen verstrickt und kommt, wenn überhaupt, erst später. Okay, check in welchem Department ist die in den Bürgeranliegen verstrickt? Im MAPD. Ja, okay. Gott sei Dank muss sich damals kein Rollcode anfühlen. Ich bin aber drum rumgekommen. Ja, man sollte niemals sein. Kann auch werden. Gut, ja dann halt ein bisschen vorher auch nicht stimmt, denke ich. Wir haben jetzt 19.44 Uhr. Dann herzlich willkommen zum Rollcode am 20.12. Zunächst mal die tagesaktuellen Themen. Mir wurde zugetragen, dass es gestern eine Hausdurchsuchung gab. Bei dem Panic Block Ballern wurde David Jefferson festgesetzt. Ein wichtiger Punkt. Gestern lief die Kommunikation anscheinend nicht so gut, insbesondere zwischen den Behörden. Also bitte achten Sie darauf, dass Sie mit der Staatsanwaltschaft oder dem Fire Department beispielsweise kommunizieren müssen. Auch das richtig kommunizieren. Also im Funk mit uns auch innerbehördlich richtig absprechen, wo die Leute eintreffen sollen oder ob sie schon eingetroffen sind. Auch allgemein. Wenn Sie Informationen für den Funk haben, dann trauen Sie sich diese Informationen noch im Funk durchzugeben, damit das alle Kollegen mitbekommen. Aber auch bitte nur wirklich wichtige Informationen im Funk durchgeben. Gut. Hat sonst noch ein Kollege irgendwelche tagesaktuellen Themen von gestern, heute oder sonst wann? 2.79? Ja, Pauli? Ich möchte einmal generell nochmal in der Runde darauf aufmerksam machen. Es kann natürlich passieren, dass wir auf den Abend mal nicht die Kapazität haben, wie wir das vielleicht gewöhnt sind. Wir hatten letztens nur noch drei Streifen im Dienst und wurden, ich sag's mal wie es ist, gefühlt die ganze Zeit mit Scheiße beworfen. Hier Notruf, da Notruf. Die Ruhe bewahren, nicht auch dieses Schnell-Schnell-Schnell-Schnell-Prinzip reinrutschen, sondern wirklich eine Sache nach der anderen abarbeiten. Und wenn man überfordert ist, ruhig den Vorgesetzten anrufen oder anfunken, dass man Hilfe braucht. Sind alles nur Menschen, keine Maschinen. Check. Super, vielen Dank für den Input. Noch jemand, der was tagesaktuelles hat? Dem scheint nicht so. Dann kommen wir zu den Departments. Irgendein Department, was was zu melden hat. Ja, Lamesa. Einmal zu viel Information für diejenigen von Lamesa, die es noch nicht mitbekommen haben. Sie haben vorgestern ihren Spinnen in der Kleinigkeit durch die Führung von Lamesa bekommen. Ich hoffe, sie haben das soweit auch gesehen. Da ist niemand Fremdes drangegangen. Nur, um das auch mal hier klarzustellen. 4, 2, 6, 10, 30. Schöne Geste auch. Noch ein weiteres Teil. Ja, der Ferro hatte noch etwas. BPD war auch was im Schrank. Einen Moment kurz. Genau, bei uns war auch was im Schrank. Gute Besserung an der Stelle. Dankeschön, Dankeschön. Habt ihr Weihnachtsgeld gekriegt? Ich wollte einfach nur noch mal kurz die Chance hier vor allen Kollegen nutzen. Und zwar möchte ich einmal meinen Dank ausrichten an den Sergeant Finch, Captain Carter, auch wenn sie gerade nicht anwesend ist, genauso wie an den Herrn Koskela, die mich so gutartig vertreten haben, während ich im MD lag. Deswegen einfach nur noch mal vor allen Kollegen vielen, vielen Dank, dass sie mich so vertreten haben. Dankeschön. Das war's. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Dankeschön. Schön, Sie wieder hier zu sehen, Herr Davis. Danke dafür. Noch ein weiteres Department. Gut, dem scheint nicht so. Dann noch Abteilungen, die was zu melden haben. Dem scheint auch nicht so die Staatsanwaltschaft. Nee. Niemand. Gut, noch ein Officer, der irgendwas Wichtiges mitteilen möchte. Die Zeit 40. Ich möchte nur einmal den Kollegen Bescheid sagen. Ich bin vom 22. bis zum 8.1. im Urlaub. Die Frau Barnes wird in diesem Zeitraum die ganzen Seelsorgesachen übernehmen und die Frau Nieberg alles, wo es um Kriminalpsychologie geht. Das heißt, da haben sie dann ihre Anlaufstellen für die Zeit. Das war schon. Hervorragend. Dankeschön. Gut. Sonst noch jemand, der was im Rawcore mitzuteilen hat? Dem scheint nicht so. Dann übergebe ich gleich das Wort, Herr Coberano. Ansonsten denken Sie bitte dran, wenn der Rawcore gleich beendet ist, dass es eine Neuanteilung an der Leitstelle geben wird. Deswegen bitte an der Leitstelle einfinden. So, Herr Coberano, Sie dürfen. Kommen wir mal zusammen. Wir haben heute wieder eine wunderbare Sergeant-Prüfung von Sergeant Rainey, Mr. Sterling. Sie alle wissen, was das heute bedeutet. Mr. Sterling ist für die nächsten ein bis zwei Stunden ihr einziger Ansprechpartner zwecks vorgesetzten Anfragen, Supervisorgesprächen oder sonstigen Anliegen. Führungsthematiken bleiben natürlich weiterhin bei der Führung. Detektiv-Sachen bei den Detektives das natürlich selbst erklären. Das bedeutet, Mr. Sterling ist heute ihr Ansprechpartner des Abends ab dem Zeitpunkt, wo ich den statt der Prüfung Impfung bekannt gebe. das bedeutet, wer ist die Ansprechpartner heute? Mr. Sterling. Mr. Sterling. Mr. Sterling. Wollen Sie heute richtig auf die Nerven gehen? Mr. Sterling. 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 ich folge ihm. Soll ich für ein Gespräch dabei sein? Klar. Äh, ja. Achso, da weiß ich nicht. Also das Ding ist, die Frau Niebeck wird es ja übernehmen, aber die Verbands ist halt da dann auch wieder der Ersatz, ne, wenn das ist. Ist halt die Frage, was sind folgt für sie, ist ja gut. Sie sollten das am besten einschätzen. Ich muss erst, ich lege mich auf die Couch, habe ich mir überlegt. Können sie ja machen. Dafür ist sie auch da. Okay. Also es ist ja jetzt einiges letztes Wochenende passiert. Ich war ja leider vor Mittwoch an krank bis Sonntag. Deswegen habe ich es am Montag erst erfahren und war natürlich so ein bisschen, ähm, ich nenne es mal ein bisschen enttäuscht und ein bisschen aufgebracht in dem Moment. Okay. Hat sich jetzt gelegt. Ich habe es jetzt einmal ein bisschen gehört, was genau passiert ist. Von der Frau Cortez selber leider noch nicht. Deswegen versuche ich sie heute auf jeden Fall noch mal zu erreichen. Ich würde gerne mit ihr heute noch oder morgen noch mal ein Gespräch haben, damit ich es von ihr auch noch mal ordentlich hören kann. Meinen Sie dann, das ist gut? Weil Sie ja auch schon irgendwie betroffen sind, ne? Ja. Das Ding ist, ich habe jetzt mit dem Commissioner über den Fall geredet. Es gibt halt nur zwei Optionen, wie man es machen kann. Entweder ich übernehme es oder wir müssen jemanden im MD suchen. Ja, das wäre auch nicht gut. Was ist das Ding? Der Commissioner hat selber schon durch die Blume gesagt, er vertraut halt niemandem im MD das an. Und es wäre halt die Sorge, dass dann halt die Leute, die nicht so aufmerksam gemacht werden, darauf aufmerksam gemacht werden. Und das ist halt ein Risiko. Aber können Sie das? Weil Sie sind ja also befreundet auch. Das haben Sie ja auch gesagt. Ich habe gesagt, dass ich die Frau Laurent kenne, ja. Ich kann das. Ich werde da auch einen Unterschied machen. Ich sage Ihnen auch ehrlich, ich werde aber, es wird ein Thema bei ihr auch im Gespräch sein, diese Tat und warum sie das getan hat. Ich habe mit ihr darüber schon gesprochen, aber es ist gut, wenn Sie mit Ihnen da auch noch mal drüber sprechen. Gut heißen, also zuhören heißt nicht gut heißen. Bedeutet, ich werde das zuhören. Ich werde auch meine Meinung ihr sagen. Aber natürlich in einem Rahmen, was ich zerstöre, sein soll. Sondern einfach konstruktiv. Also sie weiß schon, dass das so eine riesengroße Dummheit war. Da ist sie sogar selbst auch schon drauf gekommen. Und dass sie sich damit, also dass alles hier fast verbaut hätte. Aber dass sie Glück hat, dass ein, zwei Leute hier sozusagen da sind und das trotzdem noch weitermachen wollen. Ich glaube, dass... Ich glaube, die manipuliert Kowalski und... Das ist zu spät. Das ist halt das Ding. Aber das sind genau die beiden, bei denen du das richtig gut machen kannst. Weil die so lieb sind. Es wäre leichter, sie da fallen zu lassen. Es wäre aber absolut schade und es wäre verschwenderisch. Es wäre dumm. Weil sie diese Chance an sich eigentlich verdient hatte und eigentlich auch immer noch verdient. Nur jetzt ist das Ding, ich bin halt leider auch einfach über die Weihnachtstage weg. Geht nicht anders? Ich würde nicht sagen, sorry, ich würde nicht sagen, dass sie es trotzdem eigentlich noch verdient hat. Eigentlich hat sie es sich verspielt. Okay, sagen... Gut. Wie heißt das, wie der goldenen Oberküpfung aussieht mit der Uniform und die goldenen Ohren? Wir versuchen es nochmal. Sagen wir es so, wir geben ihr nochmal eine Chance. Das ist vielleicht besser aus. Mein Muderherz. Das hört sich besser an. Wir geben ihr dann nochmal eine Chance. Ich würde mit ihr ganz klar aber kommunizieren unter zwei Bedingungen. Das erste ist, dass sie straffrei bleibt. Wenn das nochmal passiert, wir können sie nicht nochmal halten. Das geht nicht. Und die zweite Bedingung ist, sie haben es ja selber mitbekommen, sie trinkt sehr viel. Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Okay, ich habe es mitbekommen. Und Herr Foley und Tamela leider auch. Nee, Ariane weiß nicht, dass Frau Cortez, also wer das genau war. Die war ja sonst... Entschuldigung, Ariane. Das war ja geraubt. Aber vielleicht sagt Frau Cortez, das ist ja Ariane. Ich weiß, das ist schon eine Verbesserung. Auf jeden Fall. Naja, besser nicht. Jetzt eine andere... Ja, gut. Das ist nicht besser. Aber sie merkt gerade, dass sie zum Beispiel das Kokain gar nicht braucht, was sie vorher immer gedacht hatte. Das ist auch ein guter Weg schon mal. Also aus meiner Sicht wäre es halt auch wichtig, dass sie nicht unter solchen Mitteln nochmal steht. Wenn das nochmal passiert, dann können wir da nicht weitermachen. Das sind so die zwei Bedingungen, die ich da stelle. Ich habe jetzt dafür gesorgt, dass die Frau Laurent bei mir nicht unterkommt. Sie hat jetzt eine Psychologin im Endeal bekommen dafür. Frau Barnes wird aber zumindest, wenn es nötig ist, für die Überbrückung zwischen den Terminen Frau Laurent immer wieder das anbieten, dass sie mit ihr reden kann. Das wird dann aber die Frau Barnes ohne mich machen. Das heißt, ich bin da komplett raus und ich werde auch keine Informationen drüber bekommen. Dann kann ich mich da auch nicht beeinflussen lassen. Das fände ich nur ganz sinnvoll. Dann haben wir da wenigstens noch eine Person, wo wir sagen können, okay, wir haben dann mal mitgeschaut. Deswegen ist es aber gut, wenn die Frau Barnes dann eben, während ich weg bin, nicht die erste Ansprechperson ist für die Frau Cortez, sondern erst mal Frau Nieberg. Wenn Frau Nieberg nicht da ist, dann machen wir das über die Frau Barnes. Ist so das Sinnvollste. Da brauche ich dann aber Ihre Hilfe. Da muss ich nochmal ganz kurz nochmal eingrätschen, einfach nur für die Transparenz. Ich bin auch schon sehr lange mit Frau Noorra befreundet. Aber ich kann das sehr gut trainieren. Okay, da müssen Sie nur ehrlich, auch, Sie beide zu sich sein, ob Sie das machen können. Das ist halt wichtig. Okay, genau. Da kommen wir aber zu dem Punkt, da brauche ich dann Ihre Hilfe. Herr Foley fällt halt einfach aus offensichtlichen Gründen weg. Auch wenn ich jetzt von dem, wie er das gesagt hat, rausgehört habe, dass er jetzt nicht unbedingt in wir wütend ist oder so. Es hat einfach einen faden Beigeschmack, wenn er sich da weiter drum kümmert. Dass wir aber auf jeden Fall noch eine andere Person haben, die auch ab und zu mal nachhört. Ich werde halt jetzt auch heute und morgen auch versuchen, mit der Frau Cortez mal zu telefonieren und wenn es geht, auch ein Treffen. Und ich hoffe, dass die Frau Niebeck das auch macht. Aber es wäre toll, wenn er noch eine zweite Person ist, die da ab und zu mal nachhört. Von der Staatsanwaltschaft habe ich jetzt nicht viel über den Fall gehört. Eigentlich ist das ja deren Aufgabe, der Zeugenschutz. Aber ich sage Ihnen da mal was. Herr Kowalski war mit mir letztens unterwegs und mit der Frau Cortez. Wer nennen Sie Penny jetzt? Genau, Penelope hat er gesagt. Oder Kugsi, weil sie irgendwie, die haben sich da was gedacht. Sie braucht eine Story, wurde da erwähnt so. Okay. Jetzt wohnt sie wieder in dem Gebäude, wo ich wohne. Und die haben sich, besser gesagt, die beiden haben sich das so ausgedacht, dass sie sozusagen eine Verwandte ist, die hier hin, wird angerufen, hier eine Cousine, kennst du nicht wirklich, aber die will hier vorbeikommen, helft ihr mal so ein bisschen. Okay, das heißt, der Herr Kowalski ist da eingeweiht. Genau. Okay, deswegen hat er auch angerufen. Okay, das erklärt das. Ja, der hat sich der Sache angenommen. Eine Verwandte von wem? Von mir? Von mir. Ich habe mich gewehrt und so, im Endeffekt ist es jetzt so geworden. Ja, okay. Ja, bis, bis. Die wollten erst, die sind völlig bescheuert, die wollten, Kowalski lebt im Traumland, glaube ich, der so, ja, dann wohnt die halt bei dir mal für ein paar Monate und dies und das. Aber ich habe gesagt, Kowalski, das geht nicht, lass die nicht bei mir wohnen, habe ich dann auch gesagt, das, ich kann dir, ich traue dir doch nicht, verdammte Scheiße. So. Das Ding ist da halt. Ich mache hier eine gewisse Sache mit, aber das geht zu weit, habe ich dann gesagt. Dann haben wir das jetzt ein bisschen anders geklärt. Mhm. Also das Ding ist, es ist gut, dass sich Leute für sie einsetzen wollen, an sich, ne. Es wäre trotzdem toll, wenn sie da ein bisschen so ein bisschen Blick drüber haben, weil sie kennen die Dame am längsten, sie wissen auch ein bisschen, wie sie tickt. Und ja, sie hat da auch ihre Momente, wo man dann auch sagen muss, sie hatte ja auch bei mir schon ein paar Aussagen, die ich jetzt nicht mitgeteilt hatte, weil das einfach nicht dienstlich war. ähm, dienlich, Entschuldigung, der Sache dienlich war, wo man auch sagen muss, ich kann mich schon vorstellen, was. Sie hatte eine gewisse Wut, ne, und sie ist halt sehr schnell dabei, bei Leuten Fehlern zu finden, ne, bei ihm vor allem, aber auch bei Herrn Faulitz sich hindurch. Aber das hat sich gebessert. Sie ist wirklich, wo sie im Gefängnis jetzt war, hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben nachgedacht, über sich hat sie auch gesagt. Okay, gut. Also es war ein sehr positives letztes Mal, aber alles gut. Aber generell ist mir halt einfach wichtig, dass ich weiß, dass da noch eine Person ist, die dann sich auch noch mal so ein bisschen drum kümmert, was jetzt einfach nur bedeutet, ab und zu mal anrufen. Klar, mach ich. Und eine Sache, also ich werde mit Herrn Weiß gleich noch mal reden, weil er wollte, glaube ich, sowieso noch mal über den Fall irgendwie reden, aber er hat auf jeden Fall klargemacht, wir ziehen das jetzt trotzdem erst mal durch mit dem Zeugenschutz. Ja. Eine Sache, die ich bei Ihnen aber appellieren möchte, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, ich glaube, ich habe Ihnen das schon mal gesagt, ich würde ihn vielleicht kennenlernen. Bei der Dame oder generell, gucken Sie, wenn Sie Versprechungen machen, dann auch nur Sachen, wo Sie wissen, dass Sie die auch zu 100 Prozent einhalten. Ja, das weiß ich ja seit dem letzten Mal. Weil das bringt so Frust, und bei ihr ist ja gerade das, was wir ja auch bei ihr abtrainieren möchten, und wo wir möchten, dass sie was anderes lernt, aber ihre Antwort auf Frust ist dann entweder Aggression oder Trinken oder sowas. Obwohl sie letztes Mal gesagt hat, sie hat sogar Verständnis dafür gehabt, also sie hat Verständnis aufgebracht. Ich glaube, das Beste ist, da offen zu kommunizieren, wenn es nicht geht, und warum es nicht geht. Klar, Sie können jetzt nicht sagen, ey, ich bin jetzt gerade bei einer Razzia, ne? Ja, klar. Aber ich versuche zum Beispiel immer mit ihr auch zu sagen, ey, ich habe jetzt gerade Interviere, ey, ich bin jetzt gerade bei einem anderen Patienten, wo ich nicht loskomme. Und ich rufe nochmal an, und dann versuche ich auch wirklich nochmal anzurufen, ne? Und das so weit zu erklären, wie das möglich ist, ne? Ich finde das sinnvoll bei ihr, weil dunk ist sie ja nicht, ne? Die kann, die lässt sich auch Sachen erklären, ne? Ja, klar. Und ich glaube, das ist der beste Schritt dann bei der Sache, da auch offen mit jetzt zu reden und mit offenen Karten umzugehen. Nicht, dass Sie das nicht schon gemacht haben, ne? Sondern auch, wenn es um solche Sachen geht, wie, ey, ich komme heute nochmal vorbei und dann klappt das nicht. Dass man dann zumindest in der SNS schreibt, ey, ich kann nicht, weil ich bin gerade im Dienst oder so, ne? Ja. Nee, achte ich drauf. Na, ich finde das am sinnvollsten, wenn Sie da den Herrn Kowalski mit reinnehmen wollen, dann machen Sie das, auf jeden Fall. Das ist halt so eine Sache, ich will nur zu viele Leute drin haben, weil wir dann wieder das Problem haben werden, wie zu dem Zeitpunkt, wo Miller, Foley, sie und ich drin waren, wo man dann nicht weiß, mit wem was abgesprochen ist. Nee, stimmt. Das hat sie sich so ergeben, weil sie ist zur Mission-Woopie gelaufen, saß dann da vorne drin, wollte mal reden und dann war Kowalski auch da, da hat er sich das angeboten. Nein, das ist okay. Und es ist ja toll, dass dann dann nochmal jemand ist, der dann auch sich darum kümmern möchte. Dann ist es aber sinnvoll, das miteinander abzusprechen, weil natürlich auch wichtig ist, wir haben ja das Ziel, dass sie für sich selber lernt, selbstständig zu leben und auch selbstständig auf eine ehrliche Art und Weise, auf eine legale Art und Weise mit ihrem Alltag umzugehen. Ja. Und das bedeutet aber, dass wir uns da auch absprechen müssen, was dann die Ziele sind und was man machen kann, was man nicht machen kann. Jetzt hat sie zum Beispiel eine Straftat begangen, da braucht sie ein offenes Ohr, auf jeden Fall, aber auch ein offenes Ohr, was ihr dann auch sagen kann, ey, deswegen und deswegen ist das schlecht. Nicht unbedingt wertend, aber zumindest auf eine Art und Weise, wie man es auch versucht, ihr zu erklären. Und da geht es auch viel um Verhalten und wie man Verhalten dann, wie sage ich das jetzt, dass wir mit ihr was machen oder dass sie sich etwas engagiert und dass wir dann sie für dieses Engagement auch belohnen. Zum Beispiel. Aber sie macht ja schon gute Fortschritte, ne? Sie hat ja letztens gesagt, dass sie, ich habe ihr gesagt, du musst dich doch mal in die Leute reinversetzen, was so irgendwie für mich selbstverständlich ist oder für jeden anderen, den ich kenne. Das war es für sie ganz neu, wie rein, warum und so. Wie jetzt sich, da habe ich gesagt, was denkst du denn, wie die sich fühlen, wenn die jetzt, wenn du jetzt hinkommst, messanhaltst und sie sollen ins Auto steigen und so. Wie willst du dich denn fühlen? Ja, ich habe ja nicht darüber nachgedacht und so. Da hatte sie, also das war mir völlig fremd, dass sie nicht darüber nachgedacht hat, wie ein anderer Mensch sich fühlen kann in so einer Situation. Und da macht sie, glaube ich, große Fortschritte gerade mit sich selbst, so muss ich sagen. Okay, ich hoffe das. Also ich werde ja versuchen, mit ihr auch nochmal Kontakt aufzunehmen. Was natürlich dagegen spricht, ist das, was vor einer Woche passiert ist dann. Ich rede davon, ich habe vorgestern mit ihr gesprochen. Von den nächsten Tagen. Also alles Nachwehen davon. Und dann hoffe ich das. Dann hoffe ich das wirklich. Sonst würde ich dem auch nichts glauben. Nein, alles gut. Alles gut. Ich höre es mir dann auch nochmal an. Ich glaube, das ist dann aber auch ein Zeichen wieder, ein gutes Zeichen. Ich denke auch, ja. Und ich bin halt nicht da die Tage. Deswegen wäre es ganz wichtig, dann weiß ich, ey, da gibt es ein paar Leute, die dann zumindest ein Auge drauf haben. Das wäre mir echt wichtig. Sind auf jeden Fall, ja, ja. Gut. Die Frau Nierberg ist jetzt noch nicht in dem Fall eingeweiht, aber sie sind damit in Ordnung. dass es meine Vertretung ist für die Sache. Na klar. Gut, dann werde ich sie gleich auch nochmal einweihen. Ich glaube, es ist so das Sinnvollste, weil sie schon eher mit harte Fertigung hat auch im Endeffekt. Ne, klar, das machen sie so, wie sie das für richtig halten. Ja, klar. Ah, was für eine Geschichte. Aber ich fand das richtig gut, dass er weiß, er sagte, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, hat er mir auch gesagt, was sollen wir machen? Fallen lassen, dann können wir sicher sein, dass hier was passiert. Das habe ich gesagt, das können wir einfach nicht machen. Geht nicht. Ich finde das richtig gut. ärgerlich, weil ich das ein bisschen, also aus einer therapeutischen Perspektive, ich glaube, Ariane, die habe ich das auch so schon gesagt, wenn ich im MD arbeiten, wäre das kein Problem für mich. Da sage ich, das ist meine Patientin und was sie da gemacht hat, das ist jetzt nicht etwas, wo ich drüber urteilen soll oder was. Da das aber, da ich halt hier trotzdem angestellt bin und ich natürlich das auch immer aus dem Blick sehen muss von einer Strafverfolgungsbehörde, das ist ja das Schwere. Ja, aber Sie müssen da doch das Ganze schönreden. Wir haben ja gesagt, das war eine riesengroße Scheiße, die sie da gemacht hat. Da müssen wir nichts schönreden. Ja, ich habe es dann natürlich. Ich rufe sofort zurück, sonst bin ich oben in der dritten Etage. Ich liege auf der Couch bei den Psychologen. Tschüss. Ganz und weil das nochmal eine andere Art von Verantwortung ist und wir müssen da halt auch aufpassen, dass das dann nicht nach außen so wirkt, als wäre das Strafveragel und so. Nee, nee, nee. Die sagst du auch im Gefängnis und alles, also klar. Kommen Sie gerne rein. Aber dann haben wir das gestern geklärt. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass er weiß, dass er nachher da ist, dann werde ich mit ihm auch nochmal drüber reden, damit er auch nochmal ganz genau weiß, wer daran beteiligt ist. Dann wäre aber wirklich das Gute, dass wir zumindest miteinander absprechen, wenn wir dann nochmal Leute da mit reinholen. Aus welchem Grund? Nee, da sollte jetzt, also wenn es nicht sein muss, denke ich, reicht das so jetzt. Denke ich. Also der macht auch wirklich sehr viel dann und so. Deswegen glaube ich, ist das wirklich eine gute Sache, wenn der das macht. Also der ist aktiv dabei, der weiß nicht nur, sondern der macht auch aktiv was mit ihr und so weiter. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Hat ja auch noch, hat ja auch noch, wichtig zu erwähnen, einen Schlüssel für eine Wohnung gegeben, wenn sie mal Probleme hat, dann kann sie nach Sandy Shores irgendwo in so einen Trailer schnell rein. Okay. Obwohl Sandy Shores nicht die beste Wahl jetzt ist, aber ne. Ja. So ein Rückzugsding hat Kowalski ja gegeben. Okay. Ja, einfach, dass wir da einfach nur einen Blick drauf haben. Ich sehe bei ihr nicht die Gefahr, aber ich spreche es trotzdem einfach mal aus. Ja. Wir müssen trotzdem sicher gehen, dass die das jetzt natürlich nicht als Schutzschirm hat, wenn sie da trotzdem Sachen macht oder so. Das haben wir ihr gesagt. Also das ist jetzt. Genau, aber ich denke, da ist dann Kontrolle nochmal wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass wir sie beobachten müssen oder so, aber dass wir zumindest einen Blick haben, was macht sie denn gerade, nutzt sie das bitte nicht aus. Ich habe da auch nicht so die Sorge vor, aber es ist sinnvoll, nachdem was jetzt passiert ist, das einmal zu tun. Na klar, na klar. Ach ja. So viel dazu. Herr Folie, haben Sie einen Snack mitgebracht? Sie wollten doch einen Snack mitbringen. Ich mache Snacks mit. Ich stehe geile Snack dabei. Auch für die beiden Psychologen. Ja klar, so richtig schönen Hotdog auch. Ey, danke. Das ist ein Problem. Das ist ja fast eine Mahlzeit. Du hast mir auch fast der Hotdog aus Hand gemacht. Aber wie noch gut. Mir ist der Hotdog aus Hand gefallen. Flex, ne? So, gefangen. Bitteschön. Ach ja. Achso, nur ein Psychologe. Ach genau, da die Frau Barnes ja hier steht oder sitzt, wegen Herrn Molina, hatte ich ja gerade eben erwähnt, sie hat am 28. dann einen Termin mitgebracht. Ich finde, das Sinnvollste ist, den abzuwarten und die Frau Barnes kann ihnen ja dann danach eine Rückmeldung geben, inwiefern das sinnvoll ist, mit dem Herr Molina dann nochmal über die Sachen zu reden. Ich muss sagen, es ist vielleicht sinnvoll, ich habe ja jetzt nicht viel genannt, aber wenn es nötig wird, dass die Frau Barnes ihn dann auch wirklich alles aus dem Gespräch nennt, was irgendwie bedenklich ist. Ja. Jetzt gerade ist das vielleicht noch nicht nötig, weil sich das Gips dann von selbst geklärt hat, aber danach müssen sie das dann vielleicht genauer wissen. Ja, nur wenn es wirklich wichtig ist, wie es jetzt dann weitergeht und so. Ansonsten möchte ich natürlich nicht zu viel wissen. Genau, genau. Aber das ist dann so der Punkt, wo wir sagen, das ist dann eine Sache, den können wir dann nicht entscheiden, sondern dann müssen sie mit dem reden. Oder generell das MRT-Mitglied. Ja, das machen wir so. Ach, ja. Ja, nun. Sind sie dann über Weihnachten weg oder sind es beide hier? Weihnachten bin ich hier. Boah, wenn die Familie in den Urlaub fliegt, dann brauche ich nicht rüberfliegen. Achso, ja, okay. Gut, ne? Ja, okay. Wie sieht es bei euch aus? Bei Weihnachten bin ich hier. Ähm, ich fiel die kalt mit meiner Frau weg. Ist auch dringend nötig, weil wir nicht so viel private Zeit miteinander hatten. Und die Cousine von meiner Frau, die lebt auch hier, die hat einen Japaner geheiratet. Sehr cool. Und die wollen dann ... Was? Und der ist auch DJ. Ähm, pass auf. Also sie will halt die Familie dann kennenlernen. Dann haben wir gesagt, komm, wir klinken uns ein. Und wenn wir dann keine Lust auf rumhängen mit der Familie haben, dann fahren wir irgendwo anders. Hachi, pass auf, Ariane hat schon eh so eine schwankende Meinung von dir. Sehr schwankende. Ey, das finde ich auch super. Da darf man ... Nicht so extrem, aber so ein bisschen schwankend. Ja, aber es gibt extra auch für Leute mit Tattoos, soweit ich weiß. Ja, ich habe aber auch gehört, also ich sage es mal, wie es ist. Ich glaube, wir können es uns auch leisten, dann eins zu nehmen, wo wir so ein privates Zimmer haben und so. Aber ich glaube, ich meine mal irgendwo gehört oder gelesen zu haben, dass das in Japan auch einen Unterschied macht, ob man aus Japan kommt oder ob man in solchen Ausländer ist. Ich glaube so. Dass dann gesagt wird, ach okay, das sind Leute, die kommen halt sowieso aus einem anderen Land, da ist das dann üblich, dann ist das nicht so ein Problem. Aber so wie ich es verstanden habe, ist das ja in Japan selber auch sehr behaftet mit Organisationen und so. Aber ist das denn wirklich noch so in der ... Also die Jugendlichen, sage ich jetzt mal, so die frischen Erwachsenen, sehen die das auch wirklich alle noch so? Ich glaube, das ist doch eher so die Älteren, die dann noch das so ein bisschen sehen, oder? Ja, die haben es halt ganz andere Kulturen, Erziehung drüben. Die sind auch viel respektvoller im Umgang, die haben auch noch Respekt gerade vor Älteren. Ist nicht so wie hier Amerika oder Europa oder so. Ich muss mal ganz kurz an den PC, ich habe natürlich von den Themen überhaupt gar keine Ahnung und kann hier gar nichts dazu beitragen. Ich gehe mal ganz kurz an den Rechten. Ich frage mich warum. Ja, nicht deswegen. Oder weil ich alles weiß. Ich muss mal kurz die Heizung hier einmal ganz kurz. Moment, die ist richtig hart aufgehoben. Ah, besser. Ich sehe uns, was du denkst. Puh, besser. Sprache, diese Jugendsprache da, ne? Ich meine, klar, es ist immer Jugendsprache, aber es ist teilweise... Ich finde es teilweise echt anstrengend. Ne, ne, das ist doch... Ne, habe ich mal gelesen, das ist der ganz normale Generationskonflikt. Die Älteren denken immer, oh Gott, die Jugend mit ihrer Sprache, oh Gott, oh Gott. Die 40 zu, ne? Ja, aber verfall nicht in so einen komischen... Ne, wird man ein cooler alter Mann und nicht so ein chemischer Verbissener. Ich glaube, ich bin ein richtig cooler alter Mann. Sei offen für alles, was da kommt und alles, was sich verändert. Das ist so. Ja, aber ich habe nicht für alles Verständnis, aber ich bin offen. Ja, also das Ding ist, Sprache entwickelt sich, aber auch einfach aus dem Grund, dass es immer wieder neue Begebenheiten und kulturelle Ereignisse gibt, die man auch irgendwie benennen muss. Ne, und man braucht dafür ein neues Wort. Was für den Tattoos ist tatsächlich sehr schön, auch wenn du aus den Auslanden kommst, musst du... Es gibt manche, da kannst du die halt abkleben mit so hautfarbenen Tees. Also zum Beispiel das Wort krass. Das ist für uns ja sehr glücklich, ne? Es ist trotzdem egal, ob du aus dem Ausland bist oder nicht. Wenn ich jetzt mein Hausvater fragen, wo das Glas kann ich noch nicht. Vielleicht gibt es ein paar Einzelnen, das ist auch ein Fitnessstudio übrigens so, in Japan, auch da, musst du das abkleben. Als ich dann aber so auch... Es ist halt so, dass du ein privates, und da ist das völlig egal, natürlich. Wir hatten nämlich auch ein privates. Das ist doch schon eher so, also das wurde von der einfach genommen und dann war es was normaleres. Das Einzige, wo du halt so einen Welpenschutz hast, ist, wenn du zum Beispiel irgendwelche Regeln brichst, die es eigentlich gar nicht gibt, zum Beispiel mit dem Essen vom 7-Eleven auf der Straße laufen und während du läufst essen. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Wörter. Das machen wir zum Beispiel auch nicht. Wir bleiben einfach da stehen, wir werfen dann auch unseren Müll. Meistens beim 7-Eleven hast du dann auch was. Dann kannst du deinen Müller reinwerfen, ansonsten nimmst du den natürlich mit nach Hause, weil du hast halt nochmal keinen Müll einmal in Tokio. Du hast deswegen immer eine größere Tasche mit bei und ich liebe es tatsächlich, weil die Straßen wirklich sehr, sehr sauber sind. Genauso wie in der Bahn. Nicht reden, dieses Klassiker, die jeder irgendwie kennt. Ich habe nicht Nacken, sondern kann Nacken. Oh Gott, nee, das ist nicht. Nee, 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 nee. Ich war wirklich gerade. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ah, ähm, nein. Okay. Ich bin aber auch ein bisschen müde. Ich muss auch gleich leider weitermachen. Ich habe noch zwei Gutachten, die ich heute für dich machen muss. Ja, heute ist halt auch Arbeitstag. Wir haben auch gleich wahrscheinlich noch einen Termin. Das Bad würde ich kurz nützen. Auf dieser Etage. Ähm, das ist, ähm, wenn du jetzt hier rausgehst. Ich weiß, wo das ist. Ach so. Ach so, okay. Ich wollte mal aufs Watt. Okay, dann haben wir das ja geklärt und dann hören wir nochmal voneinander, wenn was ist, ja? Auf jeden Fall. Falls du mich auch nicht mehr hört, du bist ja dann im Urlaub zwei Wochen, jetzt die Tage, ne? Genau, ich bin dann jetzt am Freitag. Ey, dann genießt den Urlaub, ne? Danke. Auch Geld ist zum Ausgeben da und auch Spaß haben, ne? Gute Erholung, genau. Japan ist einfach auch Traumland. Kobi. Ich bin mal gespannt. Mhm. Alles klar, ey, dann. Bis später. Bis dann, ciao. Bis dann. Bis dann. Denen kenne ich und dem würde ich schon vertrauen. Ich verstehe aber, wo es herkommt. Weißt du, was das Problem im MD ist? Zumindest in der Psychologie. Die Psychologie-Akten sind getrennt von den normalen Akten. Aber jeder, der in der Psychologie arbeitet, kann diese Akten einsehen. Das heißt, wenn, dann müsste man mit dieser einzelnen Person, die das übernimmt, von den Psychologen auch absprechen, dass das nicht in der Akte festgehalten wird. Dann müsstest du über die Leitung dahin gehen, weil die Leitung das nur bestimmen darf. Das heißt, dann hast du schon mal zwei Personen, die da involviert sind. Ja, okay, ich verstehe. Dann kommt aber dann dazu, wenn du das nicht machst, dass dann halt andere Psychologen diese Akte einlesen können. Ich kenne zum Beispiel die ganzen neueren Psychologen nicht. Denn zur Zeit hat die drei halt eingesetzt. Und da würde ich denen auch zutrauen, dass sie das nicht weiter nach außen tragen würden. Aber bei den anderen weiß ich das nicht. Ja, ja. Da geht es dann eher um Vorsicht lieber als Nachsicht. Ich meine, das Gleiche könntest du jetzt auch bei Emma oder so argumentieren. Ich kenne halt aber Emma. Deswegen glaube ich nicht, dass sie da irgendwie irgendein Interesse hätte, das nach außen zu tragen. Oder an irgendeinen Kollegen, der hier arbeitet. Aber es ist halt, ich gebe ihnen da zumindest nicht das Unrecht, dass es halt diese Fälle gab. Aber das heißt nicht, dass ich so eine Einstellung habe, wie der Herr weiß zu dem Thema. Ne, das weiß ich. Na? Ich mache dir da keine Gedanken. Gut, ich stelle mich aber im Computer und schreibe. Ich glaube, du hast auch noch was zu tun? Ähm, eher private Natur, so ein bisschen Organisation und sowas alles. Ich dachte eigentlich, tatsächlich, dass wir heute um 21 Uhr noch ein Tempo von Zahne ist. Irgendein ganzes... Ja gut, wenn jetzt gleich um 21 Uhr einer hier steht, dann wissen wir ja Bescheid. So, dann kannst du ja noch warten. Sonst? Ja, 45 Minuten noch. Willst du, ich bin gerade an dem Gutachten von dem Herrn, den wir gestern hatten, den Herrn Casey. Mhm. Soll ich dir das mal vorlesen? Gerne, sehr gerne. Ich hatte auch mit dem Herrn Kukum gerettet, der guckt, dass du die Target in Zugriff bekommst, damit du auch deine eigenen Akten anfangen kannst. Oh, danke schön. Ja, ich habe mich jetzt ein paar Mal versucht anzurufen, aber auch noch nicht, aber ich bin Herrn Kukum. So. Also. Das falsche Ding. Ja, mein Pindle, das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich das Vulkan, was er hinkriegen soll. Wäre ja nicht so wirklich ein originales. Der Casey kann sich einen Vorfall am 3.11., bei dem er schwer verletzt wurde, nicht mehr erinnern. Hierbei steht die Frage im Raum, ob er an einer Amnesie leidet und dadurch sein Erinnerungsvermögen gestört wurde. Weiteren steht die Frage im Raum, ob dieser Verlust der Erinnerung durch den Vorfall ausgelegt wurde. Herr Casey betont, dass er sich ein großer Teil des Abends, an den der Vorfall stattfand, nicht erinnern kann. So fehlt ihm nach eigener Einschätzung Erinnerung aus dem Zeitraum vor circa drei Stunden. In Klammern von ungefähr 20 Uhr bis 23 Uhr. Das hat er, glaube ich, gesagt. Seine letzte Erinnerung vor der Lücke wäre eine LKW-Fürwerschein. Ich überspringe das mal, war das eine Beschreibung. Genau, da geht es um die Frage. Ist das Vergessen des Vorfalls echt? Herr Casey beschreibt, dass er seit dem Vorfall unter Konzentrations- und Aufmerksamkeitsproblemen leidet. So merkt er bei sich selbst immer wieder eine Unkonzentriertheit, die er vor dem Vorfall noch nicht hatte. Auch beschreibt er, dass er seitdem häufiger kurzzeitig Namen oder Sachen vergisst. Dies könnte auf ein Problem mit dem Kurzzeitgedächtnis zurückzuführen sein. Beides sind Symptome, die nach einer Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff über einen kurzen bis mittellangen Zeitraum auftreten können. Eine Amnesie ist ein weiteres Symptom, das bei einem solchen Verletzungsmuster möglich ist. Eine Amnesie ist also plausibel. Eine andere mögliche Erklärung für den Erinnerungsverlust an dem Vorfall äh, auf den Entschuldigung, der Nackenversatz. Weißt du was, ich schicke dir das einfach zu, wenn ich fertig bin. Okay, okay, mehr macht dir keinen Stress. Das mit dem MS. Ah, ich merke gerade recht schnell Fehler. Ich hasse sowas. Ja, ne, alles gut. Alles gut. Ich bin aber heute auch mit dem Kopf nicht so hundertprozentig dabei. Ne, ich auch nicht, aber ich muss die heute fertig machen. Ich will morgen Abend eigentlich keine festen Termine mehr haben, damit ich mit Silvia noch ein bisschen was machen kann, bevor wir wegfliegen. Kann ich dich noch irgendwie unterstützen? Du kannst nicht das Gutachten für McKinney schreiben, aber da kann ich dir erzählen, worum es ging. Damit du da einmal Bescheid weißt. Herr McKinney hatte einen Vorfall bei einer Razzia, wo Leute mit Schneebellen auf die Officer geworfen haben und zweimal war wohl vielleicht sowas wie ein Stein oder so ein Schneeball dabei, warum Frau Brandt zweimal quasi ausgenockt wurde kurz. Oh, okay. Und Herr McKinney hatte halt versucht, Herr über die Lage zu werden und ist dann auch mit gezogener Waffe auf einen der Leute zugegangen. Hat wohl auch vorher nochmal einen Warnschuss abgegeben und die Leute hatten trotzdem weitergemacht. Und dann ist das zweite Mal das passiert, dass die Körper wegen diesem Schneeball umgekriegt ist. Und dann gab es darauf bei dieser Person, die das ausgeübt hatte, die direkt vorhin, stand wohl dann drei Schüsse in den Oberkörper. Drei? Warum kein Taser? Hat er was dazu gesagt? Darum ging es dann in dem Gespräch. Es ist halt ein bisschen kritisch, weil drei Schüsse sowieso schon sehr überzogen sind und natürlich auch die Frage mit dem Einsatz von Taser selber. Ja, oder Stammstoff. Man muss da sagen, das, was ich bewerten sollte, war ja nicht, dass ist das gerechtfertigt, die Situation. Das ist ja dann eine strafrechtliche Sache. Sondern es ging eher darum, ist der Herr McKinney denn jetzt überhaupt dienstfähig, nachdem das passiert ist. Weil er ja auch weiß, dass die Person, die er umgeschossen hat, im Krankenhaus verstorben ist. Oh, scheiße. Deswegen habe ich das unterteilt, das Gespräch in zwei Teile. Der erste Teil ist gewesen, wie er sich dann in dem Moment gefühlt hat, wie es überhaupt zu dem Vorfall gekommen ist. Einfach um auch so ein bisschen herauszustellen, war das so eine Übersprungshandlung? Könnte er in Zukunft wieder solche Situationen haben? Und das Zweite, jetzt, wo er dieses Wissen hat, wie geht er damit um? Ist er denn jetzt dienstfähig, nachdem er das weiß? Oder ist er eher so niedergeschlagen? Ich dachte, das sind so die sinnvollsten Sachen zum Ausarbeiten. So wie es scheint, so wie er das gesagt hat, wirkt das so, dass ihm das vorbeigebracht wurde. Nicht hier, sondern er hat ja als Police Officer schon woanders gearbeitet, wovor er nach Sanctus kam. Und dass ihm dort vorbeigebracht wurde, dass halt drei Schüsse in den Oberkörper bei einer Verteidigungsmaßnahme nötig sind, weil nach dem ersten Schuss eine Person meistens nicht stehen bleibt, sondern noch weiter rennen kann. Weil da ja auch eine gewisse Macht dahinter sein kann. Ja, aber ich verstehe es nicht, weil es waren ja an sich trotzdem Schneebälle, die einen nicht töten könnten. Er hat es halt als Gefahr gesehen, weil eben eine Kollegin schon zweimal deswegen umgekippt ist. Und weil wohl auch mehrere Leute dort standen und halt auch die ganze Zeit provoziert haben. Wohl auch kein Mitglied. Das heißt, durchaus kann die Einschätzung dann in dem Moment sein, okay, nur weil die jetzt keine Waffen gezückt haben, heißt das nicht, dass nicht welche dabei haben. Das ist auch schwierig, man war ja nicht bei der Situation dabei. Sie war bestimmt recht unübersichtlich. Das Ding ist, er sagt halt selber, dass er da auch wirklich bei vollem Bewusstsein war, als er die Sache gemacht hat. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil es wäre natürlich einfacher zu sagen, er hat da überreagiert und das kommt nicht nochmal vor. Oh, scheiße, ja. Ist das Ding, er sagt dann in den späteren deines Gesprächs, dass er es so nicht mehr machen würde und so, dass er daraus lernt. Das heißt, man kann ja durchaus argumentieren, dass er dann ja weiterhin auch bewusst mit solchen Sachen umgehen wird und dann auch bewusst dagegen sich entscheiden wird in Zukunft. Also die Erklärung ist eine, die werde ich einfach mal so niederschreiben. Es kann sein, dass man in dem Moment dann das nicht unbedingt sieht. Er hat auch beteuert, er hat zum Beispiel nicht mitbekommen, dass die Frau bewandt einen Taser hatte oder wer war die andere Person? Aufgeschrieben. Aber jemand, der neben ihm war, hat wohl einen Taser, aber das hat er nicht gesehen, sonst hätte er darauf vertrauen können, dass die Person tasert. Ja, meistens in solche Situationen sehr, sehr schnell. Das ist das Ding. Hätte er jetzt beteuert, ey, er hat das nicht so richtig mitbekommen oder hat emotional gehandelt und so, das wäre dann natürlich auch verwerflich. Aber das wäre dann nochmal etwas, wo man das anders machen kann. Ich habe ihn halt auch mal gefragt, ob er nach seinem besten Wissen und Gewissen gehandelt hat und dann hat er gesagt, ja, in dem Moment schon. er würde jetzt aber sagen, nein. Das war dann der zweite Teil des Gesprächs, ob er das jetzt mitnimmt oder nicht und er sagt, er geht halt da sehr reflektiert mit rum und er braucht auch dafür Zeit und versucht das halt in kleinen Schritten zu verarbeiten. Das finde ich dann wieder was sehr Sinnvolles. Deswegen ist er jetzt, zumindest was den Dienst an sich angeht, aus meiner Sicht auch dienstfähig. Wie ist das denn gerade? Ist er gerade auch im Dienst? Nein, er ist suspendiert. Suspendiert. Ja, bis das rechtlich geklärt ist. Ja, okay. Weil hört sich ja auch, je nachdem, was für Leute, wenn er mehrere Leute dabei sind und es gesehen haben, die sind glaube ich nicht so gut, darüber ihn zu sprechen, oder? Ja, ja, ja. Also das wird aufgearbeitet. Ich weiß jetzt nicht von wem. Ich nehme mal an, dass es direkt ein SDA-Fall ist. Oh meine Güte, das wird mich richtig hart belasten. Aber zumindest ist er in einem Mindset, wo ich jetzt sage, ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt heute oder morgen tatsächlich zusammenbricht, weil es passiert ist. So ein Typ scheint damit auch nicht zu sein. Was jetzt für ihn erstmal gut ist, aber vor allem so der erste Teil ist natürlich so, klar, man kann sagen, dann wird es in Zukunft nicht mehr passieren, aber dass es passiert ist, ist es natürlich dann nicht ein Affektding gewesen. Oder wenn dann halt nur, weil es halt so schnell gehen muss und dann eine schnelle, uninformierte Entscheidung getroffen wurde. Da ist aber dann die Frage, wie man das denn argumentieren kann, dass das in Zukunft nicht nochmal passiert. Ja. Oh Mann, Mann, Mann. Ach genau, nee, ich soll es Herrn Trimley und Herr Weiß schicken. Also nehme ich an, dass die beiden das... Herr Trimley? Mhm. Oh, okay. Ja. Gut, soll ich dich dann erstmal schreiben lassen? Ja, ich will jetzt erstmal für Blanche das Casey gut achtfertig machen. Das von McKinney würde ich gerne auch noch heute schaffen. Also du kannst gerne daneben stehen, aber ich werde halt nicht viel reden, ne? Nee, das ist okay. Dann lass mich, ja, ich... Vielleicht gehe ich auch außer Dienst. Heute ist der dritte Todestag von meinem Bruder. Ich bin eh mit dem Kopf nicht wirklich da, wo ich eigentlich sein wollte. Oh je, das wusste ich gar nicht. Sorry. Das ist okay. Das ist okay. Ich würde dann jetzt, glaube ich, außer Dienst gehen, wenn das okay. Nein, auf jeden Fall mach das. Nimm dir da deine Zeit, ja? Okay, ich bin Freitag nochmal da. Wenn du mir die Stichpunkte schicken könntest... Ich schicke sie dir nachher, wenn ich die anderen Sachen gelebt habe. Muss nicht heute sein, okay? Mache ich aber sonst morgen, ja? Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Dann pass auf dich auf. Gut, bis dann. Bis dann. Mach ich das nur, weil wir ja erstmal nichts zu tun haben hier und mit Herr Davis und so, da hat sie natürlich jetzt auch erstmal nicht den Kopf. Da kann ja auch aber auch keiner sagen, dass das... Sie hätten zu Herr Davis gehen können und das da regeln können. Weil jetzt... Ich klau nochmal was. Jetzt kreativ sein in dem Moment, ne? Ist natürlich... Kann keiner. Das kann keiner. Das ist nicht menschenmöglich. So. Oh, ein halbes Brathähnchen. Oh, nochmal ein Schicken. Ein Schicken. Cool. Boah, ich will hier immer aufmachen, ne? So, sie weiß ja, dass Juske gerade sowieso zu tun hat. Klang so, als würde er die Prüfung da irgendwie abnehmen. Die muss man gleich an den PC. Okay. Dann mache ich mal die Klamotten erst mal nach Hause, machen wieder Setmusik an, Leute. Es ist wieder soweit. So. Okay. Oh, 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 oh. Oh, warte. Schon wieder weiter vergessen. So. So. Wow. Ist aber alles so unordentlich hier. Das hier muss nach oben, Fräulein. Fräulein Erdbeer. Ja? So. Wir können das ja mal so machen, dass wir das nämlich hierhin machen. Guck mal. Dann kann das hier wieder... Oh, dann haben wir hier ein kleines Fach für unsere Sachen. Die meldet sich nicht mehr wirklich im Funk an, weil eigentlich, das machst du ja als Officer, es macht irgendwie gar keinen Sinn, dass sie das jetzt macht. Aber da kann sie nochmal irgendwie natürlich den Vorgesetzten fragen. So. Jetzt haben wir aber wirklich alles, oder? Ich kriege wieder Anfall hier. So. Ausstempeln. Kleine Entführung zum Dreijährigen. Boah, Alter. Die arme Frau. Überleg mal. Die arme Frau. Ja, stimmt. Hier gibt es doch einen Balkon. Wie komme ich jetzt hier auf diesen Balkon? Ist das der Balkon? Nee. Wir können mal gucken, wie wir da hinkommen. Vielleicht über die Treppen. Hallo? Nicht hier. Nochmal eine Rauchen. Was tun wir denn jetzt? Oh Gott, stell weg hier. Okay, warte. Warte, wir gehen nochmal komplett zur anderen Seite, ja? Das ist eine Etage, da wollen wir nicht sein. Oh. Also die 800 Vargos, wenn man sie immer braucht. Es gibt keinen Grund für die 800 Vargos. So, war das nicht hier jetzt irgendwo? Ist die Karte da legit? Scheiße, wo ist das denn? Warte mal. Wie? Ja, gut. 2, 1, wo ist die Scheiße denn? Ich will da hoch. Ich gucke jetzt die Karte da, ob die wirklich funktioniert. Wir haben gerade ein bisschen Zeit. Auf YouTube wieder Zusammenschnitt? Hä? Von was? Hä? Ich verstehe gerade nicht. Da vorne, da vorne. In der Sinne, mal eine Sache kurz gucken. Geil, dass du RP spielst. Little Pink Sabi, oh mein Gott. Ein bisschen ab und zu. Entschuldigung. Ja gut, Leute, das wird hier nichts mehr, ne? Oh, warte, da ist die Karte. Jetzt gucke ich mal. Das ist bestimmt eine Karte, die funktioniert. Warte. Aha. Aha. Keine Ahnung, wie komme ich auf den fucking Balkon? Boah, hier ist der Balkon. In der Dusche. Okay. Hey, ohne Scheiß, ich kenne diese Tür hier nicht. Wo führt sie hin? Nirgendwo hin, okay. Ja, gut. Da steht Balkon. Wieso komme ich von da aus nicht da drauf? Es war ein Spaß, Leute. Es war ein Spaß. Nein, ich glaube, ich habe den Balkon. Ich fasse es nicht. Ja, da steht, also der Balkon ist nämlich da, wo Balkon steht, ne? Oh, wie schön. Ah, wunderschön. Ja, dann. An der Möttonne mal einrauchen, ne? Und Leute beobachten. Yay. Oh, schön. Hier waren wir, glaube ich, noch nie drauf, oder? Ach, guck, wie schön. In drei Jahren waren wir hier nicht einmal drauf. So. So, wir ziehen heute richtig unsere Dinge ab. Also ich werde nicht so oft trotzdem in den Chat reden, weil ich möchte wirklich, ich mache das jetzt die ganze, diese Immersion, mache ich die ganze Zeit kaputt, ne? Es tut mir wirklich leid. Sorry. Ich sage, wenn die Musik zu laut oder zu leise ist, ne? Ich sage, wenn die Musik zu laut, oder zu leise ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Ich muss uns mal kurz rausbringen, denn ich weiß tatsächlich nicht mehr, wo das war. Und wenn ich nicht mehr weiß, wo das war, weiß Ariana auch nicht mehr, wo das war. Und das ist eigentlich sogar ein gutes Zeichen. Es kann hier gewesen sein, aber ich bin ganz sehr unsicher, weil ich meine, hier war das ja dieses Golden Olympus Ding. Aber eigentlich waren es ja so abgelegene Garagen. Ich glaube, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wo das war, was eventuell ganz gut ist. Ich wollte wirklich zu dieser einen Garage gehen. Ich gucke trotzdem noch mal ganz kurz. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war der erste Gedanke doch der richtige, wie bei der Garage damals. Das war der erste Gedanke. Kamera überwacht. Ja, ich glaube, da vorne ist es tatsächlich. Ne, das ist Kamera überwacht. Oh mein Gott, wir können ja auch gar nicht zurück hier. Wir müssen da durch. Wir müssen so oder so da durch. Um zu winden. Was ist das oder was ist das andere? Da ist doch die Nummer nicht mehr. Oh mein Gott. Ne, ich gehe lieber. Ich weiß nicht, ob sie hier überhaupt sein dürfte. Ich gehe mal lieber. Ich gehe mal lieber. Wir machen das mal nicht. Schade. Die war ja jetzt schon mehrmals hier. Die war ja auch mit Garfield und so da. Achso, hier ist auch die Rennstrecke. Ja, okay. Eigentlich können wir da hin. Wir können ja sogar dann hier parken. Ah, okay. Gut, dann ist das sehr. Wir können ja später mal schauen. Aber ich gehe mal. Ich gehe mal. Okay. Ich gehe mal. Okay, dann ist das sehr. Ich gehe mal. Wir können ja auch mit. Da ist das sehr. Wir können ja auch mit. Wir können ja auch mit. Ich gehe mal hin. Wir können ja auch mit. Ich gehe mal hin. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. So, falls was passiert, weiß ich mal, die ja beworben sind. Du musst dir eigentlich vorstellen, dass sie die ganze Zeit Leute arbeiten. Ich hab wohl 20 oder 52, I don't know. Ja, die ist super. Oh, die geht jetzt die volle Ladung Drama ab, die Arme. Oh, Entschuldigung, ich bin ruhig. Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, ob es davor oder noch. Oh, die Gomma. Oh, die Gomma. Oh, die Gomma. Oh, die Gomma. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hi Hi Oh, ich hab dich gewunden Na komm her Was machst du denn alleine hier? Ich wollte die Orte abfahren Von meinem ersten Tag hier Ich hab das vergessen Ja Ich hab's vergessen Wo es war Der Ort? So ein Ort, das weiß ich noch So ein Rump runter Und innen war Sessel Und ganz ekelhafte Ledersessel Wo die uns hingemacht haben Aber ich weiß nicht, ob es hier war Warst du Alleine da? Nein, das waren Leute aus der Faustzeit Ähm, die haben Ich und mein Bruder Hier in zwei Autos eingepackt Das weiß ich noch Ihr wurdet entführt? Ja Ich weiß, dass du mir immer gesagt hast Dein Bruder heißt Damals, als wir irgendwie auf diesem Hügel oben Ah ja, stimmt Wie heißt der nochmal? Bob Bob Okay, dann war Bob und du Entführt und dann? Dann haben sie uns Beide aus dem Wagen geholt Und Unser Auto, das wir hatten Auseinandergenommen In der Garage In irgendeiner Von den Garagen Also eine Garage Wo man Autos auseinandernehmen kann? Ja Und es ging Aber ich bin mir nicht mehr sicher Ich glaube, es ging auch so runter Wie hier Okay Ähm Willst du weiterreden, was dann passiert ist? Ich hatte es eigentlich schon aufgearbeitet, das Thema Vielleicht kommt ein Hinweis Wir waren da drin Und ich weiß noch, wie ich Dann versucht habe, meinen Bruder zu beruhigen Der War ein bisschen Ähm Er wollte mich beschützen Weil ich gemeint hatte Und irgendjemand meinte dann, dass Eine Bemerkung war Ein Gewicht gemacht Und meinte, dass er doch Ähm Aufhören soll Ihn zu nerven Und was so Ja Da war ein Stromkasten An der Seite Und ein brauner Ledersitz Ausgebahrter, glaube ich Aus einem Auto Drinnen Drinnen, ja Ich habe schon geschaut Die Garage geht eigentlich auf Ich weiß Ich glaube, dass es waren auch mehrere Garagen hintereinander Aber ich traue meinen Meine Erinnerungsvermögen nicht seit Also als ich da noch vorne spaziert bin Waren da drüben ganz viele Okay Sollen wir da mal schauen? Ja Okay Mein Bruder war die ganze Zeit So laut Und hat gesagt Dass sie uns in Ruhe lassen sollen Und Der eine Typ Hat eine Waffe gezogen Und Sofort angefangen zu schießen Und ich weiß noch Wie ich gewartet habe Auf die Polizei Weil ich dann angerufen habe Und Es hat gefühlt Gefühlt Stunden gedauert Aber Also nur gefühlt Ich weiß nicht mehr Wie lange es gedauert hat Dass sie Als sie dann hier waren Aber die Garagen hier vorne sind es nicht Glaube ich Und die da? Genau Glaube ich auch nicht So nach unten Wir sind von oben nach unten Irgendwie reingefahren Oder geradeaus Ich weiß Ich weiß es nicht Ich habe es vergessen Ich habe es einfach vergessen Lass mal in den Kreis rumgehen Um Um die Gebäude rum Oder so Ich bin gerade auf Auf einem Inseln Irgendwie schon rumgelaufen Und habe geschaut Okay also du Also umgefahren Du hast die Polizei gerufen Und Gefühlt die Stunden gewartet Alleine bei ihm Oder waren die anderen Nein Nicht da oder doch Ich war außerhalb der Garage Damit die mich sehen Ich Ich mache mir bis heute Vorwürfe Dass ich nicht bei ihm war Ich war draußen Aber ich dachte Wenn ich reingehe Dann sehen die doch gar nicht Welche Garage das ist Da konnte man noch nicht Seinen Standort schicken Und dann meinten sie Dass er wieder aufgewacht sei Und ich hatte so unglaubliches Glücksgefilm Auch als sie da waren Im D auch Ist denn Kannst du dich erinnern Welche Also sind da irgendwelche Cops dabei gewesen Die du kennst Oder Sind da vielleicht Oder erinnerst du dich An PD-Nummern oder so An Frau Collins Erinnere ich mich noch Eine Frau Collins Kennst du sie Also ich weiß nicht Ich kann versuchen sie anzupfen Ich habe länger nichts mehr Von ihr gehört Collin Sie arbeitet im PD oder Nicht mehr Schon lange nicht mehr Aber sie ist ziemlich gut Mit Eddie Ach du meinst Isabelle Genau Isabelle war Isabelle Ja sie ist glaube ich Zu David geflogen So was hat sie gesagt Scheiße Also in Urlaub Okay Hier geht es auch runter Aber Ja Ich glaube ich erinnere Ich war auch nochmal hier Bei so einer Traumabewältigung Ich erinnere mich ein bisschen An Reifen Meine ich Außen Ich bin mir aber auch nicht Hundertprozentig sicher Okay Soll ich mal reingehen Ja da war so ein Ledersitz Was soll ich reingehen und beschreiben wie es aussieht Ja das ist super Okay Also es sieht aus wie eine Werkstatt Wo man was mit Autos machen kann Okay Da ist eine rote Kommode und drüber steht ein Ledersitz Oder so ein Autositz Dann kommt Strom Und ein Autositz Der Autositz in der Ecke auf dem Boden Mhm Ich komm mal rein Und noch ein Stromkasten Warte mal ich guck mal kurz wegen der Tür Hallo Also die Tür ist verriegelt und ich sehe keine Kameras Okay dann Ja 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 Ich kann nicht mal mehr weinen Ja Ich kann nicht Ich kann nicht mal mehr weinen Das ist so komisch Ich war hier zu so einer Ach ja da war ich ja Opfer Das darf ich ja jetzt hin zu so einer Tatortbegehung Das ist Vielleicht ein Jahr her War so Da war es ja ganz schlimm Aber jetzt ist es Sollen wir Sollen wir ein Papillon holen und sie da hinlegen Oh mein Gott ist ja eine Das ist ja eine schöne Idee Lass uns das machen Einen richtigen Kranz Ein richtiger Kranz Wenn das irgendwie aufhört Aber wir müssen uns merken wo das ist Ähm Wir schauen das uns gleich außen an Ich weiß nur dass man auch unter unfassbar weit weg Also dein Auto weit weg ist Wo ist dein Auto? Ähm Es ist irgendwie so ein Parkplatz Da stehen zwei Autos Deswegen habe ich meines auch da abgestellt Auf einem großen Parkplatz ist auch mein Auto Ah dann Ist es vielleicht gleich Wir müssen zu einer Tankstelle gehen Ja ich war tatsächlich Auf dem Weg Habe ich bei Ähm Davies an der Tankstelle geschaut Die haben Keine Blumen Ich dachte Oh Ich wollte dir sowieso Blumen mitbringen Du bist aufmerksamer als ich Heute Ja bei der Hingang hätte es glaube ich welche Gibt es glaube ich welche Lass ich mal Eine Sache kurz machen ja Ja Ich möchte ganz kurz was Aufschreiben Dann kann ich Wie geht es dir? Okay Ich habe heute noch etwas anderes Einen anderen Ort den ich besuche Zusammen mit Justa Wo ich dir ein bisschen was erzählen möchte Immer mein Bruder Und tatsächlich habe ich da Heute die ganze Zeit Angst vor Ich schreibe ihn nicht mal mehr Auf seine SMS zurück Weil ich einfach gerade so Weiß nicht Kennst du das wenn du Weißt dass irgendwas blödes Emotionales passiert Und du baust eine kleine Mauer um dich auf Damit du irgendwie über den Tag Überstehst Ein Schutzschild? Ja Ja Eine Überwindung wie wenn man Sport macht Dass man erst nicht Lust hat Aber dann fühlt es sich unfassbar gut an Ich glaube es ist vielleicht ein bisschen so Ich habe trotzdem Angst davor Ich habe ein bisschen Angst Dass er anders über mich denkt Oder Weißt du Er hat selbst sein Päckchen zu tragen Und ich Verlasse ihn dann gleich noch mit meinem eigenen Aber wenn Wenn Josuke jetzt irgendetwas hätte Dann würdest du ihm doch gerne zur Seite stehen Richtig Immer Ja Ich glaube Ich könnte mir vorstellen Es geht ihm genauso Ich könnte Ich kenne ihn zwar nicht gut Aber Es macht ihn vielleicht glücklich Dass du dich ihm öffnest Ja mal schauen Lass uns Blumen holen Das ist eine schöne Idee Lass uns Blumen holen Okay Äh Das hat nicht offen Aber wir gehen mal Zur Yin-Yang-Tankstelle Und gucken mal da Ob die was Schönes haben Okay Wir müssen nur schauen Wegen dem Autos jetzt Welches Der ist Ich hatte erst Angst Hier hinzufahren Aber ich konnte nicht wenden Ich musste dann durch diese Ja Diese Kontrolle da fahren Hast du jetzt Angst Hier zu sein? Jetzt nicht mehr Nein Okay Ich hatte gerade Angst Hier zu sein Muss ich ganz ehrlich sagen Es war ein bisschen so Ich hab ein bisschen das Gefühl gehabt Dass Das ist ein blödes Gefühl Dass wenn jetzt irgendwas passiert Dann bin ich halt selber schuld Und dann hatte ich In der ganz kurzen Zeit Ein gleichgültiges Gefühl Aber jetzt Jetzt nicht mehr Okay Ganz schön mutig Von dir Das war Du solltest besser wissen Ja Jeder trauert halt Auf seine Art und Weise Ich hab drei Jahre jetzt schon getrauert Ich hab Ich glaube nicht Dass es jemals genug gibt Oder denkst du schon? Ich breche immerhin nicht mehr zusammen Oder heute die ganze Zeit Es ist schon mal ein Fortschritt Ja und Ein Verlust bleibt ein Verlust Vielleicht kommen irgendwann dann Vielleicht überwiegen irgendwann die Schönen Erinnerungen Hast du denn schöne Geschichten Von ihm? Von ihm? Nun Da überwiegen die Negativen Die wir zusammen erlebt haben Leider Oh Ich habe nicht solche Geschichten Wie mit euch Einzig schöne Geschichte Einzig schöne Geschichte ist Dass er mal eine gute Zeit hatte Er war tatsächlich damals Country-Singer Relativ erfolgreich Auch der Ja Er sah auch Nicht so aus wie er am Ende aussah Es war gefühlt ein anderes Leben von ihm Und dass wir nach Las Santos konnten Und dass wir überhaupt das Ticket dazu hatten Das waren ehemalige Fans von ihm Die ihn nicht fallen gelassen haben Als bestimmte Dinge passiert sind Und er den Beruf nicht mehr ausruhen konnte Wir haben ihn halt diese zwei Tickets noch bezahlt Und dann sind wir weg Und dann ist dieser Scheiß-Tag hier passiert Oh Mann Es tut mir so unfassbar leid Es ist vergangen Und wie ist das eigentlich bei dir? Hast du mal jemanden verloren? Ähm Ja Um ehrlich zu sein ist Ähm Hab ich äh Hab ich mir noch nicht die Zeit dazu genommen zu trauern Wie lange ist das hier? Seit ich es weiß oder seit es passiert ist? Beides Wissen tue ich's ne Woche Was? Passiert ist es Glaub ich vor fast einem Jahr Willst du darüber reden? Ich glaub Ich glaub wir kümmern uns erstmal Also wir holen erstmal Blumen und wir kaufen vielleicht eine Blume mehr Okay Dann können wir ihn auch noch besuchen Dann machen wir das ja Wir machen das Okay Und Wenn immer du etwas sagen möchtest Wir sind alle für dich da Das weißt du Danke Soll ich fahren oder Könntest du vielleicht gerade fahren? Ja Ja Mein Kopf ist heute einfach nur komplett wisch Ich hab aber ein bisschen Angst, dass ich hier nicht mehr rauskomme Wie meinst du das? Ich Weiß nicht mehr genau, wie ich hier zu diesem Parkplatz gekommen bin Ich fahr jetzt einfach mal Ja, es ist ja ohne was ich nicht Es ist Ich Weiß halt nicht so genau, ob man jetzt so und hier fahren darf Weißt du? Ja, das Problem kenne ich Das hatte ich gerade nämlich auch Und wegen dem Schnee und so Ist es noch schwieriger? Mhm War ich jetzt hier links oder geradeaus? Ich glaube links Ich würde links fahren, ja Ich sehe da hinten schon die Straße Rechts jetzt wieder? Links würde ich nochmal, oder? Fahr lieber rechts Ich glaube, ich bin hier auch in so einem Stand vorbeigefahren Ich überlege gerade, ob irgendwo Nee, das war nicht Folge einfach so ein bisschen dein Bauchgefühl Ja Ich glaube, dein Bauchgefühl ist nicht richtig Ich glaube, hier Seht man hier auf dem Highway Sieht so aus, wenn ich aufs Navi schaue Ja, da fahren wir immer das Wasser Wir müssten dann jetzt in die South fahren Okay Oh, was für ein Tag Mir graue ich das einfach für später Weißt du schon wann? Naja, wenn er irgendwann in den Feierabend geht Aber ich schreibe ihn da jetzt auch nicht Ich glaube, jetzt habe ich mich verfahren Wir schaffen das Ich fahre einfach Irgendwann kommen wir schon an das Ziel Soll ich, soll ich, ich markiere das einfach auf dem Navi der Zeit So ungefähr Wir wissen ja, wo ungefähr Warst du aber heute ein bisschen arbeiten? Du meintest, du lenkst dich mit Arbeit ab? Ja, aber tatsächlich Ja, kann ich dir nicht viel zu sagen Sagen wir mal, ich hatte nicht genug zu tun Und nicht den Kopf um etwas Neues Um das ich mich kümmern muss Zu starten Ah Das war ein bisschen das Problem gerade Verstehe Hattest du eine Beerdigung für deinen Bruder? Ja Gibt es auch einen Platz auf dem Friedhof? Nein, leider nicht Wir haben seine Asche Weißt du, wo dieses Hast du das Wort, der für dieses Kannibalendorf ist? Ja, aber ich meine Das war genau das, wo Ich glaube Da warst du dabei Ja, ja, ja Irgendwie Ich meine mich an das zu erinnern, ja Da waren wir da oben, ja Genau, da haben wir die Asche verstreut Und da gibt es ja diese Insel Und ich bilde mir einfach immer ein Dass wenn ich auch da oben bin Und auf die Insel schaue Dass die Asche halt da hingeflogen ist Und irgendwie ist das ein bisschen so Wie in einem Friedhof geworden Das ist schön Hättest du denn gerne vielleicht einen Platz auf dem Friedhof? Oder denkst du, das braucht es nicht? Ich glaube, das braucht es nicht Er ist sehr lieb von dir, dass du fragst Ich meine, er hätte das verdient Aber ihn kannte keiner außer Ich Für eine Frau Sorkin Die habe ich auch schon länger nicht Frau Collins hat ihn kennengelernt Aber sie kannte ihn halt auch nicht wirklich Die meisten PD-Officer von damals Sind glaube ich nicht mehr im PD Okay Und halt die anderen Leute, ne? Die Immer noch hier irgendwo rumlaufen Oh Die konnte man nie schnappen? Nein Wie, weißt du, wie oft ich mir eigentlich vorstelle, wenn ich Als ich in Uniform unterwegs war Wie oft ich mir vorgestellt habe, dass derjenige, der gerade mit mir redet Eventuell sogar daran beteiligt war Und ich es einfach noch nicht weiß Stimmt, daran habe ich ja nie gedacht Ariane, du machst echt viel durch Das merkt man dir nicht auch Ich habe ein bisschen Übung damit aus der Vergangenheit Oh Ich kenne vieles nicht anders Aber du hast auch sehr viel mitgemacht Dir Ja, aber Keiner war Ich habe euch und Ja Das zählt Wir holen zwei schöne Blumenströße Das machen wir Danke, dass du da bist Sehr gerne Eigentlich denke ich immer, ich wirke wie ein Trauerklus Versuche mich immer ein bisschen mehr zusammenzureißen Nein, das brauchst du nicht Trotzdem die erste, die das Gegenteil behauptet So, schön Weg, Hilfe Ich meine wirklich, ich meine das wirklich Wenn ich das höre, was du da durchmachen musstest Und dich dann sehe Dann Also du bist stark Auf jeden Fall Welche gefällt dir? Welche kannst du mir empfehlen, die schön aussehen, wenn ich sie da hinnecke? So ein bunter Strauß? Ja, ich habe mich letztens beraten lassen Und ich glaube, die sind auch gut geeignet jetzt für die kälteren Temperaturen Dann kaufe ich so einen Soll ich zwei kaufen? Ja, das wäre auch Oh, weißt du, wo man die herkriegt? Ja Oh, ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen in meinen Taschen Oh, warte, ich nehme die eine Oh, warte, da muss ich kurz ran Hi Oh, ja Kann ich machen Das ist mir jetzt ein bisschen Ah, okay Äh, Mia, richtig? Okay, ja Kein Problem Okay Ja, ich bin gerade an dir vorbeispazieren Ja, ja Aber zum Einkaufen Alles gut Okay Gut Dann Schönen Feierabend Bis dann Ciao Okay Geht's oder soll ich noch einen nehmen? Also ich habe jetzt einen Strauß, der reicht eigentlich Okay Na gut Wollen wir mal Dann wollen wir mal Ist das wegen dir einen Job gerade? Äh, ja, ja Sie hat, ähm Aber alles gut Ach, das habe ich dir noch gar nicht erzählt Nee Bring mich gerne auf andere Gedanken Okay Ähm Also Die Yin-Yan-Tankstelle hat mir geschrieben Dass sie mich sehr gerne weiß Ich hätte noch, bevor ich Äh, mich vorgestellt habe Oh Aber, ähm Wird er da rein? Naja Äh, aber Viola Hatte, ähm Kennt mich noch Also halt einfach Durch meine Auslieferung von der Schokolatterie Und Wusste, dass sie sich auf mich verlassen kann Deswegen, äh Hat sie mich direkt eingestellt Oh, das ist ja fantastisch Das freut mich für dich Dankeschön Und ich war gestern jetzt das erste Mal da Zum Gucken, ob ich mich zurecht finde Und Ja Ähm Ähm Vorhin, als ich Kurz da oben war, um zu gucken Ob es was zu tun gibt Hat mich Mia gefragt Ob ich dann vielleicht später einfach die Leitstelle nehmen kann Oh Wäre das das erste Mal heute? Ähm Ja Wäre das erste Mal Das ist Ich glaube, du wirst bestimmt noch glücklicher werden Als In Westpucci bei dem Supermarkt Weil hier ist Hörst du auch mehr Leute, mit denen du reden kannst Und Äh Ja Ich Äh Das ist echt immer ganz schön viel los Da Sind alle voll Und soll ich es auf dem Navi mal markieren Nochmal Oder geht das Bis jetzt Ja, ich glaube doch Ich glaube, irgendwann kommt die Zeit Weil ich mich nicht mehr zurecht finde Wir müssen nur schauen wegen dem Parkplatz Aber vielleicht können wir ja auch einfach zur Garage Ich habe mir auch gerade gedacht Vielleicht können wir da einfach hinfahren Dann können wir auch ein bisschen Ja Ich denke schon Okay Können wir auch direkt losfahren Wenn es dir unwohl wird oder so Alles gut Es ist irgendwie gesagt Drei Jahre Das einzige, was einem Bauchschmerzen macht Ist heute ein Gespräch, das mir noch bevorsteht Also was hast du denn Oh warte, Telefon Ja Telefon Was ist das da vorne? Äh, ja? Hast du gerade eine Minute oder eher schlecht? Ähm Ich fahr gerade mit einer Freundin zum Hafen Ja Bis dann, tschau Ja Bis dann, tschau Vielleicht nochmal was für die Arbeit Oh Gott, ich glaube, jetzt bin ich falsch gefahren Ich glaube, ich bin da Und du kommst? Ja, hier bin ich auch Alles gut Und du kommst dir gleich trotzdem dorthin Das ist, glaube ich, sogar der bessere Weg Okay Boah, ich kenne mich hier so gar nicht aus Ja, wärst du nicht da gewesen? Ich Dann wird mir weiterhin Vorwürfe machen, dass ich es nicht gefunden habe Ich bin so froh, dass du gerade da gewesen bist Sehr gerne Wirklich Ich glaube, das musste jetzt gerade einfach so sein Hm Ich glaube, wir müssen nochmal hier gleich so wenden Also Ich bin vor Ich bin vorhin nämlich Hier Oh Reingefahren Ich glaube, ich bin vorhin auch hier reingefahren Aber hier war auch immer Hier war noch immer die Versteigerung Da konnte man auch einfach so hin Hier Rechts von uns war mal eine Fahrzeugversteigerung Hm Äh, jetzt habe ich aber trotzdem die Orientierung wieder für mal Hm Fahre man hier gerade aus und rechts dann Also jetzt hier Hm Ja, da ist Containerschiff Dann nochmal geradeaus Ah, da war ich vorhin wirklich Damit sind wir, glaube ich Wenn ich Wir sind doch gerade von hier gekommen auch Ja, da ist wieder dieses Perfekt Scheißhafen einfach Wir sind ja zweimal richtig beschissene Sachen passiert Und eine Sache davon war halt das mit Bob Ich hasse diese Scheißhafen so sehr Ähm Jetzt ist es falsch Warte Ich wollte dich vorhin, glaube ich, fragen Ähm Weißt du denn schon genau, was du mit ihm Also worüber genau du mit ihm reden möchtest? Er fragt mich immer so viel über meine Vergangenheit Und ich habe ihm nicht wirklich was erzählt Ein bisschen was Ich glaube, heute ist so ein guter Tag Mal zu erklären, wieso Ähm Wie mein Bruder so viel bedeutet hat Und ähm Eine andere Sache, für die ich Ähm Schwierig eher Es ist schwierig Okay Es ist dann sehr viel Scheiße passiert Lass dir einfach zeigen Macht dir keinen Druck Okay Irgendjemand wird sie wegräumen, aber Jetzt liegen sie gerade da Heute Es reicht Es war mein Beschützer, Lia Es war von klein auf mein Beschützer Der einzige once in der Familie, der mich beschützt hat War es dein großer Bruder? Ja Aber nur ein Jahr Ich habe noch einen Bruder Ein äh Etwas älterer Von dem ich hoffe, dass er wirklich Niemals hier auftaucht Oh Er hat aber schon mal jemanden geschickt Hier nach Los Santos, um nach mir zu sehen Solltest du irgendwann jemanden kennenlernen? Der zugegebenermaßen sehr gut aussieht Und extrem charmant ist Und du bist Nicht dumm Du weißt, wann du manipuliert wirst Und einen sehr manipulativen Charakter hat Sehr edel gekleidet Ja Gleicher Nachname Und äh Auch wenn es jetzt komisch klingt Ähm Er heißt Bobby Oh Bob und Bobby Ja Meine Eltern sind da ein bisschen Halt eigen Ähm Auf jeden Fall Sollte dir So jemand irgendwann mal begegnen Dann Sag mir Bescheid Und sag ihm definitiv nicht, dass du mich kennst Okay Versprochen Mhm Willst du noch einen Moment für dich? Ich schau, dass du sicher bist? Es ist alles okay, Lia Ich kann das nicht alleine Okay Wir können gehen Ich glaube, er wäre stolz auf dich Ich glaube auch Sehr viel am singen Er hat eine super Körperform Und kann wieder normal schauen Und hat eine normale Stimme Und schaut zu seiner kleinen Schwester runter Und ist stolz auf sie Ich hoffe Er soll aber nicht schauen, wenn ich auf Toilette bin Oder sowas Das wäre mir sehr unangenehm Denkst du, das macht er? Denkst du nicht darüber nach? Wenn man sagt Hey, sie schauen auf dich hinab Und dann bist du irgendwie auf Toilette Oder Ich glaube, ich werde nie wieder auf Toilette gehen Toll Was wollte ich jetzt auch? Jetzt gehe ich auf Toilette Aber deck mich vorher zu Ich hätte dir das nicht sagen sollen Es ist schon irgendwie gruselig Zu wissen, dass irgendwie Ich meine Auch bei so peinlichen Sachen Ich weiß nicht Denkst du, es gibt bei denen vielleicht so einen Zensurbalken? So einen himmlischen Zensurbalken Oder einen höllischen? Ja Ich hätte gerne einen höllischen, muss ich sagen Mit so ein bisschen Feuer drumherum So rauchig? Oder wie eine Flamme? Wie eine Flamme Oh Ich würde jetzt in mein Auto springen Und dir dann hinterher fahren, okay? Okay, perfekt Und wo ist es ungefähr? Dein Auto? Nee, da wo wir dann hinfahren Achso, auf dem Friedhof Welcher? Morningwood Ist eines von den Autos deines? Äh, ja Also nicht meistens von Justi Okay Ich fahre die hinterher Moment Sehr gut яти und meistens von''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss sie auch nicht. Sie muss nicht so sein wie er. Ich muss sie auch nicht so sein. Alles okay? Ich muss Energie auftanken. Okay, ich mach das auch mal. Ich muss sie auch nicht so sein. 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 Okay. 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 Ich muss sie auch nicht so sein. Ja? Okay. Genau. Heute ist der dritte Todestag meines Bruders. Und ich muss sie auch nicht so sein. Und ich bin ja mit einer Freundin auf dem Fetthof. Ja. Okay. Dann pass auf dich auf und komm wieder zurück. Ja. Ja. Okay. 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 Mit einer Partei macht es so vieles Sinn. Ich habe Jay einige Male getroffen seitdem du weg warst, immer durch Zufall. Und jedes Mal wenn ich sie getroffen habe, war sie am Ende einmal lag sie sogar im MD und war schwer verletzt, und es hieß immer, gerade als jemand gestorben, den ich kannte. Und eines von diesen Malen war wahrscheinlich er. Um ehrlich zu sein, bin ich im Moment ein bisschen sauer auf Jay. Weißt du, ich habe euch getroffen und ihr habt mir Geschichten erzählt, aber in erster Linie habt ihr euch gefreut. Ich habe Jay zwei Minuten gesehen und dann ging es los mit, was alles schlecht ist. Ich meine, das mit Martin musste sie mir irgendwann erzählen, weil sie wohnt in dem Haus, wo er wohnt und ich wollte klingeln bei ihm. Und dann ging es weiter. Sie hat mir das erzählt und es kam eine schlechte Info nach der nächsten. Und ich habe ihr gesagt, sie soll damit aufhören. Ich habe noch gar nicht bestanden, dass Martin nicht mehr lebt. Und auf dem Weg zum Friedhof hat sie mir noch von jemandem erzählt, der nicht mehr lebt und der mir auch Sinner stand. Das war alles in nicht mal zehn Minuten. Aber dafür bin ich noch nicht bereit. Erst mal, Martin. Lia, immer wenn ich sie getroffen habe, habe ich solche Geschichten gehört. Mit einer, ich sag mal, depressiven Stimmung. Einer sehr traurigen, depressiven. Und sie sagt es einem dann auch. Sie fragt mich vorher, darf ich dir was sagen, was mich belastet. Sie sagt es einfach. Das stimmt. Aber vielleicht ist das so ihre Art, damit umzugehen. Vielleicht hat sie tatsächlich niemanden, der ihr auch nur einmal zugehört hat in der ganzen Zeit. Kann dir sagen... Sie erzählt einfach. Das ist das Problem, weißt du. Sie hat... Aber ich bin echt enttäuscht von ihr. Und sie mich hintergangen hat. Weißt du, das ist genau der Punkt. Familie bedeutet nicht, dass man blutsverwandt ist. Oder? Da oben rinnt jemand. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen erschrocken. Oh. Mein Friedhof rennt es natürlich auch noch interessant. Aber okay, ist sehr weit. Entschuldigung. Sie ist... Alles gut, kein Problem. Es ist auch echt gerade ein bisschen... Es ist echt eine sportliche Person, wie der da hoch rennt. So sehr einig? Ja. Sie ist halt wirklich der Beweis, dass Familie nicht unbedingt von Blut abstammen muss. Aber warte mal. Sie ist doch dein Cousine, oder nicht? Ja, aber ich stehe ihr nicht so nah wie so manchen anderen Freunden, die zur Familie geworden sind. Die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Mit David. Mit euch. Ja. Ich vermisse David. Ich vermisse mein Brüderchen tatsächlich. Sehr. Ja. Ich auch. Ich vermisse die Art Freundschaft, die wir danach hatten. Das Vertrauen. Ich glaube, wir sind einfach dafür bestimmt. Wir gehören zusammen, aber nicht als Paar. Hast du irgendwie schön gesagt? Ich meine, das muss man auch rausfinden, oder? Kannst du, wenn er hoffentlich irgendwann wieder da ist? Ja. Okay, danke, dass du mich begleitet hast. Wann hat er... Entschuldigung, wie war nochmal sein Name? Marty. Marty. Wann hat Marty dir geschrieben gehabt? Das letzte Mal, die letzte SMS. Ähm. Am 5. Dezember 2022 vermisst du dich, kleine Schwester? Über ein Jahr? Ja, ein Jahr. Ich bin, ähm... Ich glaube, wenn ich Jay richtig verstanden habe, ist es im Januar dann passiert. Hast du dich schon mal hier hingestellt, hier hingesetzt und einfach nur mit ihm geredet? Ja. Was du auf die SMS antworten würdest? Ich habe eben auf die SMS geantwortet, als ich noch nicht wusste, dass... Hast du mir leid, ihr? Hast du mir leid? Ja. Das Leben kann schwer sein, aber auch schön. Und ich habe auf jeden Fall echt viele schöne Momente mit ihm verbringen können. Im Endeffekt sind wir sowieso irgendwann wieder alle zusammen. Irgendwann. Darf ich ganz fest? Vielleicht trifft er da oben auf, Bob. Ja, das wäre bestimmt sehr interessant. Er sucht vielleicht ein Konzert. Na, Countrymusik hört auf jeden Fall. Aber es kann mich nicht vorstellen. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Aber wer weiß. Er hatte am Weihnachtsmarkt vor zwei Jahren Fina geheiratet. Wem? Marty hatte Fina geheiratet am Weihnachtsmarkt vor zwei Jahren, glaube ich. Wer ist Fina? Fina. Fina hat sehr lange im Lolitas gearbeitet. Immer. Nein, das stimmt nicht. Ich wollte sagen, immer blaues Haar, aber sie hatte nur eine Zeit lang blaues Haar. Waren Sie bis zum Schluss verheiratet? Nein, leider nicht. Die beiden haben sich getrennt und er war dann mit einer Anwältin zusammen. Ich glaube, Kate heißt sie. Kate? Ich weiß noch, wie ich auf einer Geburtstagsfeier war und jemanden kennengelernt habe. Die Frau hat mir erzählt, dass sie ein bisschen verliebt ist in eine Anwältin mit einer wundervollen Stimme. Und dann hat sie Kate beschrieben und dann habe ich lachend zu ihr gesagt, ja dann träum weiter, weil sie ist schon mit meinem Kumpel zusammen. Ich wurde am Flughafen von Ginny abgeholt und diese Frau war, sie heißt Jess, sie war mit dabei, als sie mich am Flughafen abgeholt hat. Dann habe ich gefragt, um was bei euch so geht und sie hat gesagt, ich bin mit Kate verheiratet und ich weiß noch, wie du gelacht hast, dass sie ja schon mit Marty zusammen ist. Also waren sie nicht zusammen, als das passiert ist. Ich weiß nicht, ob er alleine war oder nicht. Ich überlege die ganze Zeit den Namen Kate anwältin. Ja, sie hat mich auch mal bei einer Sache, also nicht mich, aber Redwood hat sie mal vertreten. Wie heißt sie denn noch? Ich habe sie. McKnight. Catherine. Kate McKnight, glaube ich. Das hat sie dich noch nie gehört. Ja. Ich hoffe, sie hat ihm das Herz nicht gebrochen. Ja. Ich habe gestern jemanden kennengelernt, die heißt Murphy. Auch so wie du? Okay. Ja, hör zu, wenn ich sie heiraten würde, würde sie Murphy Murphy heißen. Ist das so? Ich meine nur, weil sie heißt zum Vorname Murphy. Oh mein Gott. Ja, ist schon irgendwie lustig. Sie ist denn wirklich Murphy Murphy? Ja. Schon. Ja. Deswegen. Ich heirate sie nicht, aber es wäre trotzdem irgendwie lustig. Sie wäre einfach ein Double Murphy. Ich meine, man kann es ja mal einfach aus Joke dann machen. Ja, das habe ich gestern auch gefragt. Oh, danke, Hose. Ich liebe dich so sehr. Danke. Nein. Danke, danke. Danke. Oder vielleicht doch. Liebe, danke, danke. Wow. Also, Joke. Naja, ich überlege gerade. Max und ich, wir wollen mal aus Joke heiraten, aber das ist wohl ziemlich schwierig, weil man weiß, halt in der Stadt mittlerweile, glaube ich, wissen viele, natürlich nicht die ganze Stadt, aber viele, dass Max auf Männern nur steht. und das wäre ein bisschen schwierig geworden, das wäre dann rausgekommen. Oh. Oh. Stimmt. Na und? Eigentlich egal, oder nicht? Ja, Max hat einen tollen Nachnamen, aber ich glaube, den Nachnamen, den ich dann bald haben werde, das ist der Ultimative. Oh, ähm, ich habe es einmal gehört, aber ich weiß nicht mehr. Dann würde ich heißen Ariane Kurayame. Ariane Kurayame? Mhm. Das klingt wie ein Künstlername. Irgendwie schon, oder? Ja, wirklich. Apropos Künstlername, wollen wir zurück zum Auto spazieren? Ich, ja, ich würde dich dann nochmal aus Interesse was fragen. Ja, aber trotzdem, apropos Künstlername, ich habe gestern meine Nachbarin kennengelernt. Es ist eventuell einmal bei der Türklingel abgerutscht. Deswegen hat es mitten in der Nacht geklingelt. Ach so. Sie heißt Ella. Ella von der Wurstpumpe? Ich glaube, sie heißt Ella Peres. Oh. Ich weiß nicht. Nein, sie hat keinen Job, aber hörst du dir ab und zu die Musik an hier? Ich glaube, direkt das Zweite, also sie macht Musik, sie ist diese Ella, die da Musik macht. Ich muss da mal reinhören, ich habe meine Kopfhörer jetzt nicht weiß. Aber ich möchte dich was fragen, Lea. Ja. Du und Kate, wie gut seid ihr befreundet gewesen? Ähm, Kate, also Meg Knight? Also nein, Kate Sykes. Ach, Kate Sykes. Ähm, also, zu Anfang würde ich sagen, sehr gut. Es gab Zeiten, wo wir füreinander da waren. Sie ist, ähm, als sie eine schwere Zeit durchgemacht hatte und nicht mehr singen konnte, da war ich für sie da und habe ihr geholfen, dass es wieder geht. Wir haben uns an den Strand gesetzt und gemeinsam gesungen und vorher. Vor einer Aufführung haben wir das auch gemacht. Sehr lieb von dir. Irgendwann dann, ich weiß nicht warum, hat man sich auseinandergelebt. Also, ich weiß nur noch, als ich in der Schokoladerie oben gearbeitet hatte. Ach ja, und wir haben auch Campingausflüge gemacht zusammen. Aber irgendwann hat sie ja beim PD dann gearbeitet und wenn ich sie gesehen habe, dann nur, wenn sie bei mir Schokolade gekauft hat. Also zum Schluss hatten wir eigentlich nicht mehr wirklich was gemeinsam zu tun. Der Job vereinnahmt eine, es ist sehr viel zu tun. Ich weiß aber, um ehrlich zu sein, ich kann dir nicht mal sagen, ob es vielleicht auch einen Grund dafür gab, dass wir uns nicht mehr so gesehen haben. Das bin ich mir aber nicht mehr so wirklich sicher. Was ich dich fragen wollte, weil ich diese Zeiten einfach nicht für mich einordnen kann, mit wem war sie zu der Zeit zusammen? War das noch der Typ mit dem roten Haar, der sie doch da betrogen hatte? Ach so, als ich und Kate noch viel zu tun hatten? Genau. Also, um ehrlich zu sein, hatte sie zu der Zeit niemand, aber dann später, stimmt, jetzt wo du es sagst, hatte sie dann einen Freund mit roten Haaren, ja. Ach so, gut. Dann warst du nicht mit ihr befreundet in der Zeit, wo sie mit Joske zusammen war? Mit Joske? Nee. Also, nee. Also mit Joske? Nein. Okay. Ich habe jetzt gerade einen komplett anderen Menschen im Kopf, aber der hieß nicht Joske. Nee, nee, der hieß, ich weiß nicht, wie sein Vorname ist, Guti, heißt der mit Nachnamen. Ich dachte, ich musste das nur zeitlich für mich einordnen, weil... Also, ich glaube, also, Kate war mit Joske zusammen, hast du gesagt. Genau, das hast du ja doch mitbekommen an den Containern. Ja, an den Containern, stimmt, als ich dieses Zertifikat gesehen habe, aber ich glaube, also, das weiß ich überhaupt nicht. Also, ich denke, in der Zeit hatte ich, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich kann mich wirklich an keine Beziehung so richtig erinnern, außer dieser eine rothaarige Typ. Irgendwie habe ich Mr. Glasses im Kopf. Ich weiß aber gerade nicht, warum. Ja, den gehört Mr. Glasses. Oder immer noch, ich weiß nicht, was es gibt es noch nicht, ne? Gegenüber von diesem Binko, oder? War das? Genau, oh mein Gott, du bist wirklich schon ein ganzes Jahr nicht da gewesen. Aber das ist, glaube ich, noch länger her. Ja. Irgendwie so war das. Tatsächlich gerade einfach nur meine Neugierde so ein bisschen. Sie ist ja einfach gegangen und fragt da auch nicht wirklich nach. Ich hätte nur gerne gewusst, was für eine Art Beziehung die beiden hatten, weil mir wurde hier und da mal gesagt, dass sie und ich uns ähnlich sind. Und da hatte ich am Anfang sehr große Bedenken, als wir uns so ein bisschen angenähert haben. Ich will kein Ersatz sein für sie oder so. Aber er hat mir schon gesagt, dass ich wohl doch ganz anders bin. Ich möchte trotzdem nachfragen. Ich muss mir immer sehr sicher sein bei solchen Sachen, weil ich im Moment ein paar Probleme habe. Was für Probleme? Ich bin mir so unsicher schon wieder. Also ich bin mir sicher, was ihn angeht. Aber diese Angst, dass auch mit ihm schlimme Sachen passieren könnten, fremdgehen, sich neu verlieben, mich links liegen lassen, mich für selbstverständlich zu nehmen. So wie das mit Larry halt war. Ich habe eine Vergangenheit eher mit Männern. Ich habe keine guten Erfahrungen gemacht. Ich habe beschissene Erfahrungen gemacht. Larry war danach meine erste richtige Beziehung. Ich dachte immer, ich hätte welche gehabt, aber ich war einfach nur wie eine Matratze, die weitergegeben wurde. Und ich bin auch damit aufgewachsen, dass es wahre Liebe überhaupt gar nicht gibt, sondern dass man sich einfach jemanden suchen sollte, der wohlhabend ist. Und dann lebt man dort halt mit Hausfrau und gegebenenfalls noch Mutter. Und ich habe jetzt zweieinhalb Jahre mit Larry verbracht. Und es waren so viele Sachen, die ich gerade für mich aufarbeite. Er hat zum Beispiel so Sachen gesagt, wie, als ich eifersüchtig war, Appetit geholt wird, sich draußen gegessen wird, zu Hause. Oder er hat auch mal gesagt, dass Flirten an sich so, das ist ja eher eine Nettigkeit, das ist ja nicht so schlimm. Wenn wir irgendwo waren, Lia, dann hat er erst irgendwelche anderen Personen, auch viele Frauen, begrüßt. Und er ist dann extra hin, noch bevor er zu mir ist und hat mich erst am Ende begrüßt. Und auch selten geküsst zur Begrüßung, so als ob ich ihm peinlich bin. Er ist geküsst, mich jedes Mal zur Begrüßung. Außer natürlich, wenn wir arbeiten. Und es sind viele Sachen passiert. Ich stand neben ihm, er hat für mich meiner Wahrnehmung offensichtlich mit einer Frau gegenüber geflirtet. Wir waren mal im Annys. Der reine Frau hat ihm irgendwie einen Schlüssel von deines Lied zurückgegeben. Und sie war schon relativ flirty drauf. Und er dann aber auch. Und dann bin ich so in das Gespräch rein. Also ich stand daneben die Ganze und habe gesagt, ich bin übrigens die Verlobte. Und er hat einfach weitergeredet mit ihr und meinen Satz abgebrochen. Und das sind so Sachen, die habe ich alle so in mir drin einfach. Die haben mich so traurig gemacht, weil wir hatten auch die gute Zeit am Anfang. Und ich habe Angst, dass es in meiner jetzigen Beziehung halt auch so passieren kann. Ich verstehe, dass du jetzt einen Höheflug hast und irgendwann kommt die Realität. Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt so sicher, dass ich diesen Mann heiraten möchte. Und ich möchte es immer noch und ich werde es. Und diese Angst, dass man mir irgendwann wieder wehtut, die verschwindet halt einfach nicht. Moment, wie soll sie auch? Ich kenne es nicht anders, weißt du? Es ist aber vielleicht ein Teil von dir. Du bist vorsichtig geworden. Aber, also, von außen betrachtet ihr, ich meine, ich kenne dich nicht, ich habe dich nicht ohne Larry kennengelernt. Es gab die ganze Zeit dich und Larry, als wir uns kennengelernt haben, ja? Deswegen weiß ich jetzt nicht, ich weiß gar nicht genau, wie lange ihr da schon zusammen wartet. Deswegen weiß ich nicht, wie der Stand da war, als ich dich mit ihm kennengelernt hatte. Aber die ganze Zeit, wo ich dich kenne mit Larry, in der ganzen Zeit habe ich dich nicht so glücklich gesehen, wie in der kurzen Zeit, wo ich dich jetzt mit Josuke erlebt habe. Also, ich glaube, ich habe Larry nicht so viel gesehen oder er war nie so präsent, wie Josuke es ist. Bei uns jetzt, bei allen, weißt du? Er probiert es. Ja. Man spürt, dass er ein Teil von deinem Leben sein will. Und dazu gehört auch Barbara und Max, weißt du, was ich meine? Ja, das darfst du nicht Max sagen, okay? Es gab eine Situation mal an einem Parkhaus. Ja. Da ist Max ausgestiegen, aber er hat ihm irgendwie Geld gegeben und ist dann weggerannt und er ist hinterher. Und dabei kannten die sich noch nicht so gut, die beiden. Ich war eifersüchtig wie er. Ich war in dem Moment eifersüchtig und dachte, er interessiert sich für Max. So schlimm ist es bei mir und ich lasse es vor ihm nicht raus. Weil ich habe ihn einmal erzählt. Er hat unsere Stärken und Schwächen gegenseitig uns erzählt. Und dann habe ich ihm von meinen Schwächen erzählt und habe ihm gesagt, dass ich eifersüchtig bin. Und meine Gründe dafür habe, als Erfahrung. Und da hat er, nur da hat er so, oh, gesagt. Da waren wir auch noch nicht zusammen. Und das hat mir Angst gemacht und daran habe ich mich vor kurzem wieder erinnert. Ich glaube, das wäre ein Riesenproblem für ihn. Aber mich zerfrisst es manchmal. Ich ergeb mir gar keinen Grund. Ja, das ist ja das Ding. Er gibt mir keinen Grund. Aber bei Max dachte ich kurz, irgendwas ist da. Max ist mein bester Freund. Ich glaube nicht, dass es an Max liegt. Ich glaube einfach die generelle Angst, weißt du? Ich glaube, das hätte vielleicht auch sonst jemand sein können. Ich meine, er wollte dich auch zu uns holen. Er ist halt ein guter Mensch. Weißt du, was er mir gesagt hat, als ich mit ihm alleine geredet habe? Nein. Er konnte keinen Blick von dir abwenden und hat mir gesagt, dass du das Wichtigste in seinem Leben bist. Hat er das? Ja. Und da stand keiner dabei, nur du? Nur ich. Also er hat es nicht gesagt, damit andere hören, wie toll er ist. Nein. Er hat es einfach nur zu dir gesagt. Einfach nur zu mir. Okay. Und er hat dich dabei angeschaut. Danke, dass du mir das gesagt hast. Die Angst ist ein Teil von dir und vielleicht verschwindet es mit der Zeit. Ich hoffe, dass es seit einer langen Zeit gewesen ist. Plus meine Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie ich das loswerden kann. Aber mach dir keine Vorwürfe deswegen. Dass du das hast. Versuch's. Das Gefühl, weil irgendwann verschwindet es. Bei Larry hast du vielleicht immer wieder so Momente. Er gab dir Gründe, dass du diese Ängste in dir hast. Jetzt bist du vielleicht noch in diesem Modus, dass so ein Grund kommen könnte. Aber wenn es Monate so weiter geht, ohne dass du einen Grund bekommst, dann verschwindet dieser Modus bestimmt auch irgendwann. Ich hoffe, dass nur was ist, wenn ich irgendwas missverstehe, wie das mit Max oder als du dich sofort mit nach Hause zu uns nehmen wolltest. Da habe ich auch kurz gedacht, macht er das jetzt mit jeder Person, die wir treffen. Es ist natürlich gut. Natürlich. Nur offiziell gibt es da eigentlich andere Wege, die man dann geht, um eine Person zu schützen. Und Nia, wir haben uns so kennengelernt. Ich habe ihn so kennengelernt. Er hat mich geschützt. Und dann habe ich mir gedacht, was ist, wenn er irgendwann eine andere weibliche Person schützt und sich dann auch in die Hand tut. Weißt du, solche Gedanken habe ich einfach. Aber ich kann das nicht bei ihm ansprechen. Ich kann alles bei ihm ansprechen. Ich mache das auch. Aber das schaffe ich nicht. Aber darüber zu reden ist gut. Du kannst es mir sagen, okay? Und es bleibt bei mir versprochen. Okay. Und ich denke, er hätte das Angebot nicht einfach so gemacht. Ich glaube, er hat das Angebot gemacht, weil er weiß, dass wir uns wichtig sind. Das ist ja dein guter Mensch. Mhm. Weißt du, Larry hat auch viel erzählt. Er hat noch nie etwas getan. Und er hat meistens, er hat meistens erzählt, um einfach der tolle Mann zu sein. Aber die Taten folgten nicht. Er wollte nur, dass man denkt, er sei ein toller Mann. Aber er war es nicht. Und wenn Yusuke dann erzählt, habe ich immer kurz diesen Moment, wo ich denke, dass es auch nur sowas ist. Aber dann Folgen halt Taten. Das klingt echt schön. Und glaub mir, wenn irgendjemand von uns, Barbara, Max oder ich, spüren würde, dass da was komisch wäre, wir würden es dir auf jeden Fall sagen. Weißt du, wenn wir das Gefühl hätten, er nimmt dich nicht ernst oder die Beziehung nicht ernst. Ich würde dir nicht hier stehen und dir sagen, dass ich das Gefühl habe, dass er dich unfassbar glücklich macht, wenn ich das Gefühl nicht hätte. Wenn du Angst bekommst, wenn du ein ungutes Gefühl hast oder so, dann mach kurz Pause. Geh irgendwo hin, denk kurz darüber nach und überleg, ob das jetzt wirkliche Eifersucht ist oder dein Instinkt, den du über die Zeit und die schlechten Erfahrungen einfach in dir aufgebaut hast. Der Reflex, der es jetzt mit der Zeit wurde, das hast du schon gesagt. Ich werde im Januar wahrscheinlich zwei Wochen nicht hier sein. Jedes Mal, wenn ich das anders für eine längere Zeit verlassen musste, habe ich Bauchschmerzen bekommen und Angst, weil ich mir sicher war, dass Derry hier irgendetwas macht hinter meinem Rücken. Immer. Ich möchte das bei Juske nicht haben. Ich will nicht zurückkommen und jede fragen, habt ihr Derry gesehen? Hat er irgendwas getan? Habt ihr irgendwas mitbekommen? Ich möchte einfach, ich glaube, ich hatte sogar irgendwann mal jemanden von euch als, halbwegs als Spion, dass man ihn beobachtet. Das ist so verrückte Zeiten gewesen. Würde ich, ich hätte schon gehen sollen für den Zeitpunkt. Ähm, wollte noch eine Sache sagen, aber die habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Etwas mit der Auszeit, wenn du zwei Wochen weg bist? Ja, ich möchte diese Angst loswerden, dass in der Zeit irgendwas passiert. Bei Juske wäre es, dass er eventuell jemanden in die Wohnung holt und sich in die Dame verliebt. Das möchte ich loswerden und ich glaube, das muss ich tatsächlich bei ihm ansprechen, um es loszuwerden, den Gedanken. Auf jeden Fall. Sagen wir ihm, dass das eine Angst von dir ist und auch mit der Begründung, das, ähm, wieso das, was du diese Angst hast, ohne, dass es ein Vorwurf ist. Weißt du? Das mache ich. Ich muss dich nochmal umarmen. Dankeschön. Komm her. Hey, sag mal, wie wäre denn der Beruf Psychologin für dich? Ach was. Ich meine, ich glaube, ich habe heute ein bisschen was von dir gelernt. Meinst du? Ein bisschen viel sogar, ja. Zum Beispiel, dass wir uns alle mal mit der Familie zusammensetzen müssen. Hast du eventuell mit Barbara und Max schon über Matik geredet? Nein, tatsächlich nicht. Dann lass uns das doch mal alle zusammen machen und du erzählst uns ein bisschen über ihn. Weil eigentlich ist doch jemand, und ich muss mir das selber wieder in Erinnerung rufen, eigentlich ist jemand erst gestorben oder erst tot, wenn sich keine mehr an ihn erinnert. und du teilst die Erinnerung einfach und wir hören dir zu. Das ist schön. Das ist eine echt gute Idee. Danke dir. Weißt du, was wir tun sollten? Was denn? Wir sollten ein monatliches oder vielleicht monatliches Essen, Familienessen einführen, wo wir uns Geschichten erzählen und gemeinsam kochen. Das ist eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Auch Gäste und Freunde mitbringen. Manchmal zu Plus Einsen. Hm. Naja, das eine Freundes-Familien-Essen hattest du ja verpasst. Das heißt, wir müssen sowieso etwas nachholen. Dann sollten wir das irgendwann mal tun. Abgemacht. Abgemacht. Und wir schon mal zum Auto gehen. Ja. Da vorne zum Disco-Auto. Hast du das angemacht? Nein. Da vorne liegt übrigens jemand, der heißt Mac Garrett. Das ist mal jemand, der mich hier beschützt hat. Genau. Kennst du... Warte mal. Warst du da noch da? Kennst du Estefano noch? Ähm. Mountainhand-Style-Zeiten. Oh, ich weiß nicht. Ich meine, du wärst noch da gewesen. Also Mountainhand-Style-Zeiten auf jeden Fall, aber ich... glaube jetzt nicht, dass ich ihn kenne, aber ich... Weißt du noch, als wir auch schon mal hier auf dem Friedhof ein echt... Ist das unsere Stelle, wo wir beide tiefgründige Gespräche führen? Ja, es kann sein, dass er das war. Und danach haben wir irgendwo da drüben auf einer Bank geredet über David und so. Oh mein Gott, stimmt, ich erinnere mich... Ach, darüber, dass... als ich... als ich dir sagen wollte, dass ich es, glaube ich, beenden will, nachdem ich über drei Monate nichts mehr von ihm gehört habe. Ja, stimmt. Da wollte ich erst mit dir reden, bevor ich den Schritt mache. Hm... Ja, ich erinnere mich. Aber das ist auch das lange her. Ja, das ist echt lange her. Wir kennen uns schon so lange, Ariane. Ja, das tun wir. Die Brusthaare, die werde ich dir dann irgendwann noch draufkleben, ja? Ich habe das T-Shirt noch mit Brustzahn drauf. Was hast du noch? Ja. Ja, also, das ist wirklich ein Kind, denn das werde ich niemals vergessen. Ich auch nicht. Gut, ja, ich werde noch ein bisschen im Auto bleiben. Ich, ähm, meine Gedanken ein bisschen roten. Mach das. Und du kriegst das hin mit dem Gespräch, auf jeden Fall. Ich hoffe, es gibt viel Zerzähl. Gleich. Dann, äh, pass auf dich auf. Und du auf dich? dich. Ein großes Dankeschön. Wirklich, das werde ich nicht vergessen, was du heute für mich gemacht hast. Wir für uns, würde ich sagen. Wir für uns. Und das mit dem gemeinsamen Reden mit der Familie machen wir auch. Die Erinnerung halten. Ja. Okay. Dann fahr vorsichtig. Und du auch. Ich habe einen ersten Hilfekosten, der gültig ist. Ich schnall mich an und die Winterreifen sind drauf. Super. Perfekt. Perfekt. Okay. Dann pass auf dich auf und wir hören uns. Okay. Wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Oh, war das schön. Ich muss so essen, ne? Ey, ich verhungere hier. Oh, warte. Wollen wir mal ganz kurz einmal gucken. Ist das E-Hawk? Äh, das ist nicht E-Hawk. Okay. Ach, wie schön war das denn? Sollte habe ich es doch mit Ariane heute ausgespielt. Äh. Sicher? Ja. Hm. Ich werde mal kurz ein bisschen was essen. Dauert nicht lang mehr. Moment. Moment. 躺. Ich werde mal kurz ein bisschen was. Äh. Ja. Ich werde mal kurz Ja. Ich werde mal kurz überraschend, soll das denn? Ja. Ich werde mal kurz Jasin, das war so lustig. Wieso rufst du in dem Moment an? Wie krass ist dieser Zufall bitte? Hast du das gerochen oder was? Und was bei Ariane redet wirklich aber so noch mal McGarrett, Entschuldigung, Schmapfe. Ich bin mal wieder ruhig. Ich liebe Dix. Der sieht cooler als McGarrett, ohne Scheiß. Ich liebe den Dix, der ist super. prophetische Dix. Der kä matar wie Duur. Der kä abort. Dix. Wes! Dieser? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ganz, ganz wichtig, wenn die darüber redet, dass sie irgendwelche Straftaten begehen möchte, wenn sie darüber redet, dass sie jetzt Alkohol trinken und so, ne? Das sind Sachen, die müssen unterbunden werden. Kein Alkohol, kein Koks. Denn Kokain hat sie genommen, oder? Hat sie auch genommen, genau. Jetzt gerade ist es eher so Alkohol. Sie hatten mir versprochen, dass sie sich bemüht, das nicht zu nehmen, zumindest nicht in einem Maße, wo es zu viel ist, ne? Mhm. Und vor allem halt auch wichtig, dass, wenn da irgendwelche Anzeichen sind, dass sie nochmal straffällig wird, dann müssen wir das sofort wissen, ne? Okay. Wird sie auch von euch Penny genannt jetzt? Das wurde mir jetzt von Natschi so weiter gesagt, dass wir das so machen sollen. Okay. Das sag ich jetzt auch nochmal, Frau Nieberg, hab ich vergessen, hier zu sagen. Also ich bin aber jetzt vor Weihnachten nur Freitag noch da. Ähm. Jaja, ich weiß. Es geht aber um die Tage danach. Okay. Ähm. Was soll ich jetzt von meiner Seite aus tun? Ihr regelt das wahrscheinlich erstmal und wir reden dann zusammen mit Frau Nieberg? Ja, du redest dann mit Frau Nieberg, weil ich ja morgen nur noch da bin. Kannst du mir von meiner Telefonnummer geben? Äh. Klar, du findest die aber sonst auch im Computersystem, ne? Achja, stimmt. Ähm. Kann ich dir gerne durchgeben, gleich schickt in SMS. Ähm. Und äh. Es geht erstmal darum, so offenes Ohr, wirklich eine Betreuung, ne? Also muss jetzt mit ihr keine Therapie anfangen, das mach ich dann, wenn ich zurückkomme. Ähm. Aber dass sie zumindest wirklich davon abgehalten wird, dumme Sachen zu tun und dass sie sich auch auskotzen darf, ne? Das heißt, wenn sie dir da irgendwas erzählt von wegen, ey, Natschi ist schon wieder scheiße oder so, dann nimm es erstmal an und hör es dir an und dann red mit ihr auch ruhig darüber, so, okay, warum empfindest du das denn so? Ist das denn wirklich so? Ja? Ähm. Ähm. Das ist da auch ganz wichtig. Ich glaube, bei dir geht es jetzt erstmal darum, sich so auszukotzen, weil das ihr Ventil ist. Weil bei ihr wirklich die nächste Stufe danach ist, okay, ich kann da nicht drüber reden, also muss ich dann aktiv werden und das kann ich nur durch Gewalt. Okay, ich, ähm, ich würde, ich würde mich rantasten allgemein, was, ähm, sie für eine, ähm, wie, wie weit man zum Beispiel gehen kann, ich weiß nicht, es scheint mir ja, dass sie eher, ähm, sie mochte ja das Sitzen nicht, habt ihr mir gesagt? Genau, du möchtest es besser. Genau, und ich würde auch, ähm, da jetzt so davon abziehen, ähm, in den schicksten Blazer-Klamotten dort, äh, hinzugehen und die Gespräche mit ihr zu tun. Musst du nicht, nein. Also, ich gebe dir folgenden Tipp. Ähm, bei ihr ist Ehrlichkeit wichtig. Ne? Versuch so ehrlich zu sein wie möglich und wenn es Sachen gibt, über die du nicht reden kannst, dann sagst du, ey, da kann ich aus beruflichen Gründen nicht drüber reden. Okay. Ähm, und vor allem mache keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Das haben Leute bei ihr jetzt gemacht im Zeugenschutz und das ist auch einer der Gründe, warum sie da auch ausgerastet ist, weil sie natürlich, das ist tatsächlich was, was ich gut nachvollziehen kann, ähm, weil sie halt immer wieder dadurch enttäuscht wurde, dass das dann nicht passiert ist. Verstehe. Ja. Ähm, ich hatte ihr jetzt auch versprochen, dass sie von mir, ähm, wenn ich sie im neuen Jahr sehe und sie sich gut verhalten hat, dass sie von mir auch irgendwas bekommt. Und das muss ich jetzt auch noch heute oder morgen besorgen, damit, äh, ich da was habe. Weil ich sie ja jetzt auch versprochen habe. Ne? Ähm, ist ihr wichtig, weil das muss man auch sagen, sie pastet damit natürlich auch aus, welchen Leuten sie vertrauen kann. Das ist dann wichtig, dass man ihr auch zeigt, man kann einen vertrauen. Ne? Ja. Ja. Gut. Ähm. Ähm, genau. Ja? Ne, ich hab schon ein paar Ideen, aber ich würde das so richtig, richtig langsam angehen lassen. Ähm. Ne, guck sonst auch so ein bisschen Beschäftigungstherapie, ob du mit ihr Themen findest, über die man reden kann, über die sie auch mal nachdenken kann, wenn du grad nicht da bist, dann kann man sich nochmal treffen und drüber reden und solche Sachen. Okay. Aber es kann auch gut sein, dass jetzt über die Weihnachtstage und danach vielleicht gar nicht so viel kommt, bis ich wieder da bin, aber dann hat sie da eine Person. Bist du, bin ich währenddessen denn auch offiziell eingestempelt im Dienst, wenn ich jetzt einen Außentermin mit ihr zum Beispiel habe? Ja. Ja, mach das. Auf jeden Fall. Okay. Sag auch Kukum oder Kowalski oder wem auch immer, wo du bist. Okay, okay. Du musst ja nicht sagen, was du da machst. Also bei Kukum und Kowalski kennst du es ja. Mhm. Ähm, aber wenn du im Dienst bist und die sind nicht da und du fährst da irgendwo hin, dann sag ruhig der Leitstelle, du bist da wegen einem privaten Termin, falls was ist. Okay. Ich würde... Aber was ist wichtig? Genau, ich würde dann, ähm, auch. Würde ich meinen Taser mitnehmen oder lasse ich den dann zu Hause? Wie du dich auch erfüllst. Ich würde es dir empfehlen, den mitzunehmen. Okay, gut. Dann werde ich schauen, dass ich bequeme lache oder klamotten... Du bist ja im Dienst quasi aber zivil unterwegs. Bist ja auch so schon. Ne? Okay, gut. Du trägst ja keine Uniform. Ja. Deswegen macht das da keinen Unterschied. Gut, weiß ich, weiß ich Bescheid. Okay, dann besprechen wir das am besten am Freitag nochmal zusammen mit Frau Nieberg alles. Ihr beide, ja. Ja. Ah, wir beide, ja. Sie, sie und ich. Okay, dann melde ich mich. Ja, ich versuche jetzt nochmal zu erreichen. Ähm, wenn nicht, dann schreibe ich in der SMS zumindest. Ne? Okay, alles da. Ich werde mich nochmal danach ein bisschen hier ausrusten. Okay, alles klar. Gut. Und ich habe dir eine Mail geschickt, ne? Wegen der Schweigepflichtsache. Oh, danke Garfield. Vielen, 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 vielen Dank. Dann kann ich... Mal gucken, ob die richtig eingekommen ist wegen Formatierung und so. Das wäre nett. Was? Also nicht jetzt, aber schreib mir einfach nach in der SMS, wenn, wenn es geklappt hat oder nicht geklappt hat, ja? Okay. Okay, mach ich. Mach ich. Gut. Dann, wenn wir uns nicht mehr sehen sollten oder hören sollten, dann hab ein paar schöne Feiertage, ja? Ja, du auch und rutsch gut rein, ja? Ja, mach ich. Ja, und grüß deine, grüß deine Frau von mir. Mach ich. Okay. Bis dann. Oh mein Gott, ich will das so hart. Ariane isst ja immer... Ich war ja sogar bei, ähm, bei Herr Garcia, ehrlich. Oh mein Gott. Mit Betty? Mit der, die Ariane, du die frisst. Aber das weiß Ariane nicht. Ach du Scheiße. Mach ich hier schon wieder hier Panik, ne? Oh, oh, oh. Frau Ariane, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Herr Dunaham, hallo. Wie kann ich weiterhelfen? Hallo. Ja, ganz kurze Frage. Sie hatten mir gesagt, du hattest mir gesagt, ähm, dass, ähm, das ist so ein Spielerliebhaber, ne? Genau, genau. Das ist ein Japaner, für den das ist, äh, die spielen ja irgendwie alle. Richtig, richtig. Ähm, welcher, welcher FF-Taiwaner, den er so mochte? FF-X-I-V. X-I-V, ja, perfekt, dann, äh, dann haben wir aber ein paar Überraschungen, ne? Oh mein Gott, ja, okay. Also, die, die Spielerin hat sich, äh, alle, die Klavierspielerin hat sich, äh, den einen, den sie sich gewünscht haben, von King, ähm, Hards, den einen von, äh, X-I-V. Ja. Und dann gibt's noch einen von, äh, von, äh, diesem, das haben wir früher als Kind, Na Gott, das hab ich als Kind gespielt, äh, mit, äh, mit, äh, Zelda, ne? Mit den Linken, mit den, mit den grünen Männchen. Oh, ich weiß gar nicht, was das ist, das, wenn sie richtig Gute hatten. Ja. Ehrlich. Ja, wollte ich nur mal kurz Bescheid geben, dass es läuft, ne? Und die Dame ist, äh, vielleicht ein bisschen nervös. Also, es ist eine Dame, so viel ist schon mal gesagt, ja? Ja, ja. Und, äh, sie hat bisher erst, ähm, ähm, naja, ganz wenige Auftritte gehabt, ne? Oh, ja. Greift sie ein bisschen so unter die Arme vielleicht an dem Arm, ne? Das mach ich, das mach ich. Oh, Matthew, ich freu mich wirklich. Ich bin so gespannt. Vielen, vielen Dank. Gut, dass du's geklappt hast. Ja. Perfekt. Hätte ich auch nicht mitgerechnet, aber gut, es läuft. Wunderschön. Fantastisch. Okay, dann vielen, vielen Dank. Ariane. Ja. Dir noch einen schönen Abend, ne? Auch so. Tschüss. Ja, tschau, tschau. Äh, ja, jetzt ist wirklich Achterbande-Gefühle. Hallo, ich muss Z-RP machen. Und jetzt kann ich mir atmen. Mann. Wie lange dauert das, bis das wieder normal ist? Boah. Ich pinke... Boah. Ich pinke mir gleich ne Hose. Ich sag's euch, ey. Boah. Boah. Uh, jetzt fahren wir erstmal nach Hause hier mit Ariane. Boah, krass. Trinken soll helfen? Was? Ne, was macht Anna? Ich kann nur trinken? Ah, ist doch meine Luftröhre, die gerade Trinken mitbekommen hat? Ich habe Trinken in meine Luftröhre bekommen und es war widerlich, weil es etwas dickflüssiges zu trinken war. Funktioniert trotzdem. Okay, ja, mach. Noch mehr trinken in die Luft, Ryo, alles klar. So was, lass uns nur kurz mal hier... Warte mal. Sollst du mal ganz kurz hier fahren, ja? Sekunde. Sollst du mal. Sollst du mal. Soll ich trinken? Also ich habe getrunken. Ja, heute... Also jetzt so viel... Mein Kopf ist voller Informationen, ne? Boah. Aber ich muss gleich die Ariane-Story im Kopf haben. Mit sehr viel Pausen, damit ich ab und zu doch mal in mein Dokument gucken kann. Was zu trinken? Nein! Ich trinke kein Wasser. Ich trinke jetzt schön hier das Zeug weiter. Ich muss direkt etwas ausprobieren. Ich trinke. Soll ich... Oh, oh, oh. Entschuldigung. Das dauert jetzt ein bisschen, ne? Vielleicht soll ich die Stimme erstmal ein bisschen tiefer machen. Warte. Ich gebe mal eine Sache, die ich ausprobieren möchte. Ah, shit. No, oh, das wäre so schön. Das wäre so schön, wenn das klappen würde, ne? Mit der richtig schönen schwarzen Stumpfhose. Na gut. Soll es heute nicht sein. Äh. Hä? Warte mal, hier ist gerade ein Buck. Okay. So, Ariane geht jetzt, ist es Verbrecherin. Es ist soweit, Leute. Endlich. Die Mütze, die... Oh, man stellt euch mal vor, das würde so aussehen, nur oben der Buck wäre nicht. Und hinten ist, glaube ich, auch, ne? Ja, boah, wie schön das aussehen würde, ne? Holy shit. Voll die Schönheit einfach. Dann würde ich die Haare immer so lassen. Ähm. Nope. Die Jacke ist wirklich sehr nice. Schaut sehr cool aus. Ja, ich kann mir eh, ich will ja nur schwarz haben. Hm, ne. Mehr jetzt nicht, hoffentlich passiert. Irgendwie auch nicht, ne? Beleidigt, dass Ariane nicht zurückgeschrieben hat und schreibt auch erst mal nicht zurück. Ja? Hey, also ich habe mit Frau Niebeck gesprochen, das geht für sie auch klar, die würde dann am Freitag mit dir das Gespräch suchen, dann könnt ihr es zusammen absprechen und wenn ihr es zusammen abgesprochen habt, dann könnt ihr beide der Frau Cortez auch durch eine SMS schicken oder sie auch mal anrufen und euch vorstellen. Okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie dann auch besuchen, wenn sie dafür bereit ist, das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie ihr Zeit habt. Ich schicke dir jetzt per SMS einmal die Firmnummer, dann kannst du die schon mal einspeichern. Wichtig ist, dass du natürlich auch sie dann Penny nennst, wenn es um Sachen geht. Du hast dich schon mal daran gewöhnt. Ja. Ähm, und auch dass, wenn es um diesen Fall geht, dass dann auch nicht immer direkt klar ist, dass es ohne Frau Cortez im Zeug geschützt wird. Okay. Ähm, ähm, ja. Die Frau Niebeck ist halt generell bei jedem Treffen dabei oder soll ich mich auch alleine mit ihr treffen? Das ist noch die Frage. Es wäre toll, wenn die Frau Niebeck da ist, dass du sie mitnimmst. Okay, was mache ich, wenn ich sie nicht dabei haben möchte? Dann findet ihr schon zusammen einen Weg. Das müsst ihr dann zusammenscheiden. Das kann ich dir jetzt im Voraus nicht sagen. Okay. Sekunde, ich gebe dir auch gerade mal die Nummer. Sekunde, die schreibe ich gerade mal hier auf und dann kann ich sie die SMS schicken. Ähm, von Frau Niebeck, dann hast du die auch. Ähm, das müsst ihr dann selber in dem Moment einschätzen. Ich habe jetzt einfach Frau Niebeck gesagt, einfach weil du noch nicht so weit bist, ist sie dir dort Weisungsbefugt, wenn irgendwas ist. Ja, definitiv. Ich hoffe... Das ist da einfach das Sinnvollste. Ich glaube nicht, dass das nötig wird. Ähm, aber es ist gerade einfach sinnvoll zu sagen, okay, das ist dann die Person, die hat das letzte Wort, wenn sie psychisch ist. Ja? Okay, ich hoffe nur, dass ich mich, ähm, ähm, weil das ist immer so ein Ding bei mir, ich fühle mich manchmal zu sehr beobachtet und dann verhaspel ich mich. Ähm, aber da kann sie mir ja zum Beispiel in einem Gespräch, wenn ich dir irgendwas doch sehr, sehr Falsches sage, kann sie mir eine SMS schicken und ich glaube, wir werden da schon einen Weg finden. Das Beste ist, wenn ihr einfach generell vorbereitet, was ihr machen wollt. Na, wenn ihr denn was machen wollt. Ja? Ähm, deswegen sucht ihr das Gespräch. Ich glaube, ihr könnt echt super zusammenarbeiten. Ja? Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch tatsächlich auf ganz schräger Art und Weise motiviert, weil ich hab da so ein kleines, äh, Helfer-Syndrom und, ähm, ich glaub, das kommt mir nicht zugute. Ja, aber, denk bitte daran, ähm, wir machen das, weil das eine zweite Chance für sie ist. Definitiv. Ja, und das weiß sie. Lass dich da nicht ausnutzen, ja? Nein, nein, ich bin mittlerweile, weiß ich, wann ich manipuliert werde und wann nicht. Na, ich sag's dir nur noch mal. Ja. Gut, dann, äh, du hast hoffentlich die Mail gelesen, ähm, ich wünsch dir noch ein paar schöne Feiertage, ja? Ich wünsch dir noch ein paar schöne Feiertage, ja? Das wünsch ich dir, das wünsch ich euch auch. Danke. Na? Ja. Dann hört man sich im neuen Jahr wieder, bis dann. Bis dann, tschüss. Ciao. Okay. Boah, das krieg ich, krieg ich die Themen gleich alle unter, kann ich mir jetzt alles merken. Ed kommt wie immer natürlich, ne? Wie grad bei Lia. Sieht cool aus, ne? Die Jacke, die hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm, so, ne? Und hat Ariane einfach vier Augen über dem Po. Jede Po backer, zwei Augen. Oh, Moment. Hier ist nur nebenbei ein bisschen weiter, ne? Jede Po backer, zwei Augen. Jede Po Amen. 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 Boah, ich kuste die ganze Zeit trotzdem noch weiter. Ich bin ein bisschen fertig jetzt. Boah, Alter, mein Brustkorb tut schon weh. Boah, es wird besser. Also, weil ich da wieder in die Ariane-Stimme gehe, ne? Juckelt das wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ich hatte keine Zeit, das vorzubereiten vorm Stream leider, doch Call heute. Ich hatte keine Zeit, das vorzubereiten, aber ich habe keine Zeit, das vorzubereiten. Ich habe hier ein ganzes Blatt vorgeschrieben. Das sind keine Stichpunkte, die ich mache. Mann, ich wollte mich kurz halten. Ich habe hier ein ganzes Blatt vorgeschrieben. Ich habe hier ein ganzes Blatt vorgeschrieben. Ich habe hier ein ganzes Blatt vorgeschrieben. Hey. Hey. Alles okay? Na ja, geht's so. Und bei dir? Ja, ist so. Warte alles okay. Haben wir heute Partner mit? Irgendwie schon, ne? Komm mal her. Wie war dein Tag? Geht so. Geht so. Und deine? Durchwachsen. Nächst immer nicht durchwachsen. Tja. Ja. Alles wie mal. Kann ich mir was für dich tun? Ich möchte... Heute nicht. Heute möchte ich was für dich tun. Und für dich da sein. Was machst du gerade schon? Ich... Ich... Ich weiß. Aber ich... Ich möchte heute irgendwie mehr für dich da sein. Ich habe mir den ganzen Tag ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Musst du nicht. Das sagst du so einfach. Wie schlimm war es denn heute bei dir? Hm. Warum? Wieso? Es war... Turbulent heute. Zu kalt geworden? Ja. Richtig. Möchtest du meinen Mantel haben? Nein. Ich habe mir diese Jacke heute neu geholt. Sieht gut an dir aus. Ja. Danke. Das kann ich wirklich gerade tun. Geh flüte. Einfach nur hier sein. Okay. Ich setze mich auch einfach zu dir. Ohne Schweigen. Ich weiß nicht. Wir wollten ja heute da hochfahren. Nur wenn du das möchtest. Ja. Das ist okay. Okay. Das dritte Jahr. Ich war gerade auch schon woanders mit dir. Und bin da auch nicht durchgegangen. Okay. Bevor wir da hinfahren, habe ich ein, zwei Fragen. Was hat denn Bob gerne gegessen und was hat Bob gerne getrunken? Die Frage ist eigentlich relativ einfach alles. Aber hat er ein Favorite? Wir hatten keine teuren Sachen zum Essen oder so. Tatsächlich. Tatsächlich. Alles durch Schweinebeinhalten. Schweinefleisch haben wir gegessen. Das könnte schwierig bei uns werden. Im Kühlschrank. Mh. 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 Oder anders gefragt. Wenn ihr die Möglichkeit gehabt hättet, was hätte Bob denn gerne gegessen? Anders gefragt. Irgendwas Deftiges. Irgendwas Deftiges. Mh. Und dann Irgendwas mit ganz viel Zucker zu trinken. Dann würde ich sagen, fahren wir vorher noch mit 24-7. Wir holen drei Portionen von etwas Deftigen und drei Portionen von etwas extrem besüßen, wo wir beide Diabetes von kriegen gefühlt. Okay? Ja, machen wir das. Und wir nehmen die Sargeflasche mit, die du ausgesucht hast. Okay. 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 Und... Dann schauen wir weiter. Ja. Okay? Okay. Boah, wie leise ich die Tasten gerade betätigen. Entschuldigung. Ich bin ab jetzt halt voll die Klappe. Ich hol eben meine Tasche. Ab jetzt sag ich nichts mehr zum Chat. Ich bin komplett... Meine Stimme bleibt jetzt komplett draußen. Das ist nur noch Ariane Stimme. Entschuldigung. Peter Püpf! Tasten! Das lässt sich viel Zeit. Ich schkarrens nicht wieder von uns. Also bin ich hierinação creature. Und wo sonst auf Ihnen geht ein. Okay? Okay. Ich versuche es dieereye Gerichte an, Deinem, auf der Stelle die Wand Chamasche zum richtigen Vöbel. Dann komm Kann ich auch was tragen? Nein Alles gut Das ist ja nicht so schwer Aber ein schlechtes Gewissen Warum? Weil dein Tag offensichtlich heute auch nicht so gut war Kommst du darauf? Du sagst durchwachsen Erinnerst mich doch mit meinen Antworten Durchwachsen, okay Achte deine Bitte nicht so im Kopf Heute ist ein wichtiger Tag für dich Oder schlimmer Tag Je nachdem wie man es ausdrücken möchte Okay Ich muss den Dominator noch zur Reparatur geben Oh, warum? Ich bin nicht gegen ein Schild gefahren Aber es ist schon das Auto ein bisschen berührt von der Seite Ach, alles gut Kann man auch wegpolieren wahrscheinlich Okay Macht der ja nichts im Kopf Wie lustig ist das, dass der... Ich hab nicht in seinem Stream oder so gar nichts geguckt Ich hab keine Ahnung Das ist ein Megazufall, dass die Bahn jetzt schwarz Also, obwohl der... Ach, der trägt eigentlich... Das zweite Laden möchtest du denn? Du kannst zur Jungen-Tankstelle, mir ist das egal Okay Und anschneiden Ja Jedes Mal bitte Mach ich Das ist mir wichtig, das zu wissen Kann ja sein, dass du irgendeinen Favoritenladen hast oder so Nein Woüber wolltest du denn sprechen? Das passt jetzt eigentlich gar nicht so gut Um geht's denn Ja nun Dann Da waren ein paar Restprobleme, die ich noch hab Okay Aber das Können wir auch später noch machen Okay Alles so wie du das am besten heute möchtest, okay? Ich freue mich, ob es niemals einen Tag geben wird, an dem wir wirklich was für dich machen Oder du es mal zulässt oder sogar selber willst Soll ich ehrlich zu dir sein? Ja 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 Heute ist... Ich möchte eigentlich heute nichts sagen, weil heute dein... Wichtiger Tag halt ist Also, der Tag heute ist Aber... Möchtest du wirklich, dass ich ehrlich bin? Ja Mein Tag war scheiße Ziemlich beschissen Etwas, was du mir jetzt sehen kannst? Bin nicht mehr Teil des Swords Freiwillig? Und heute war der Tag, wo ich kurz davor war, zu kündigen Was? Ja Was ist passiert? Was ist passiert? Schuldzuweisungen Dass Dinge nicht so laufen würden Und... Ich weiß es... Ja Keine Ahnung Schuldzuweisungen von ihm Und komisch nur Natürlich Und das alles hat scheiße ist Die Operations macht eben alles scheiße Wir wurden halt gefrontet und das war schon sehr direkt in meine Richtung vom Gefühl her Keine Ahnung Keine Ahnung Was soll gestern passiert sein Was... Wovon ich hatte überhaupt nichts weiß Und... Keine Ahnung Und... Aus der Konsequenz heraus habe ich ihm geschrieben Dass ich mit sofortiger Wirkung aus dem SWORD austrete Damit die Operations darunter nicht leidet Und habe ihm auch gesagt, wenn er... Im Prinzip, dass ich meinen Prüfungsstatus Nennt sich das abgebe Prüferstatus Weil er ja das anscheinend nicht das Vertrauen in mich mehr hat Nicht ganz so geschrieben Aber so war es in meine SMS gemeint Keine Ahnung was los war Auf jeden Fall bin ich kein Zweitpunkt mehr Sollen wir ganz wann das hinfahren? Sollen wir das heute lieber lassen? Nein, wir machen das heute Alles gut Für mich wäre das fein Für mich wäre das aber nicht fein Weil es mir wichtig ist Für dich heute da zu sein Und... Du bist auch gerade für mich da Weil du einfach bei mir bist So wie ich bei dir bin Okay? Ich bin gerne mehr für dich da, Jungs Wirklich Das... Klingen wir heute irgendwie Ich... Würde dich am liebsten dafür die ganze Zeit meinen Arm gerade haben Irgendwie Was können wir gleich machen? Vielleicht... Ich weiß nicht wie es dir heute noch gehen wird Vielleicht fange ich heute mal an Und mich auszukotzen Du hast mich äußert Dann machst du das gleich Ich höre dir zu Aber erst bist du hier Wo ich zuhöre Okay? Versprich mir das bitte Versprich mir das wir beide aber danach in Therapie gehen Weil ich glaube das wird heute ein bisschen heftig werden Wir werden einfach beide zusammen Wir werden einfach beide zusammen Das bewerkstelligen So wie wir es Und viel tun im Moment Okay? Hat der Vice gesagt Dass du dich wegen mir verändert hättest oder sowas wieder? Nein Es hatte absolut nichts mit dir zu tun Würdest du mir die Wahrheit sagen, wenn es so wäre? Es ist die Wahrheit Es war einfach mitten in der Übersprechung Wo die Operations halt als einzig Kapital im Mobility Äh Kritisiert wurde So wie immer Alle anderen Abteilungen sind ja perfekt Nur wir nicht Bei Himmela denn? Bei vier Officern Bei vier Vorgesetzten Die ja 75 Officer leiten sollen Und soher weiß ich doch da hinstehen und das machen Ja Ich verstehe ihn ja Das ist ja nicht mal das Problem Nur dann sollte man vielleicht mal mit seinem Mitarbeiter noch sprechen In der Hinsicht Ich ruhe Nein Operation Ja Ja sorry Nein alles gut erzähl ruhig weiter Ich ruhe die Sachen Nee alles gut machen wir später Nein erzähl weiter Nee das ist doch Peter es ist ja viel komplizierter als das Wirkt Es ist ja schon ein bisschen länger der Fall Nur Weißt du Ari Du kennst mich mittlerweile ein bisschen Und du weißt dass ich Nie Etwas sagen würde In der Hinsicht Nur Es gibt einfach ein paar Dinge in der Ops die nicht so laufen wie sie laufen sollten Und Eine ganze Zeit lang habe ich gefühlt die Das meiste gemacht Und das hat immer auch gefühlt Mit dabei habe ich wenigstens gut hier War Himmela heute dabei? Natürlich nicht Er ist nie dabei wenn sowas passiert Was ist das? Was ist das? Was ist das? Zwei Kaffee noch Und was süßes zu trinken Zwei Kaffee noch Und was süßes zu trinken Oh so ein Tee Ähm Ich habe gerade was getrunken und ist in die falsche Röhre gekommen Damit habe ich jetzt schon eine Stunde Spaß Oh Okay Und ich habe ein bisschen geweint aber das ist egal Egal ist das nicht Du musst aber nicht mal raus Etwas was dir auch mal gut tun würde Aber du kannst ja nicht Weiß sie So mit was dann Oh Du hast gehofft dich dafür zu entschuldigen Ist kein Vorwurf gewesen Hab ich jetzt auch nicht so aufgefasst Wir sehen Wir sehen Du hast Laft Hier Hier Hi Hier wie froh ich heute bin dich an meiner seite zu haben was hättest du gemacht wenn ich nicht da wäre hätte es auf jemanden gehabt sicherlich viele freunde nicht wirklich dann würde ich jetzt am wasserfall sitzen immer noch und vor mich hingerübeln ist schon so ich vertraue dir halt schon am meisten aber das ist ja okay ich verstehe es ja ich meine ich habe dir jetzt auch noch nicht alles erzählt logischerweise ich dring dich nicht dazu alles gut es tut mir so leid es tut mir so leid dass du so einen doofen tag hatte es tut mir auch leid dass du so einen doofen tag hast ich habe den doofen tag zum dritten mal Juska du hast den halt glaube ich nicht zum dritten mal bei dir ja das mag sein aber bist du angeschnallt? ich bin angeschnallt ich wäre sonst jetzt glaube ich das erste mal dir gegenüber doch laut geworden ich habe das heute auch in der familiengruppe geschrieben anschnallen, winterreisen, aufpassen, erste hilfekasten nochmal mache ich den scheiß nämlich nicht mit angeschnallt ich habe einen gültigen erste hilfekasten und ich fahre auch nicht zu schnell gut okay du lässt mich hier nicht alleine ich lasse dich nicht alleine will dich nicht alleine lassen außerdem kann ich dich nicht alleine lassen du hättest dich an das getränk was wir getauft haben ja ich glaube wenn du mal einen Unfall hast habe ich irgendwo anders auf der Insel zeitgleich auch einen das würde zu uns passen aber nur wenn wir beide im gleichen Zimmer landen aber es ist kein Unfall aber du weißt schon wie ich das meine sollte ich bin eher von dem nicht mehr aufwachen geradeaus geworden oh ne das wusste ich nicht so wir müssen ja am 27. ähm müssen wir ein bisschen früher landen ich laug' ich meine Uhrzeit und ich bin also ich sag den Piloten Scheiß wir müssten vielleicht in unseren Taschen auch schon mal Wechselklamotten, also wir sollten genug Klamotten mitnehmen, dass wir die in New York nochmal waschen könnten, weil wir schaffen es auch nicht nach hausen okay nicht sofort alles gut ich bin gerade dumm ach so wir müssen hier lang ich bin ein bisschen das passiert mir hier regelmäßig sag nicht dass du dumm bist, mir passiert es regelmäßig und ich bin ähm dumm nein bist du nicht du bist schon ein bisschen du bist klug und das weißt du schau mal selbst hier ist geschmückt ist doch schön äh also hier links oben lege ich da siehst du so nicht ja gut sie ist okay fahren wir weiter wo meinst du genau Moment die Bäume ja mal weiter ach da ganz hinten sind die Bäume meinst du ja ah natürlich ja rein wir weiter ok ma'am du kennst meinen herrischen Ton noch nicht ich ne irgendwie nicht das war er nicht weißt du möchtest du mir deinen herrischen Ton mal zeigen nein dazu müsste ich mich sehr sehr fies mit dir streiten und das wird niemals passieren zwischen uns beiden ich glaub wenn ich noch öfters um Mimasen sage schon nein niemals aber ich möchte mich auch gar nicht mit dir streiten werden wir auch nicht weil du hast es einfach geschafft mit deinen Köpfchen mich zu zwingen zu sagen dass mein Tag scheiße war also also nicht zu zwingen du weißt wie es mein mich dazu bringen bringen heißt das wort ok mach dir keine Gedanken ich ähm versteh nicht äh ich versteh selten was falsch ok eigentlich immer du da sind wir gut wollen wir mal ich hol den warte 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 ja wir gehen gemeinsam durch den Kram Inga was passiert ja wenn es dir schlecht geht dann wird es mir auch schlecht gehen und dann sorgen wir dafür dass es uns beiden wieder gut geht heute ist nur ein besonderer Tag heute geht es uns wirklich alles schlecht ich stehre ich stehre ich stehre ich stehre ich stehre ja ja ich stehre ok wo müssen wir hin bei mir Okay. Ich würde nicht bis ganz nach vorne gehen. Mh, bitte nicht. Bis der Rutsche. Wenn einer von uns fällt, fällt der andere wahrscheinlich auch bei den anderen retten wollte. Wahrscheinlich ist das so. Man sieht die Insel von hier aus jetzt nicht. Das lässt es gar nicht so. Ja. Hier habe ich die Asche verstreut. Okay. Am 20. damals? Oder wann? Tatsächlich etwas später. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Den Tag, da mache ich nichts besonderes. Sondern nur am Todestag. Es hat gedauert, bis ich die Asche von ihm hatte. Da hatten wir noch ein bisschen Ärger mit MPD damals, weil es hieß, dass man Asche nicht transportieren darf eigenständig. Gab es irgendetwas? Ich weiß bis heute nicht, was es war, aber er gilt dann halt als Deiche. Und man darf keine Leichen transportieren, als sie willst. Es war so ein Schwachsinn einfach. Das hört sich leider nach dem PD an. Haben die dich dann ein bisschen begleitet? Oder soll ich mir das vorstellen? Eine Dame. War auch als erstes bei mir damals, als es passiert ist. Es war Frau Collins. Okay. Und ein anderer Polizist da war. Ich glaube, das biete ich mir in einer Erinnerung nur ein, was für eine Nummer er hatte. Es wäre schon ein lustiger Zufall tatsächlich. Welche Nummer hatte er denn? Ich meine, es war die 19. Das wäre natürlich ein spannender Zufall, oder? Ich glaube, mittlerweile hier gar nicht mehr ein Zufall. Ja. Soll ich dir ein bisschen was von mir erzählen? Und wer mein Bruder war und was er mir bedeutet hat? Sehr gerne. Möchtest du dich dafür setzen, oder? Ich bleibe stehen. Ich bleibe stehen. Möchtest du dich setzen? Ich würde eine Sache machen. Was? Einen Moment. Wenn das wirklich okay ist, dir schon mal ein Schädchen hinstellen. Beziehungsweise drei. Also, jetzt sag. Dann ist das so ein bisschen, als wäre ich hier mit dabei, wenn das wirklich okay ist. Okay. Eine Sache, die mir mein Onkel nämlich beigebracht hat. Eine... Eine... ...Sektion damals. Eine Lektion? Hm. Es gibt da einen Spruch, oder eine Sache. Aus den Kreisen, aus denen... meine Familie stand. Was hier jetzt natürlich nicht ganz zielt. Aber selbst... Man sagt bei uns... Selbst der größte Feind, der das Schlimmste getan hat. Dein... Privale... ...hat immer den letzten Respekt, die letzte Ehre verdient. Wenn dir etwas passiert, die Person hat stirbt. Umso mehr ist es wichtiger, dass... wenn es eine Person... aus den eigenen Kreisen ist... der wichtige Person... viel mehr Ehre... zu zeigen. Und im Prinzip sagen wir... wir stellen hier ein Schildchen hin... und wir stellen für uns ein Schildchen hier hin... da sagt man... der Geist... der verstorbenen Person ist da... und man kann mit der Person reden. Ich habe es gerade ein bisschen versucht zu... sich rüber zu bringen... weil es... manchmal das amerikanische schwieriger ist. Ich hoffe es war verständlich. Falls... aber... Mhm. Ich finde das sehr schön. Bis... auf diesen Part mit, dass... jede Person... den Respekt verdient hat. Das sehe ich anders. Das... glaube ich... ich verstehe das auch. Absolut. Das ist... hat... etwas Spezielles zu tun. Aber... ich sehe es auch ein bisschen anders. Aber es ist so wie mein Onkel... das mir hat beigebracht haben... oder beibringen wollte. Und letzten Endes... wenn es jemand Wichtiges ist... hat man auch noch was zu essen denn. Damit die Person... wenn sie jetzt kommt... ja... was zur Nachstellung hat... wenn man es so ausdrücken möchte. Hm... kleine Opfergabe... letzten Endes. Okay. Also... erzähl mir etwas über dich... und deinen Bruder. Weißt du ich... das Schwierige ist... ich weiß nicht wo ich anfangen soll. Fang an dem Punkt an... wo du denkst... es ist der richtige Punkt. Ich glaube es... bei mir etwas anders. Ich muss dir ein bisschen was... über meine Familie erzählen. Zum Beispiel über meinen Vater. Oder wie ich aufgewachsen bin. Ein paar Sachen habe ich dir ja schon erzählt. Ich habe dir erzählt... wie das mit meiner Mutter war. Wie ich aufgewachsen bin... und dass sie eigentlich... bis ich sieben war... sehr liebevoll zu mir war. Und dann diese eine Sache passiert ist... und sich das Verhältnis dann... sehr abgekühlt hat. Ich war nicht gewollt. Ich bin das letzte Kind gewesen... und bin kein Junge geworden. Mein Vater hat nicht bei uns zu Hause gewohnt. Er hatte eine große Firma... und neben dieser Firma war es ein... sehr sehr großes Haus. Wahrscheinlich war es gar nicht so groß. Ich habe es wahrscheinlich einfach nur so in Erinnerung. Ich glaube ich habe es einfach nur so in Erinnerung. Weil es so viel größer war als unseres. Nun war viel Arbeiten. Geschäftsmann. Ich weiß nicht genau was der gemacht hat. Und... wir haben halt auf dieser Farm gewohnt. Wir hatten auch ein paar Tiere. Und viele Schweine. Die wurden dann auch gestartet. Also es war alles so. Und wir haben uns auch halt davon miternährt. Ähm... Und ich habe dir doch erzählt, dass ich da diese Küchlein gebacken habe. Und dass mir dieses Tablett dann runtergefallen ist und ich ganz viel Ärger bekommen habe. Mhm. Als ich Teenager war. Sechzehn. Fünfzehn, sechzehn. Da war ich so weit, dass ich quasi nochmal so eine... Kann man das Chance nennen? Das ist ein bisschen blöd. Ich war viel zu Hause. Ich war... selten mal von zu Hause weg, außer zur Schule. Auf jeden Fall hatte mein Vater in diesem... in diesem großen Haus, in dieser großen Treppe in der Mitte... gab es auch so ganz große Räume. Und einmal im Jahr gab es da solche Treffen. Mit ganz vielen wichtigen Menschen. Alle haben eine andere Sprache gesprochen. Und die waren alle für meinen Vater da. Und meine Mutter und ich waren halt dafür da, dass wir einfach ein bisschen... Alkohol rumreichen. Das war also ein riesen Tablett. Da waren ganz viele kleine Gläschen drauf. Und ich sollte es einfach nur reinbringen. Mehr nicht. Eigentlich gar nicht so schwierig. Es gab in diesem Raum so richtig große, rote, schwere Vorhänge an den Fenstern. Und die Vorhänge waren dann so zusammengewickelt mit so großen Kordeln. Goldene Kordeln. Naja. Ich glaube, du weißt mittlerweile, dass ich ein bisschen tollpatschig bin. Ich bin immer eine dieser Kordeln gestolpert und... ein ganzer Alkohol, das Glas. Alles ist vom Tablett gefallen. Ich auf dem Boden. Und es war mucksmäuschen still in dem Raum. Mein Vater ist aufgestanden und hat sich sofort bei allen entschuldigt. Auf verschiedenen Sprachen. Ein sehr kluger Mann. Und dann fingen alle an zu lachen. Es waren nur Männer. Und da fielen so Sätze wie, du hast deine Kleine nicht unter Kontrolle. Oder warum ist sie überhaupt noch da? Und einer stand vor mir, hatte schon was zu trinken bekommen. Hat dann das Glas über meinen Kopf gelehrt und hat gesagt, damit es sich wenigstens auch lohnt. Mein Vater hat mir nichts getan. Nichts. Das ging dann noch ein bisschen weiter. Ich wurde ein bisschen rumgereicht, rumgeschubst. Und so weiter. Irgendwann kam meine Mutter, hat das alles aufgewischt, hat nichts gesagt und mein Vater hat mich mit rausgenommen. Hat mich dann in einen Raum gebracht und hat mich da verprügelt. Es war tatsächlich so schlimm, dass ich auch nicht mehr aus diesem Raum rauskam. Der Raum war aber nicht abgeschlossen. Und mitten in der Nacht kam mein Bruder dann rein. Ich habe mich im Arm genommen, so Bob. Und hat gefragt, ob die anderen wieder gemein zu mir waren. Und ich glaube, er dachte, dass für irgendwas in der Schule passiert. Ich habe es ihm nicht gesagt. Und ich habe sehr viel geweint und an den Armen haben wir uns einfach versprochen, dass wir uns niemals im Stich lassen. Und dass niemals wieder vorkommen wird. Und wir quasi auch jetzt eins sind. Und wir quasi auch jetzt eins sind. Wie ich es auch für dir gesagt habe. Hm. Hm. Naja. Zu meinem Bruder Bob. Du kanntest ihn nicht, aber hättest du ihn gesehen an dem Tag, an dem wir hier eingereist sind, hättest du das wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber er war tatsächlich Country-Singer. Damals. Er sah gut aus. Er hatte eine richtig rauchige, rockige Stimme. Er hatte sogar viele Fans. Und mein Vater hatte großen Einfluss, da wo ich herkomme. Und dadurch hat er sogar einen Datenvertrag bekommen. Und meinem Vater hat es eigentlich nicht gefallen, weil eigentlich sollte Bob die viermal übernehmen. Er war ja nicht mein einziger Bruder. Ich habe tatsächlich nicht so viel davon mitbekommen, weil er relativ viel unterwegs war. Also, Bob. Er war halt alleine mit meiner Mutter. Mein Bruder hat bei meinem Vater gewohnt. Du musst dir vorstellen, das war so ungefähr eine Stunde von dem Ort, wo wir gewohnt haben. Das war ein bisschen eine gehobenere Gegend nicht so. Diese kleine Farm, wo wir gewohnt haben. Die Farm hat sich auch immer so süß angenommen. Das war einfach hässlich. Und runtergekommen. Irgendwann nachts kam Bob dann nach Hause und war angetrunken. Aber er war nie jemand, der so, der angetrunken ist und uns jetzt irgendwie das Herz macht oder so. Er ist immer so ein bisschen wagemutig dann. Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Wir haben uns umarmt. Und er ist dann in das ehemalige Zimmer von meinen Eltern gegangen. Ich habe gesagt, mein Vater hat ja nicht mehr bei uns gewohnt. Und er hat eine Kiste rausgeholt. Und dann hat er gesagt, Jackpot, siehst du, da sind da diese ganzen Keycards drin. Und das ist tatsächlich so eine Kiste, das ist so ein bisschen eine kleine Versicherung von meinem Vater gewesen. Falls irgendwas mit der Firma ist oder ihm irgendwas passiert. Dass meine Mutter und mein Bruder wissen, dass da noch Zugang ist. Und ich weiß bis heute nicht, was er da gemacht hat, tatsächlich. Naja, auf jeden Fall hat Bob gesagt, was ist, wenn wir uns einfach mal angucken, was er da so macht. Und dann haben wir ein bisschen in der Küche noch getrunken und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann machen wir das. Wir sind im betrunken Auto gefahren und sagen wir mal an, getrunken. Er war ein bisschen mehr, ich war, ich konnte noch fahren. Und da standen wir halt vor der Firma und sind durch sämtliche Sicherheitsschleusen gekommen mit diesen Keycards. Es ist ein bisschen länger her, ich glaube, heute wird man da nicht so einfach reinkommen. Naja, wir waren drin und du musst dir vorstellen, es war sehr hoch. Es war verdammt hoch. Neben dieser riesengroßen, sehr hohen Halle standen ganz viele Kessel, die so hoch waren wie ein Einfamilienhaus. Ich kann es dir nicht anders beschreiben. Stell dir einfach ganz, ganz große Kessel vor. Mehrere nebeneinander. Richtig hoch. Und Bob war sehr wagemutig. Und er hat dann gesagt, ich gehe da jetzt da oben die Leiter hoch und will von oben gucken, was da drin ist. Weil die Kessel waren zu. Also ist er dann die Leiter da hoch. Ich habe nur gesagt, dass er das nicht machen soll. Und ich bin dann eine Treppe hochgegangen und war so ungefähr auf so einer Zwischenebene, so dass ich die Hälfte der Leiter quasi auf einer Treppe an so einem, wie sagt man das, so einer Brücke, so einer Brücke an den Kesseln aus Wahrheit, wie gesagt, nur zur Hälfte. Ich konnte aber nach oben gucken und konnte Bob sehen. Und er hat dann gesagt, dass da oben irgendwelche Hebel sind und irgendwelche Warnhinweise. Dann hat er gesagt, hier sind überall Schutzanzüge, irgendwelche Masken. Und dann hat es kurz rot aufgeblinkt. Bei Bob irgendwas, ich weiß nicht, was er betätigt hat, irgendwas hat er betätigt. Kurz aufgeblinkt. Und dann hat man auf die Tröte gehört, ich kann es nicht anders nachmachen. Und dann ist einer dieser Kessel aufgegangen. Und dann habe ich gesagt, wir müssen gehen, mach das Ding wieder zu. Irgendwie, wir kriegen wirklich Ärger. Naja, er war sehr neugierig und ist sehr angetrunken. Er ist dann also hin, hat reingeguckt und hat noch gesagt, dass seine Augen anfangen zu brennen. Und dann ist er da reingeklettert. Ganz schön dumm. Irgendwann ist er ausgerutscht und hat noch gesagt, irgendwie so was wie... Einfach nur so was wie Ups. Aber es hat sich tatsächlich nicht wie ein Ups angehört, sondern einfach wie ein Ups. So als würde seine Stimme wegbrechen. Ich bin also auch nach oben, aber ich habe nicht reingeschaut. Ich habe nur gesagt, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Und er meinte dann, dass er nichts mehr sieht, dass seine Augen brennen. Und seine Stimme hat sich richtig widerlich angehört. Und er hat gesagt, dass es überall juckt. Und ich wusste in dem Moment nicht, was ich machen sollte. Also habe ich einfach einen blöden Feuerwehrschlauch genommen. Von der Wand. Habe den komplett abgerollt und habe den da reingeworfen. Und ich kann dir das ja nicht sagen wie, aber er hat es irgendwie raus geschafft. Und ähm... Es war doch schon sehr widerlich. Es tut mir so leid, dass ich das jetzt so sagen muss, aber... Er war komplett aufgequollen. Und die Haut ist an manchen Stellen so, als würdest du. Wenn du Fleisch anbrätst, weißt du, wenn es so langsam vor sich hin kokelt. Es war halt komplett aufgequollen. Und aufgerissen an manchen Stellen. Okay. Ich habe dann versucht ihn nach Hause zu bringen. Und wir haben ähm... Ich habe alles gedrückt, was ich da gesehen habe. Und ich weiß bis heute nicht, ob ich diesen Kessel dazu bekomme. Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall raus. Und ich habe aber ganz sauber diese Keycats überall benutzt. Und wir sind zurückgefahren und ich habe seine Augen ausgewaschen. Ich habe seine Haut gewaschen. Ich habe versucht ihn zu waschen. Ich habe versucht ihn einzucremen. Dann hat er geschrien und gesagt, dass es brennt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war komplett überfordert mit der Situation. Und dann habe ich gesagt, schlaf einfach. Bis morgen ist bestimmt alles wieder besser. Und am nächsten Morgen, ich bin irgendwann eingeschlafen, habe ich meine Mutter schreien gehört. Und dann hat sie gesagt, Papa, es ist mit dir passiert. Und ich bin dann mit ins Zimmer. Und dann habe ich gesehen, dass er die Augen nicht mehr aufbekommen hat. Sie waren komplett zu und voller Eiter. Und er konnte auch nicht mehr richtig reden. Er hat eine richtig gequetschte Stimme gehabt. Das wurde mit den Jahren danach ein bisschen besser. Aber es war... Er konnte halt nicht mehr sehen. Es hat sich angehört, als würde er wirklich, wenn er redet, alles rausquetschen. Er hat in den ganzen Jahren sehr viel zugenommen. Er war nur noch im Schatten seiner selbst. Aber immer noch die Pioske. Immer noch. Er hatte immer noch alles für mich getan. Und unser Vater hat immer gesagt, dass wir für die Welt da draußen nicht gemacht sind. Dass wir das nicht eine Sekunde überleben würden. Und Rob hatte tatsächlich noch ein paar treue Fans, die ihm ein bisschen Geld gegeben haben. Und ich wusste lange nichts davon. Er hat das immer wieder zur Seite gelegt. Und dann eines Abends kam er rein und hat gesagt, pack deinen Rucksack. Ich habe zwei Flugtickets. Und er hat gesagt, nimm deine schönsten Kleider mit. Die schönsten, die du hast im Schrank. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe erstmal nicht nachgefragt. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt. Ich habe da einen Ort gefunden. Und da ziehen wir jetzt hin. Ich habe die meisten meiner Sachen da gelassen. Aber ich hatte meine schönsten Kleider mit. Ich hatte meine beste Jeanshose an. Und ein schönes weißes Top. Dann sind wir zum Flughafen. Wir mussten erst zu einer Bushaltestelle. Und das war so eine Haltestelle, da konnte man sich ein bisschen verstecken. Wie so ein kleiner Verstarkfest. Und da mussten wir dann aber erstmal warten. Und es war schon dunkel. Soll ich weiter erzählen? Erzähl weiter. Ich höre zu. Wir sind fast an der Hütte angekommen. Ich hatte meinen Rucksack auf. Und dann habe ich hinter mir eine Stimme gehört. Und ein Glas, das auf dem Boden gefallen ist. Das war kein Glas. Das war eine Flasche. Er hat mir gesagt, hey. Ich habe mich umgedreht und das war mein Vater. Er hat uns fast schon ausgedacht. Wie dumm das war. Was wir denn denken, was wir da tun. Bob stand schon an der Haltestelle. Und er hat mich an den Rucksack genommen. Und nach hinten gezogen. Der Rucksack ist dann irgendwann kaputt gegangen. Bin zur Seite geworfen. Und mich an den Haaren dann zurückgezogen. Den ganzen Weg. Das war es dann auch mit meinen Jeans. Und meinen schönen weißen Oberteil. Das ist nämlich in der Mitte zerrissen dadurch. Ich habe mich dann zurück zum... Zu der Farm gezogen. Aber nicht zu der Farm selbst. Also nicht zu dem Haus. Sondern zum Schweinestall. Und habe mir in den Bauch getreten. Mehrfach. Und habe mich ausgelacht. Und gedacht, was denkst du denn, wer du bist. Das war nicht das Einzige, was er gesagt hat. Hm. Hat er noch gesagt? Er hat meinen Kopf in Richtung eines Schweins gehalten. Und gesagt, selbst diese dreckigen Schweine sind mehr wert als du. Mehr wert als ihr alle. Ich habe Bob nicht mehr gesehen. Er hat es irgendwie nicht geschafft hinterher zu rennen. Ich habe ihn aber lange gehört, wie er gekeucht hat. Er hat da sehr viel zugenommen. Er konnte so schnell nicht rennen. Er hat mein Vater gesagt, bevor du abhaust, bringe ich dich um. Und du wirst auf ewig hier bleiben. Der Schwein wird es schmecken, denn Schweine fressen jeden Dreck. Und diesen Satz hat er tatsächlich relativ oft wiederholt. Der Schweine fressen jeden Dreck. Er hat immer wieder meinen Kopf genommen und in den Schweine trug, gedrängt. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie ich nach dem ganzen Mal überhaupt noch Luft bekommen habe. Er hat immer wieder in den Bauch getreten, nie meine Haare losgelassen. Und irgendwann habe ich hinter mir so einen Windzug bemerkt. Und dann hat es aufgehört. Ich bin mit dem Kopf auf dem Boden. Und dann habe ich nichts mehr hinter mir gehört. Gar nichts. Es war komplett still. Ich habe Bob da gesehen. Und mein Vater. Weißt du, wenn du Schweine schnachtest, dann hast du so einen Haken. Und da bluten Tiere dann dran aus. Und mein Vater hatte den Mund ganz weit aus. Und der Haken ist durch hinten, durch seinen Kopf, durch den Mund wieder raus. Und er war tot. Und Bob war unten dran. Er hat ihn da reingeschoben. Mit voller Wucht. Und das Blut tropfte dann auf meinen Bruder runter. In dem Moment war ich aber komplett perplex, weil ich konnte nichts machen. Ich konnte kaum was sehen. Ich hatte nicht nur Wasser in den Augen. Ich hatte sämtliches Futter. Und, naja, was sonst noch in so einem Schweinedruck ist. Du kannst es dir denken. Ich hatte alles in den Augen komplett verschmiert. Bob hat ihm gesagt, dass ich ihm helfen muss, dass wir ihn vom Haken runter bekommen. Und ich habe nicht nachgefragt. Ich habe das einfach gemacht. Ich bin hin und habe geholfen, ihn anzuheben. Wir haben es geschafft. Und ich habe mich erstmal hingehauen. Ich konnte nicht richtig stehen. Das ging nicht. Dann hat Bob mich im Arm genommen und wir haben 10 Minuten nichts gesagt. Nicht ein Wort. Nicht geweint. Nur geatmet. Und danach hat er gesagt, dass... Ich ihm jetzt helfen muss, dass wir unseren Vater in den Stall zu den Schweinen ziehen. Denn du wirst es nicht glauben, Justa. Aber es ist wahr. Schweine fressen wirklich jeden Tag. Und genau das haben sie gemacht. Wir haben damit angefangen, ihn zu essen. Und dann bin ich ohne Rucksack mit meinem Bruder komplett schmutzig zur Bushaltestelle. Und im Frühkörper habe ich mich gewaschen. Und dann war ich hier. Und dann war ich hier. Und dann bin ich zu einem anderen wieく. Und dann sind die Frau der Rucksack mit dem Rupen. Und dann bin ich sonst. Und dann die Frau der Rucksack mit dem Ruckuck. Und dann bin ich groß. Und dann bin ich mir gespannt. Und dann bin ich mit dem Rucksack mit dem Rücken. Und dann bin ich zu!? Vielen Dank. Ich respektiere deinen Bruder, Bob. Er hat das Richtige getan. Es tut mir leid, dass du sowas erleben musstest. Beziehungsweise ihr beide. Er hatte das hier nicht verdient, was hier passiert ist. Das definitiv nicht. Möchtest du erzählen, was hier passiert ist? Und wir sind zu dieser Kreditfirma gegangen. Weil Bob gesagt hat, dass wir einen Kredit brauchen für ein Auto. Und das haben wir dann gemacht. Und wir haben uns bei, ich weiß nicht mehr, wie das damals hieß, das Autohaus in der Saus, haben wir uns dann ein Auto gekauft. Und wir waren richtig gut gelohnt. Was man eigentlich in so einem Moment natürlich nicht hätte sein dürfen, aber es ist eine große Last von Herrn gekommen. Und ich sollte diesen Kreditvertrag unterschreiben und das habe ich auch gemacht. Wir sind mit dem Auto dann noch im Süden ein bisschen rumgefahren und sind irgendwann auf einem Parkplatz. Und ich kenne die Sauszeit mittlerweile sehr gut. Ich kann dir nicht sagen, was für ein Parkplatz das war. Ich kann es dir einfach nicht sagen. Ich hatte einen Rückwärtsgang eingelegt und es ging ein Motorrad oder Roller, ich weiß es nicht, gefahren. Und da standen einige Leute und denen hat das überhaupt gar nicht gefallen. Und da, wo wir herkommen, hattest du solche Probleme nicht. Dann wurde dann ihrem, wie den Eltern Bescheid gesagt und dann gab es einen Trachtprügel oder sowas. Oder du durftest wieder ein, zwei Monate das Haus gar nicht verlassen. Und da war es ein bisschen anders. Eine meinte, er sei ein Mechaniker und er kann helfen, unser Auto zu reparieren. Und mein Bruder hat sofort gesagt, ja, dann machen wir das doch. Und dann haben sie uns in zwei verschiedene Autos gesetzt. Und dann... Sind wir zum Hafen gefahren, Yusuf. Ganz in der Nähe von der Garage, in der ihr mich gefunden habt, bei Gordon und dem Foss. Wir sind zu einer Garage am Hafen gefahren. Da sind wir dann rein und ich sollte mich auf einen Sitz setzen. Und... Ich habe geweint. Angst gehabt. Mein Bruder hat das getan, was er sonst auch immer getan hat. Er hat mich beschützt. Und nachdem sie uns beleidigt hatten, dieses Auto reingefahren haben und dann komplett auseinandergenommen haben, ist Bob auf einen von ihnen zu und der zog eine Waffe. Da hat mein Bruder dann erschossen. Dann sind alle weg. Mein Bruder hat mir nicht mehr geantwortet. Ich habe geweint. Dann bin ich raus aus der Garage. Ich habe das PD angerufen. Und dann war das große Problem. Ich möchte bei meinem Bruder sein, aber... Die Garage hat sich immer wieder geschlossen. Weil ich bei meinem Bruder bin, weiß das PD nicht, wo ich bin. Damals konnte man noch keinen Standort verschicken oder sonst was. Ich wusste nicht, dass es so etwas wie ein Dispatch gibt. Ich wusste das einfach nicht. Also, ich habe nicht mehr reingeschaut. Und ich bin dann immer draußen geblieben. Und es hat sich angefühlt, als wäre es Stunden gewesen. Aber irgendwann kam das PD. Und das MD. Der MD ist direkt zu meinem Bruder rein. Und Frau Collins war die erste, die sich um mich gekümmert hat. Sie war ja auch seine Seelsorgerin im PD. Irgendwann hieß es, dass ich nochmal zu ihm rein könnte, weil... Was ist das? Was ist das? Das ist dann wie ein Helikopter. Ist das ein Helikopter vom PD? Sollte tendenziell einer von dem PD sein, aber ich sehe es gerade nicht. Können wir ihn woanders hingehen? Wenn du es möchtest, können wir woanders hingehen, ja. Aber vom Spotlight her könnte das der Fall sein. Sicher? Ja, sicher. Er dreht auch wieder ab. Alles gut, ich bin da. Okay? Ja. Okay, ich habe mich erschrocken. Verstehe ich. Aber es wird ein PD-Helikopter gewesen sein. Moment, mein Telefon. Marsch, die Marsch. Oh, scheiße. Okay. Nein, nein, das denken wir nicht. Aber gut, dass sie Bescheid sagen. Das war gerade sehr wichtig sogar. Regato. Angenehm Abend, passen Sie. Es war Mr. Vice. Was ist denn los? Alles gut. Also gut, relativ. Es gab wohl eine Entführung. Er wollte nur Bescheid sagen, dass das ein PD-Helikopter war und er uns nicht beschattet. Warum auch immer er, dass es so gesagt hat. Warum? Es ist immer noch nie Todestag von Bob in meiner Nähe. Okay. Ähm. Nein. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir können erst mal wieder zurückgehen, wenn du möchtest. Wir können auch hier bleiben. Das ist okay. Okay. Du hattest darüber erzählt, dass, äh, Collins kam. Ach, genau. Ähm. Ja, eigentlich endet die Geschichte schon da. Wir müssen gehen. Oh. Ich konnte nochmal rein zu meinem Bruder und habe unglaubliche... Niemassen. Sorry. Ja. Hm. Ist gerade nicht so wichtig. Sicher? Ja, es ist Max. Geht um den Klamotten-Container. Oh. Ja. Ist jetzt nicht so wichtig. So, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Arigato. Wofür? Es tut mir sehr leid, zu hören, was dir passiert ist. Was deinem Bruder passiert ist. Sehr, sehr leid. Oh, Max. Why? Max, why? Schlechtester Zeitpunkt. Hm. 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 Ja. Was sagt man darauf? Wie meinst du das genau? Ich weiß nicht, was man darauf antwortet. Es gibt ja gar nichts, worauf man antworten kann. Es gibt auch nicht das Richtige, was andere Leute dir sagen können. Man sagt halt, es tut einem leid, aber man kann ja sich nicht in einen hineinversetzen, wie es dann damit geht. Was wir aber machen können, wenn man meine Antwort ist. Lass uns mal nach da vorne gehen. Okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so etwas gibt und ich weiß nicht, ob man, ich bin da immer sehr skeptisch. Aber ich weiß auch, dass es Menschen hilft, das Zulauf. Stell dir vor, ob steht jetzt dort bei den Sargeschildchen. Er sieht das leckere Essen, was du noch hier legen musst. Das süße Getränk. Und er freut sich. So wie du mir das erzählst, freut er sich wahrscheinlich definitiv. Einerseits dich zu sehen. Andererseits wegen dem Essen. Er hört dir zu. Erzähl einfach, wie es dir ergangen ist. Was dir passiert ist in den letzten drei Jahren. Wie wichtig du ihm bist. Äh, wie wichtig er dir ist. Erzähl einfach. Einfach erzähl. Irgendwo hört er das. Vielleicht steht er auch gerade wirklich da. Das weiß er. Ich stand hier schon mal und hab mit ihm geredet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch die ganze Zeit irgendwo in meiner Nähe ist. Zumindest hat mir Nea das heute klar gemacht. Ich glaube, ich bräuchte ihm nichts sagen. Ich glaube, er wüsste es einfach. Okay. Das ist auch okay. Und wenn du daran glaubst, ist er auch immer in deiner Nähe. Und du schützt dich. Es wird so sein. Es muss nicht. Es wird so sein. Du stehst auch gerade da. Und schaut dich einfach an. Wer weiß. Wer will sich wundern, wie ich mit der Weine aussehe. Inwiefern wundern. Keine kurzen schwarzen Haare mehr. Ist das so? Na, erzähl. Nein, richtig tolles, etwas teures Make-up. Schöne Klamotten. Oh ja. Echt, wo ist der denn? Das war ein Watsch. Komm, ich passe. Ich muss da hinten mit dir reden lassen. Okay. Machen wir. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das schräg. Ich versuche nichts zu machen. Ob. Wenn du irgendwo bist. Ich passe auf die Sier. Werde sie beschützen. Egal was kommt. Haarek hat das so sehen. Nora. Vergangenheit beschützt das. Wofür? 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 Ich bin... Gerne. Und... Kann ich nur zurückgeben. Und gemeinsam, wie du vorhin schon sagtest, schaffen wir alles. Was tun wir? Wenn ich dir natürlich eine Sache noch etwas in den Weg geholt habe. Was macht man jetzt? Trinkt man die beiden anderen und lässt das andere stehen? Wir lassen das andere stehen. Wir lassen den einen Burger dort stehen. Und... Wir stoßen auf das Schädchen an. Du sagst theoretisch noch einen Satz, den du auf den Weg geben möchtest. Und dann sagst du Kanpai. Und dann zieht der Geist weiter. Okay, dann machen wir das mal. Okay. Ich bin so schlecht in solchen Sachen. Sag einfach das, was du... In deinem Herzen hast. Und selbst, wenn du nur Danke sagst. Ich würde einfach sagen... Ich hoffe, ich habe mich heute wie der schlechteste Mensch der Welt gefühlt. Ich war im Hafen und konnte mich nicht daran erinnern, wo die Garage war. Ich habe lange gesucht. Sehr, sehr lange. Ich habe gedacht, ich fange an, dich zu vergessen. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt. Und dann habe ich eine Freundin von mir angerufen. Dann klingelt mein Telefon. Ich werde es in die Klugmutter stellen. Und... Dann habe ich einfach erzählt. Ich habe erzählt, was passiert ist. In der Garage. Und gefühlt zehn Schritte weiter habe ich sie dann gefunden. Und ich bin reingegangen. Und ich habe nicht geweint. Ich habe diesmal nicht geweint. Wir haben Blumen geheult. Wir haben Blumen hingelegt. Und ich habe einen Settel hingelegt. Und auch wenn ihn irgendjemand wegnimmt. Und ich keinen Grabstein für dich habe. Bin ich froh, wenigstens das hinkriegt zu haben. Und dann wurde mir auch bewusst, dass ich dich gar nicht vergessen kann. Wie denn noch? Vielleicht ist es doch ganz gut, wenn ich vergesse, was hier passiert ist. Ich darf nur nicht vergessen, was damals passiert ist. Und was du für mich da warst. Das würde ich Ihnen sagen. Du willst nicht. Du hast es ihm gerade gesagt. Hm. Dann kanpai. Kanpai, Bob. Kanpai, Bob. Er weiß ja gerade die ganze Zeit versucht, mich anzugucken. Nächstes Jahr stelle ich mein Telefon vorher auf dem Flug. Mach das so. Und sabotieren vielleicht den Helikopter, dass er nicht starten kann. Das wäre vielleicht ganz gut. Aber wahrscheinlich sind wir dann schuld, wenn er gebraucht hat. Mein Telefon klingelt. Es ist weiß. Soll ich mal dran gehen? Kannst du mir sagen, dass es gerade nicht gut ist? Marsch, marsch. Ich frage einmal, kennst du an Kyle Harrison? Das ist wohl sehr wichtig, die Frage. Nein, den Namen habe ich noch nicht gehört. Hat sie noch nie gehört? Was ich sage? Ich sage ihr das einmal. Evan Anderson hat wohl irgendjemanden entführt. Sag Mr. Weiss gerade. Mit seiner blauherrigen Freundin. Oh, okay. Weil es sagt ihr trotzdem nichts, oder? Geht es der Ex-Freundin gut? Ähm, Miss Barnes fragt, ob es der Ex-Freundin von Evan Anderson gut geht. Wie heißt sie? Maria Mendes. Maria Mendes. Sie wurde von ihm vor ein paar Tagen entführt. Ich habe sie in Detektiv schon weitergegeben. Das ist aber noch sehr geheim. Sie hat sich nicht offiziell anvertraut. Ich rufe ihn an. Miss Barnes ruft sie einmal an. Hier. Wie war es denn, wie gerade eine Schneeflocker man hat gehabt? Oh, Moment. Frau Barnes, also passen Sie auf. Es ist ganz komisch. Wir haben einen Anruf bekommen, dass eine Person beim Sandy Shores Airfield entführt wird. Okay? Die Person ist am Telefon geblieben. Wir sind angefahren. Wir haben beim Sandy Shores Airfield niemanden gefunden. Die Person hat aufgelegt. Dann haben wir mit allen Einheiten alles abgesucht. Unter anderem waren wir ja auch bei Ihnen da, wo Sie gerade da standen. Ja? So. Dann sind wir zum Ruinedorf geflogen. Zum Ruinding hier überhalb Sandy Shores Airfield. Und da war Evan Anderson und hat eine Freundin bei sich, Frau bei sich mit blauen Haaren. Die sind schon mal aufgefallen, wenn ich eine Straftat. Wir haben dann gesehen, dass drei Personen weggegangen sind von dem Ruinedorf. Evan Anderson, seine Freundin und das Opfer. Das Opfer wiederum durfte sich neben den Wagensätzen von Evan Anderson, während dieser und seine Freundin zwar einstiegen, aber losfuhren. Und der wiederum durfte dann uns anrufen. Und jetzt haben die sich ergeben. Ich check gar nichts mehr. Ja, das klingt mir nach dem Troll. Aber für Sie als Information, das muss wirklich unter uns bleiben. Und Herr Williams und Herr Foley wissen Bescheid. Ja, Herr Foley steht bei mir, genau. Genau. Maria Mendes wurde entführt. Ich habe sie gestern getroffen. Ich wurde dabei observiert, damit ich nicht in Gefahr bin. Und ist sehr, sehr vorsichtig. Ich konnte sie dazu überreden, dass sie mit Herrn Williams aber, dass sie seinen Anruf abwartet. Er ruft sie morgen an. Und Evan hat gesagt, das nächste Mal, wenn sie das Geld jetzt nicht überweist, packt er sie nochmal ein und dann geht es nicht mehr glimpflich für sie aus. Ich stehe in Kontakt mit ihr zurzeit. Also er hat sie eingefallen. Ich habe gesagt, wer war da noch dabei. Das möchte sie mir nicht sagen. Ich kann es mir aber denken. Er lebt wahrscheinlich mit dem blauen Haaren, ne? Ne, das müssen andere gemacht haben, aber er war definitiv dabei. Er war vor Ort. Ja, er hat ja Kontakt zu den Aztekas. Das habe ich ja auch früher tappt. Ja, da habe ich sie ertappt. Mhm. Naja, auf dem Dach beim Parkhaus statt Park standen die. Ja, also sie sagt mir da nichts. Aber sie wurde genauso beobachtet wie ich. Also sie hatte auch wem dabei, der sie beobachtet hatte. Ja, aber das hier verstehe ich nicht. Okay. Klingt für mich so, als ob der uns hier verarschen will, richtig? Klingt für mich auch so, ja. Ja, deswegen wäre es, glaube ich, beste, einfach ihn am besten gehen zu lassen, richtig? Weil dann geben wir ihm nicht das, was er will. Ja, einfach ignorieren. Das ist das Beste, was man da machen kann. Okay. Ja, alles klar, Frau Barnes. Wenn was Neues ist, ruf ich Sie an, ja? Ja, gut. Bis dann. Nein. So. So, wie machst du? Wieso? Ja, weil das ist ein blöder Zeitpunkt, der es gerade war, irgendwie. Ja, das soll man machen. Max SMS hat ja jetzt auch nicht, oder? Ja. War ja auch ein blöder Zeitpunkt. Ja. Los, gehe ich, wenn Sie es was ansprechen, weil ich es loswenden möchte, okay? Okay. Jetzt weißt du ein bisschen was über mich und du weißt auch, dass, ähm, was ganz vorher war mit den Beziehungen, von denen ich dachte, dass sie welche waren, aber sie waren es nicht. Und hier mit Lamos die Zeit. Mhm. In der sehr viel passiert ist. Ich hab dir viele Sachen erzählt. Schnee durchlauf ist halt, dass er auch oft mit mir mit Frauen gefiltert hat, wenn ich daneben stand, mir gesagt hat, dass er das eigentlich gar nicht mal so schlimm findet, dass es hier nur ein Flirt. Solche Sachen. Ähm, diesen Spruch, den er mir gedrückt hat, von wegen, ähm, Appetitcode wird sich draußen, gegessen wird zu Hause. Einfach, solche Sachen sind relativ oft passiert. Mhm. Es gab eine Situation im Addys, da war, hat eine Dame schon mit ihm geflirtet und er war auch einigermaßen flirty zurück. Wir standen daneben und dann hab ich gesagt, äh, ich bin übrigens die, äh, Verlobte und er hat einfach über mich drüber geredet und das war eine richtig unangenehme, peinliche Situation. Ich kam dann auch nicht zu Wort, er hat einfach mit ihr weitergeredet. So. Ich hab Probleme mit dem Thema, Justus. Und ich muss was zugeben, weil ich mich sehr schlecht deswegen fühle. Erinnerst du dich an, an den Tag, an dem Max das erste Mal aus deinem Auto raus ist, mit dem er dir Geld gegeben hat und du bist hinterhergerannt? Mhm. Ja. Da war ich eifersüchtig. Oh, okay. Warum? Weil es für mich in dem Moment komisch war. Meine Freunde haben nicht wirklich viel mit dir zu tun gehabt und ich bin nur Lamus gewöhnt, der so gut wie gar nichts mit meinen Freunden zu tun hatte. Und es hat sich einfach komisch angefühlt, als er sich auch an ihm so gut verstanden hat. Und Max ist mein bester Freund. Und im Weihnachtsmarkt ist es auch wieder passiert. Als du Lia angeboten hast, dass sie bei uns wohnen konnte. Das ist so herzlich und so lieb. Aber ich hatte wieder so einen Gedanken. Jetzt passt er auf Lia auch. Jetzt verliebt er sich wahrscheinlich in Lia und dann bin ich bald wieder Geschichte. Und ich denke mir die ganze Zeit, Juske, was passiert, wenn ich selbstverständlich für dich werde, wie Namus. Ich weiß, du bist kein Namus, aber da ist es passiert. Es tut mir leid, dass ich so denke. Es tut mir wirklich leid. Du brauchst niemals das Gefühl haben oder denken, dass du selbstverständlich für mich bist. Kannst du gar nicht. Ach, ich kann dir langweilig. Ich kann langweilig werden. Nein, kannst du nicht. Weil immer, nein, immer wenn wir unterwegs sind, passiert irgendwas anderes. Immer wenn wir unterwegs sind, zeigst du mir Seiten des Lebens. Ich kann das nicht in Worten fassen. Immer wenn wir zusammen unterwegs sind, passiert irgendwas Lustiges oder Spannendes. Und immer wenn wir unterwegs sind und selbst wenn wir irgendwo an einem See sitzen würden und einfach nur die Zeit genießen, ist es für mich immer noch was Spannendes. Weißt du warum? Weil ich die Zeit mit dir verbringe. Das ist wie, was du mir geschrieben hast. Klar, da bringe ich auch gern Zeit mit dir und deinen Freunden oder mir mit meinen Freunden. Aber für mich ist es immer das Highlight am Ende. Wenn wir beide alleine unterwegs sind. Wir miteinander Zeit verbringen. Aber weißt du, warum ich immer frage, ob wir mit den anderen noch was machen sollen? Ich möchte nicht, dass sie das Gefühl haben, dass ich nicht den wegnehme. Weißt du? Und ich kann mich wie niemand anderes verlieben. Das weißt du nicht aus, okay? Das ist einfach die Tatsache. Ich bin nicht so ein Mensch und das kann ich jetzt natürlich einfach nur sagen, aber Du bist meine Kirschblüte und vergib sie miteinander. Und ich weiß, dass es schwer ist für dich, das zu akzeptieren. Kein Wunder nach den Geschichten, die ich bis jetzt mitbekommen habe. Aber irgendwann schaffe ich es, dich komplett zu überzeugen. Aber ich brauche dafür noch Zeit und ich habe dir damals meine Stärken und Schwächen aufgezählt. Und bei meinen Schwächen habe ich dir genau das genannt. Du hast bei allen keine Reaktion gehabt, nur bei dieser Schwäche. Du hast gesagt, oh. Und ich wusste jetzt nicht, wie soll ich das ansprechen? Ich... Du kannst mit Frauen reden, du kannst mit allen Leuten reden. Das ist mir ja... Eigentlich egal, ich vertraue dir. Aber es waren zwei Situationen, in denen ich gemerkt habe, dass ich noch nicht so weit bin. Und ich weiß nicht, wie ich das loswerden kann. Das ist eine schwierige Frage. Und die Lösung dafür kann ich dir nicht geben, weil... Ich... Eifersucht nicht empfinde. Ich vertraue dir. Und... Warum sollte ich dann eifersüchtig sein? Und dass du so empfunden hast bei den beiden Situationen, tut mir natürlich sehr leid. Diese Reaktion von mir, dieses Oh. War das bei dem Eifersuchtsthema? Ja. Verstehe. Dann habe ich einfach Oh gesagt. Ich brauche ein paar Monate dafür. Okay. Geht alles viel zu schnell bei uns, Justin. Okay. Und du meintest, du warst mit Kate vier Monate zusammen. Ist das richtig? Vier offizielle Monate, ja. Deswegen sage ich ja. Vielleicht werde ich dir langweilig oder selbstverständlich, weil... Für mich sind vier Monate nichts. Ich komme aus einer zweieinhalbjährigen Beziehung. Und ich habe einfach Angst davor. Ich habe auch gerade Angst davor, dass ich zu viel mache. Und ich dich sogar noch verschrecke. Wie meinst du, dass du mir zu viel machst? Das wirst du noch erfahren, weil... Du kannst mich gar nicht verschrecken. Die Sache ist... Ich bin es nicht gewöhnt, dass jemand für mich was macht. Aufrichtig für mich macht. Ich bin es nicht gewöhnt, dass jemand zu seinen Worten steht. Und nicht einfach nur dahin sagt, ja, lass doch mal das und das machen. Das und das. Und dann so und das. Sondern es passiert wirklich. Wir haben gesagt, hey, lass doch mal wandern gehen. Und du hast wandern. Du hast wandern. Aber wir haben es gemacht. Bei der bestmöglichen Möglichkeit. Wir haben gesagt, lass doch mal... Mir fallen gerade die Beispiele nicht so ganz ein. Was ich sagen möchte ist, wenn du etwas sagst, was wir machen, in dem ist es kein leeres Versprechen, sondern es passiert wirklich. Ja, das ist doch normal. Ja, das sagst du. Ich kann dir sagen. Es war für jemanden nicht normal. Wie meinst du das? Sagen wir mal, da ich niemandem was Böses möchte, ich wurde dahingehend mehr enttäuscht, als du denkst. Und ich mache sowas sehr gerne, Jus. Und habe eigentlich nur ein kurzes Danke zurückbekommen. Das wird bei mir nicht passieren. Nur, wo ich manchmal vielleicht die Schwierigkeit haben könnte, ist, es komplett so zeigen zu können, weil ich es nicht so gewöhnt bin, weißt du? Da habe ich ein bisschen Angst, dich zu enttäuschen. Gut, dann fassen wir zusammen. Wir haben beide unsere Schwierigkeiten. Wir haben beide Angst, uns gegenseitig zu enttäuschen. Irgendwie schon. Aber eigentlich also ich weiß, ich kann es mich nicht enttäuschen. Das ist halt so die Sache für mich. Kann ich. Ich glaube, ich habe es gerade gemacht, Jus. Wie meinst du? Was ich gesagt habe, es dauert noch ein paar Monate. Es war für mich keine Enttäuschung. Es ist verständlich. Ich habe nur ein bisschen Angst, was jetzt noch folgt. Denkst du, ich kontrolliere dich, das mache ich nicht. Wieso sollte ich jetzt denken, dass du mich kontrollierst? Du kannst reden, mit wem du möchtest. Es sind diese zwei Situationen, wo ich es nur nicht verstanden habe. Ich bin nicht jemand, der jemanden kontrolliert, weil er eifersüchtig ist. Ich kriege nur Angst. Also für mein Verständnis, ja? Nein, weiter. Also für mein Verständnis war es für dich schwierig, in der Situation mit Max, dass ich da hinter ihm hergelaufen bin, weil ich es direkt so verstanden habe. Ja, weil ich das von Namus gar nicht kenne. Aber was ist der Grund der eifersucht dort? Wissen. Ich meine, ich verstehe mich halt mit deinem besten Freund. Ist das nicht eher was Positives? Natürlich ist das was Positives. Bist du? Und das ist die Sache, wo ich ein bisschen zögerlich wurde und dich gefragt habe, ob das für dich okay ist. Also jetzt ist es leider gegangen. Weil ich ein bisschen Angst hatte, dass du vielleicht denkst, in so eine Richtung, weil du hattest ja gesagt, dass du Angst warst. Oder sowas. Aber hier ist es nur. Das habe ich gemerkt. Die Sache ist, es ist aber nicht so ein Ding. Bei mir ging es nur darum, dass deine Freundin in Sicherheit ist. Und als ich das gemerkt hatte, habe ich deswegen am Ende gesagt, am besten gehst du zu Max und Barbara. Weil du das Gefühl hattest, dass es dir ein bisschen unangenehm war. Ich würde dich aber nicht darauf ansprechen. Weil ich dich nicht Verlegenheit bringen möchte. Weißt du? Mir ist noch nie so ein Mensch begegnet, der das einfach für andere tut. Und ich habe dich kennengelernt als fiesen, grummeligen, kalten, gruseligen, forschen, Japaner in Uniformen. Ja. Es ist schwierig. Irgendwie zu fassen, dass es sowas halt gibt. Mir ist noch nie so ein Mensch begegnet. Deswegen denke ich, dass da irgendwas immer hinterstecken muss. Irgendwas. Niemand ist so nett. Das kann gar nicht sein. Da steckt aber nichts hinter. Die Sache ist, deine Freunde haben halt zu mir gesagt, Emilia, du hast gemerkt, wie ich da war, als es gesagt wurde. Und ich habe es auf die eine andere Art und Weise gesagt bekommen, dass die Familie wichtig ist. Und die Familie geschützt werden muss. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ariane. Es ist nicht der Zeitpunkt dafür. Alles gut. Na gut. Und was denkst du, was mein Vater für ein Mensch ist? Ein beschissener Arschlochmensch zum Beispiel. Ja. Und die Scheiße unter meinem Schuh. Das letzte vom letzten. Restmensch. Abfall. Soll ich weitermachen? Und du sagst, ich würde dich erst das verständlich nehmen, wenn ich... Mein Otoosan ist kein guter Mensch. Ich glaube, das hast du schon ganz gut gerade zusammengefasst. In keinster Weise ein guter Mensch. Er ist der Grund, warum ich Officer geworden bin. Es gibt natürlich noch andere Gründe. Aber er ist der Grund, warum ich Officer geworden bin. Und er ist der Grund, warum ich Detective geworden bin. bei mir ist es immer etwas Kompliziertes, wie man so sagt. Und man sucht sich nie aus, wo man reingeboren wird. Aber das war ein anderes Mal. Komm her. Bring dich. So, wir machen jetzt was aus. Ich weiß nicht, wie man das angeht, das Thema. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber man sollte es auch nicht versuchen. Äh, nicht, nicht, nicht versuchen. Geh mal deinen Finger. Könntest du bitte nicht so nah an der Kippe stehen? Ich würde mir das vielleicht ein bisschen hier machen. Wir können gerne weiter nach hinten gehen. Geh mal deinen Finger. Immer, wenn du das Gefühl hast, eifersüchtig zu werden. Aus irgendeinen Grund sagst du es mir. Okay? Das ist keine gute Idee. Warum? Du sagst es mir und du sagst mir warum. Und wir sprechen darüber. Ist es nur ein Angebot? Du musst es nicht annehmen. Ich möchte dir nur damit sagen, dass ich dir da zuhören möchte und dich sowieso nicht dafür verurteilen will. Ich muss nur eine unangenehme Frage dir jetzt stellen. Wir haben keine Chance, ne? Ja. Sind wir noch verlobt? Natürlich sind wir noch verlobt. Ich war mir gerade nicht sicher. Ich hatte gerade einen ganz komischen Vibe, um ehrlich zu sein. Was? Nein! Eigentlich wollte ich dich die ganze Zeit fragen, sind wir jetzt noch zusammen? Oder bist du mich überhaupt noch? Ich dachte, du bleibst hier. Du bleibst hier und wenn ich einen Dornbusch um uns herum auslege, dann kommst du nicht mehr weg. Aber ich wollte das tatsächlich gerade fragen. Natürlich sind wir noch zusammen und natürlich sind wir noch verlobt, wie du gerade bist. Ich dachte Angst, du willst es irgendwie, weiß ich nicht. Was denn? Irgendwie so, ich weiß, das ist so ein Biggteil das ist gerade so komisch und Nein! Ich würde dich nicht gehen lassen. Ich habe dir gerade gesagt, dass ich große Angst habe, dass ich dir irgendwann langweilig werde und dass ich dir nicht verlieren möchte. Das ist aber meine größte Angst. Nein, du kannst mir nicht sagen. Also, du kannst ich ich weiß, was du meinst. Du kannst ich nee, ich lasse dich nicht gehen. Auf gar keinen Fall. Und langweilig kannst du mir auch nicht werden. Ich habe ja Angst, dass ich dir irgendwann überdrustig wäre. Nein, das kannst du gar nicht. Aber warte mal ab, wenn der Alpha kommt, dann findest du mich bestimmt langweilig. Nö. Dann mache ich einfach das Smiley auf deinen Arm. Das ist mir spannend. Du bist so ein Spannender dann. Nein, das kannst du gar nicht. wirklich nicht. Du bist weißt du, warum du nicht langweilig werden kannst? Weil du eine super Frau bist. Ja gut. Ihr habt doch gesagt, ich setze mich mit dir in den Busch und dann gucken wir einfach Ameisen an, die gegen ihr da kämpfen oder so. Und das ist einfach spannend, weil ich es mit dir zusammen mache. Das war ein richtig beschissener Vergleich gerade. Ich bin trotzdem ein kaputter Mensch. Ja, aber was bin ich denn dann? Ja, du auch. Ariane, ich bin das Ebenbild von kaputt. Guck dir das an auf meinen Rücken. Guck dir das an. Jede einzelne Narbe. Ich wurde geschlagen, ich wurde aufgeschlitzt, Zigaretten wurden mir angedrückt, es wurden Pfeile auf mich geschossen und sonst der Gescheiße. Ich bin das Sinnbild für kaputt. Darf ich was ganz Makaberes sagen? Ja. Ich würde deinen Vater auch gerne an den Haken aufhängen. Ich möchte noch betonen, dass ich das nicht war. Oh, du sagst, du bist langweilig. Oh, du sagst, du bist langweilig. Dass du deine Jacke wieder anziehen. Warum? Weil es kalt ist. Ich finde, ah, ja, kalt. Ja. Du bist gerade ja. Es tut mir neid, du hättest eine richtig unkomplizierte Verlobte haben können. Nein, ich habe die perfekte Verlobte. Und es wird meine Mission, meine Quest sein, jeden Zweifel von dir zu entziehen. Ähm, hier ist das? Ähm, hallo? Hallo? Oh, oh. Aber gleichzeitig auch die... Hä? Ich bin ganz sehr versch... Oh, nein. Nein, nein, nein. Ich bin in der Vollstimmung. Leute, Moment. Oh Gott, Metix, wo bist du? Metix! Oh, warte, nein. Oh, nein, doch nicht. Oh, nein. Metix, wo bin ich da? Welchen Knopf muss ich nochmal drücken? Welchen Knopf muss ich nochmal drücken? Windows-Tab? Windows und Tab. Oh. Metix, ey. Kleiner Zuckerboy, du. Kleiner. Dankeschön, Metix. Habe ich gemacht, ey. So. Wir sind gleich wieder im Game. Ich möchte jetzt Dankeschön. Rose drückt ihre Ticken heute ein bisschen nah beieinander. Meine Tienen riechen nämlich nach Ei. Die Gott's Pinkel nehmen sie sofort wieder da. Nein. 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 Amen. 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 So, Leute. Ich muss sagen, es gab einen Kommentar im Chat, der war gerade das allergrößte Kompliment für mich und ich bin ja nicht so mit Komplimenten. Es hat eine Person geschrieben, oh mein Gott, die Szene aus dem Intro. Und dann war ich so, oh mein Gott, die Person kannte die Geschichte nicht und hat das jetzt so connected. So, oh mein Gott, da kommen natürlich noch mehr Szenen im Intro vor. Also später mit Arianes Vergangenheit, wenn ich mein GTA wieder fertig habe. Und ich sitze da, ich sitze Stunden, ich sitze Stunden über Stunden an der Scheiße. Und das ist gerade für mich, boah, ich habe mich ein bisschen beid. Ich habe mich, das war so, das war für mich gerade das allergrößte. Wirklich, das war für mich das allergrößte. Oh, geil. So, ich freue mich schon auf Band 5. Ihr seid sehr löp. Ihr seid sehr löp. Das schöne Intro, ne? Ich habe leider kein Häuschen gefunden, das müsst ihr euch irgendwie vorstellen. Kein Häuschen, so einen Verschlag habe ich leider nicht gefunden. Ich habe überlegt, so ein Toilettenhäuschen zu nehmen, aber das siehst du halt, dass es ein Toilettenhäuschen ist, das ist auch viel zu klein, ne? Also erst mal, wie sie wegrennen und dann will ich ja noch, dass der Vater im Hintergrund zu sehen ist, also es wird noch alles kommen. Ich kann nur dieses Rückschleifen natürlich nicht animieren, leider, ne? Und sie hat auch keinen Rucksack im Intro auf, aber das ist okay. Das ist okay. Wie wäre es denn, wenn sie mir keine Seiten machen? Irgendwo muss ich schon durchlaufen. Ja. Wir füllen einfach die beiden Seiten mit verschiedenen Leuten und werfen sie durcheinander. Du musst mir aber eine Sache versprechen. Ja. Wir werfen die so durcheinander, dass es Gesprächsbedarf gibt. Wir müssen Barbara zwischen Elena und Tilo sitzen. Oh mein Gott. Okay, das können wir machen. Okay. Ich, äh... Ja, ich finde es wie kacke, dass ich derjenige bin, der das jetzt hier wieder sagen muss. Ich danke. Du sollst bitte mal Walter Weiß anrufen. Ach so. Irgendwas mit Alvin Anderson schon wieder und interne Herausgabe. Und ich weiß, dass das ein wichtiges Thema für dich ist. Deswegen mach das gerne. Okay. Und dann fahren wir auch gerne zum VPD, wenn das nötig ist. So, Frau Barnes, passen Sie auf. Wissen Sie, ich lese Ihnen was vor der Herr, ich habe hier den, den... Moment eben. Bulli, ich nehme Ihnen mal den Zettel kurz aus der Hand, ja? Danke. Ja, ich habe ihn in der Hand. So, passen Sie auf. Hier steht 467. Beschreiben Sie gestern Abend, was passiert ist. Salah, ich war auf dem Weg zur LS Taxi-Zentrale. Es standen 3 Personen vor der Taxi-Zentrale, nicht maskiert. Jedoch habe ich die Gesichter vergessen. Es waren 2 Männer und eine Frau. Die Person fragte mich, ob ich Lami sei. Sie haben nach Harald Ecker gefragt. Dieser arbeitete jedoch nicht mehr bei uns. Ab diesem Zeitpunkt war mir klar, dass Evan Anderson, der Kiosk-Besitzer, was damit zu tun hat. Letztens habe ich bereits ein Problem mit Evan, aber es ging um eine andere Person. Hierbei stand ein Mitarbeiter im Mittelpunkt. Sie fragte mich ebenfalls über Harald Kündigungen aus. Die Information wollte Evan von ihr haben. Es waren 3 Personen, die vor der Zentrale standen. Es kam ein Auto vor, welches mich mitnahm. Der Fahrer war maskiert. Keine auffällige Kleidung. Wissen Sie zufälligerweise, aus welcher Akte das stammt? Ich kenne das tatsächlich. 467 hat das aufgenommen. Muss ich kurz überlegen. Das war auf jeden Fall etwas, was... Sag mir, Sie ruhig. Das war etwas, wo ich nicht dabei war. Aber ich weiß, dass ich definitiv mit Nami noch... Wie kommt der... Dass ich mit Nami darüber geredet hatte? Er hatte einen Dokument, einen Notizblock, wo die ganzen Zeugenaussagen von einer... Also irgendein Cop hat die ganzen Zeugenaussagen an Evan Anderson gegeben. Wir müssen diese Akte finden. Okay. Ich könnte... Das ist ja noch gar nicht so lange her. Richtig, Herr Eckerbude... Genau, genau. Ja, ich kenne das. Ich kenne den ganzen Sachverhalt auch. Ich könnte... Oder Sie könnten eventuell, wenn Sie die Freigabe haben, in die Sammelakte von Evan Anderson gucken. Da habe ich nämlich immer Notizen gemacht, wenn mir was gesagt wurde. Die hatte Herr Williams dann noch geordnet. Das heißt, da müsste eventuell eine Akte noch verlinkt sein. Wir haben die Akte. Oh, okay. Ja. Ja, Herr Fohle, zeigen Sie doch mal die Akte, bitte. Frau Barnes, können Sie einfach kurz zum VPD kommen? Ja, wir kommen. Okay, wir sind am Tresen. Bis gleich. Okay. Gut. Du hast es vorausgesagt. Hm? Alles gut. Ich... ... ... ... ... ... ... Aber es ist ein wichtiges Thema für dich. Naja, unterstütze ich dich. Dein Pfarrer Joske ist für dich da. Nein, aber vor allem nach gestern, ähm... ...nachdem ich mich mit ihr getroffen habe. Sie hat gesagt, ich bin die Einzige, der sie vertraut. Und ich konnte sie aber überreden, dass sie den Anruf von Tido dann entgegengenehmt. Ich habe ihr gesagt, dass es ein Detektiv, der sehr empathisch ist und sehr, sehr vorsichtig. Okay, dass ich mir sicher bin, dass sie sich da gut aufgehoben fühlt. Okay. Okay. Willst du eben... Bitte? Was? Willst du jetzt nicht die Sarkerflasche auf die Leber hinten reinpacken, den Koffer auch um? Ah, ich habe das Auto nicht abgeschlossen. Auto abschließen. Auto abschließen und anschneiden. Okay. Los, geh, ich gebe dir mal einen Kaffee rüber. Okay. Sekunde. Ja. Arigato. Dann... Machen wir mal los. Ich habe dich wirklich nicht verschreckt. Nein. In kalter Weise. Ich hoffe, ich habe dich mit der Verlobtenfrage jetzt nicht verschreckt. Ich hatte kurz Angst, dass... Also, im ersten Moment dachte ich, dass du das jetzt doch nicht so gut fandest. Ich weiß nicht. Der Moment war aber schnell verflogen, als ich gecheckt habe, was du eigentlich gesagt hast. Wie meinst du? Ich weiß nicht, ich habe noch verlobt gehört, dass ich filter manchmal einfach nur im ersten Moment Wörter rutsche. Ich verstehe. Und im zweiten Moment fasse ich den Satz in meinen Kopf zusammen. Okay. Ich... Ich bin sehr froh, dass wir miteinander reden. Ja, ich auch. Ich werde auch noch das einhalten, was ich vorhin gesagt habe und auch noch mit dir reden. Ja, du weißt schon. Über den Tag halt. Bitte. Bitte darum. Ja. Auf dem Hinterhof später. Wenn du das möchtest, auf den Hinterhof später, ja. Die haben übrigens gesagt, dass ich das noch bis zum 27. ziehen kann. Oh, meine Güte. Also, der Hausmeister. Ich habe den nochmal im Treppenhaus getroffen. Kann das eigentlich sein, dass wir den Hausmeister kennenlernen, so nicht, nicht? Ja, du arbeitest ja auch immer so spät wie immer vorher. Merkt das schon. Kannst du mir hier aber feiern. Alles gut. Der ist bestimmt gruselig oder so. Oh, ich muss dich noch was fragen. Ja. Kennst du die Legende von Ein Zelda? Ist das ein Computerspiel? Ja, es ist ein Computerspiel. Oh Gott, sehr Dank. Oh Gott, magst du das? Oder findest du das doof? Vielleicht habe ich rein hypothetisch dieses Spiel noch nie gespielt. Kennst du Musik daraus? Mehr oder weniger, denke ich. Okay, das ist okay. Aber du hast keine Abneigung jetzt so ganz stark dagegen. Nein. Warum? Müssen wir daraus was zeigen? Und, ja, ähm, meine Crystal Sounds, ähm, ich, und was ist mit diesen, habe ich das, ist das richtig? F, F, X, I, V? Ja. Oh Gott. F, F, X, I, V ist richtig. Oh Gott, das beruhige ich mich jetzt noch. Kannst auch, äh, das finale Fantasie 14 nennen. Ach so. Ja. Es gibt irgendwie sehr viele Teile von dieser finalen Fantasie. Oh, okay. Richtig schräg. Warum? Ich habe schon angefangen zu üben mit Gläsern. Hm. Genau. Okay. Und da taten sich heute ein paar Überraschungen auf. Da hatte ich mich kurz gefreut. Weil ich die richtigen, ähm, Noten gefunden habe. Da, dann habe ich das probiert, genau. Und das war, ist schon ganz gut geworden, so. Okay. Ich. Es ist mir eingefallen, Tonyos, wenn ich jemals irgendwie zu viel für dich machen würde. Und du würdest denken, du musst mir eben was zurückgeben, was du nicht machen musst. Weil dieses schöne Lächeln bei dir und dieses heimliche Danke eventuell, wenn ich dieses Gläser-Ding mache, das reicht mir schon. Aber wenn es irgendwann zu viel ist, dann musst du es mir sagen. Nur wenn du mir sagst, wenn es dir zu viel ist, wenn ich was für dich tue. Nein, niemals. Siehst du? Meine Antwort ist die gleiche. Ich habe selber die Zettel heute gefreut. Das war so süß. Ich hoffe, dass die sich aufgemuntert haben. Ich war mir nicht sicher. Ich wollte zumindest irgendwie ihr helfen. Ich war komplett verheult. Und dann habe ich die Zettel gefunden. Das war sehr schön. Das hat mich aufgemuntert. Die Sache ist, ich war mir halt nicht sicher, ob du heute dann wirklich was machen möchtest. Weil ich hätte auch verstanden, wenn du sagst, du brauchst deine Zeit für dich, weißt du. Und da ich diese Sorge halt hatte, wollte ich zumindest es dir da mit einer kleinen Freude machen. Ich fühle mich gerade sehr erleichtert. Okay. Das ist gut, denke ich, ne? Und ich habe mich nie getraut, dir irgendwas in meiner Vergangenheit zu erzählen. Ich hatte mal ein bisschen Angst, gejudged zu werden. Oder sowas wie, hey, das ist eine Straftat, die dein Bruder begangen hat. Das ist nicht in Ordnung. Ich bin Police Officer. Ich muss das jetzt nachträglich anzeigen. Sagst du den Leuten in Kentucky Bescheid? Weißt du, Ariane? Ich habe mehr Verständnis dafür, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Und ich würde dich niemals gejudgen. Richte ich auch nicht. Für nichts. Würde ich nie. Ich weiß. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir über ein, zwei Sachen noch sprechen werden. Hm. Okay. Und ich werde dich zuhören. Hm. Weißt du, manchmal muss man, wenn schlimme Dinge passieren sind. So makaber sind sie mit Humor, nee. Deswegen wäre mir gerade beinahe ein, äh, übrigens, ich wollte meinen Vater auch einladen, aber der ist leider tot. Äh, rauspringen. Aber ich wusste nicht, wie du darauf reagierst. Es ist sehr dunkler Humor. Hm. Aber irgendwie passt dieser Humor auch manchmal zu dir. Und ich dachte ich nicht dafür. Problem ist, wenn ich das sagen würde, dann, äh, hätte ich Sorge. Wenn ich sagen würde, mein Vater kommt. Was hoffentlich niederfeisern wird. Den schmeiß ich raus und dann mache ich die Sache mit den Stacheln dran. Oder die Sache mit den Eiern. Ich meine, so ist es makaber, wenn ich sage, ich würde das gerne sehen. Oh, ich würde dabei total wahrscheinlich wirklich fantastisch aussehen. Ich würde ein richtig verrücktes Lächeln auf dem Lippen haben. Das würdest du. Und irgendwie würde es mir gefallen. Ich glaube, wir sind sehr schräg. Ich glaube, ich hoffe, dass uns das Leben hier niemals zu sehr enttäuschen wird. Weil ich glaube, das wäre nicht gut. Meinst du, dass wir uns dann rächen? Ja, ich glaube, wir sind beide doch ein bisschen veranlagt. Wir sollten warten. Ja. Mit dir würde ich... Ja, wir sollten aussteigen. Wir sollten aussteigen. Ich habe ein Kleid hier, der abgeholt, ja? Er ist... Er ist... Eichstirrl. Eichstirrl. Und du musst mir das Kleid da zeigen. Okay, aber ich muss dir eine Sache sagen. Das war ein Kleid, das Kate auch sehr oft getragen hat. Aber mir steht das besser. So, habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Das werde ich so unterschreiben wahrscheinlich. Ich werde dich auch mal ein bisschen mutiger. Du bist mutiger als du denkst und irgendwann wirst du es merken. Und ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Mehr als du denkst. Gleich betrinken wir uns und du kannst dich bei mir aus. Okay. Und alles, was du mir sagst, wird sowieso nur unter uns bleiben. Ich weiß. Ich vertraue dir. Ach, ist das ein Mistelzweig da oben? Oh nein. Oh nein. Gut. Oh, das ist ja... Der Mist muss leider küssen. Ist das schwierig. Ekelhaft, oder? Ekelhaft. Geht nicht ab. Achso, warte mal. Ich kann es ja auch fangen. Ich kann es auch. Ja, ich habe vergessen. Manchmal vergiss ich das. Manchmal vergisst du es. Ja, sorry. Alles gut. Okay. So, der weiß meinte, er steht hier im Tresen. Das sieht nicht nach Mr. Weiß aus. Nope. Frau Barnes? Warte. Ja? Ich soll Ihnen sagen, dass Sie auf die Etage 5 kommen sollen. Endlich gekündigt. Okay, alles klar. Danke. Nein, das nicht. Gute Besserung, Mr. Schreiber. Sie hören sich etwas. Ah, selbst. Ja, dann vielen Dank. Hätten Sie ein bisschen Koffein? Ähm. Ja. Äh, wir müssen einmal... Hä? Wir müssen. Ich bin drauf. Alles gut. Bist du nicht. Ich werde dann draußen warten. Nee, von einem 3, oder? Ja, ich warte mal. Vielleicht soll ich da nicht mit rein, wer weiß. Ich bleib mal lieber in draußen warten. Das ist schon 2, 3 Monate her. Ja, ja. Also das mit dem Führerschein ist schon länger, ja. Das weiß ich noch. Wunderbar, dass der Kuriyama anstattert und sie nicht, Frau Barnes. Bitte was? Habe ich sie reingebeten? Scheiße. So war das jetzt aber auch nicht gemeint, tatsächlich von mir, nur fürs Protokoll. Weißt du, oder? Weiß nicht. Das war jetzt nicht gemeint so, dass du reingehen sollst, um Ärger zu bekommen. Dann würdest du schon direkt wechseln. Ich habe Ärger bekommen. Alles gut. Jetzt können Sie reinkommen. Nein. Okay. Sie auch, Matané. Oli, beherrschen Sie sich. So. Kann man wahr. Also tragen Sie immer das klar? Egal. Also warum Sie jetzt, so, wir haben jetzt ein bisschen recherchiert. Also wir haben möglicherweise einen Anhaltspunkt. Evan Anderson ließ wohl Herrn Salah entführen durch Mitglieder der Aztekas. Das ist unser Anhaltspunkt. Und er hat eine komplette Zeugenaussage. Man muss aber sagen, Lee Kang ist Anwalt. Und Lee Kang hat ja keine geschwärzte Akte, oder? Der kann ja die ganze Akte auch sehen, ne? Wenn der da drin war, dann hat er die komplette Akte gesehen, ja. Der war da drin. Also muss es nur von einem Officer sein. Richtig. Ja, wäre ja nicht das erste Mal. Ist halt die Frage bekommen, ist der Kang auch ungeschwärztakt, wenn die regulär geschwärzt sind? Ne, der war in der Akte schon drin und die Akte ist nicht geschwärzt. Also definitiv in der ungeschwärzten Akte. Das wird wahrscheinlich das sein. Schreien Sie mal bitte einmal den Notizblock. Seiten. Es ist eins zu eins die gleiche Aussage, aber es betrifft nur Herrn Salah. Hm. Das ist eins zu eins die Aussage aus der Akte. Sehr interessant. Wer ist Liam Liam McKee? Liam McKee ist tatsächlich mit seiner Frau Sherdy McKee. Das sind die, die als erstes in eine Ungnade gefallen sind bei Evan Anderson. Die haben damals im Kiosk gearbeitet. Das sind die beiden, die ich getroffen habe, die das Ganze ins Rollen gebracht haben. Diesen ganzen Evan Anderson-Fall. Die wurden damals von ihm bedroht und über die beiden hat er halt erzählt, dass sie diesen Quatsch über ihn jetzt rum erzählen in der Stadt, falls sich erinnern. Das sind die beiden. Da war dann noch Chloe McRae. Ah, ich erinnere mich. Genau, eine Dame aus dem MD. Da war ja diese Fingerkuppensache. Da gab es noch jemand anderen, der dann seinen Tod vorgetäuscht hat. Das steht der Name in der Akte. Der fällt mir gerade tatsächlich nicht ein. Und noch jemand, der bei er das Taxi eingeschleust wurde von Evan Anderson, der da meines Wissens nachher immer noch arbeitet. Okay. Kommen Sie mal alle mit. Das ist der Aufraubanz und der Chorea. Hallo erstmal. Kommen Sie mal zum Zellentrakt. Kommen Sie mal. Und jetzt eigentlich Mr. Sperling ist oder weißt du das immer noch nicht? Äh, doch, doch. Hast du das SMS bekommen von Ihnen? Anscheinend schon. Ja, Purcell und ich haben das gemacht. Okay. Also Purcell hat es feierlich gemacht. Wollen wir dann jetzt hin? Sein, sein. Sein, sein. Ah. Ja, irgendwo da hinten. Wo der jetzt hier einfach mitgenommen ist. Wie ist es da herkommen? Ach, cool. Das ist ja mein Beifahrer. Ja. Aber wo es weiß. Ja, keine Ahnung. Mein Detektiv ist auch noch. Ah, da ist er. Folgen Sie mal. Okay. Ja, bitte. Bitte. Bringen Sie den Herrn Andersson bitte in einen Verhörraum und bringen Sie bitte seine Freundin in einen anderen, oder Bekannte in einen anderen Verhörraum, ja? Oh, schön. Ja, ich muss aber durch. Ja, ich muss aber durch. Dankeschön. Ja, klar. Okay, danke für die Info. Da weiß ich Bescheid. Ja. Drehen Sie sich einmal um. Mach ich Ihnen einmal die Handschellen dran. Ja, nicht von da hinten aus, Mr. Anderson, sondern hier. Doch, kennen Sie wohl, Sie waren letztens schon hier in der Zelle. Tun Sie nicht so. Doch, waren Sie wohl. Ja, aber Sie haben auch Handschellen dran gekriegt. Dann folgen Sie, Anna. Oh, Entschuldigung. Ich kenne Sie ja nicht anders. Entschuldigung. Ich habe gerade was getrunken. Entschuldige mich zutiefst. Nehme gerne an. Sehr gerne. Kommen Sie mit. Gut, setzen Sie ihn hin, machen Sie Handschellen am Tisch fest und beaufsichtigen Sie ihn. Kommen Sie mit. So, Ma'am. Handschellen an den Tisch festmachen. Herr Foley, Sie sind protokollant. Ja, check. Nehmen Sie Platz, Ma'am. Gut. Einmal Ihren Vor- und Nachnamen. Samantha Chloe Stevens. Herr Foley, einmal die Dame bitte belehren. Folgende Aussage, beziehungsweise Täterin. Ja, Moment. Sie prüfen den Ausweis, Milla. Milla, Sie prüfen den Ausweis. Ich prüfe den Ausweis, klar. Gut. Perfekt. Ich habe fast schon von die Akte geguckt. Perfekt. Ja. Ja. Gut. Gut. Haben Sie Hunger? Haben Sie Durst? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich habe alles, was ich brauche. Danke. Gut. Ist es okay, wenn ich es die Samantha nenne? Ja, Sam geht auch. Okay, Sam. Mein Name ist Walter Weiß. Ich bin der Commissioner der San Andreas State Police und ich werde heute ein Vorhör mit Ihnen führen. Am 21. Dezember um 1.24 Uhr. Ich mache mal mein Funkgerät aus. Ja, gut. Also anwesend sind Mr. Foley, Mr. Miller, Mr. Coriame, Mrs. Barnes, Mr. Torres von der Staatsanwaltschaft und den Namen der Kollegin nochmal da hinten, die den Staatsanwalt reingebracht hat. Okay. Sind Sie eine Hure? Nein. Was sind Sie dann? Ein Mensch. Werden Sie bezahlt? Für was? Dienste. Nein. Schreiben Sie einen Escort-Service? Nein. Haben Sie irgendwelche Bindungen zum Mr. Evan Anderson? Wir kennen uns und sind gut befreundet. Sind Sie mehr als befreundet? Freundschaft plus, ja. Also sind Sie seine Hure? Gar keine Hure. Na ja. Der Menschen entführt, weil es jemanden in Auftrag gibt, ist ja irgendwo eine Hure. Eine Dienstleistung, oder? Wovon reden Sie? Ja, Sie werden anscheinend bezahlt dafür, dass Sie mit Menschen entführen. Von jemandem, der ja ausgibt, ihr Freier oder Zuhälter zu sein. Was? Sind Sie eine Hure? Ich frage Sie nochmal. Nein. Sondern was sind Sie dann? Ich bin ein ganz normaler Mensch, der mit Evan Anderson zu tun hat. Aber in welchem Zusammenhang stehen Sie mit Evan Anderson? Freundschaft plus, wir mögen uns und haben halt was miteinander. Sind Sie in einer Beziehung? Nein, sind wir nicht. Werden Sie bezahlt dafür, dass Sie was miteinander haben? Nein, werde ich auch nicht. Wurden Sie manipuliert, damit Sie was miteinander haben? Nein, wurde ich auch nicht. Sie machen das freiwillig? Ja. Erzählen Sie uns doch, wie Sie sich kennengelernt haben. Am Kiosk? Und ja, war noch nicht so lange in der Stadt. Und ja, natürlich, wie immer. Binden Sie das hier gerade witzig? Nehmen Sie das hier nicht ernst? Doch, ich nehme das schon ernst. Wir sitzen gerade bei der Polizei. Es stehen Ihnen sehr viele Polizisten gegenüber und ein Staatsanwalt. Also ich fange nochmal von vorne an. Nehmen Sie das hier ernst. Sind Sie eine Hure? Nein. Gut. Sie haben eine Freundschaft plus zu Evan Anderson. So richtig. Gut. Wer bin ich? Weiter weiß Kommissionär. Und wo arbeite ich? Bei der State Police. Und wenn Sie hier sitzen, angekettet an einem Tisch, was bedeutet das? Dass ich wahrscheinlich in Schwierigkeiten bin. Sind Sie in Schwierigkeiten oder waren Sie in Schwierigkeiten? Definitionssache. Erzählen Sie uns doch mal, wie Sie Evan Anderson kennengelernt haben. Ich war noch nicht lange am Start. Was genau, was er macht? Dann bin ich irgendwie beim Kiosk gelandet. Und ja, und da war halt Evan. Sie sind einfach beim Kiosk gelandet? Also einfach, Sie sind rumspaziert durch die Stadt und sind da beim Kiosk gelandet? Am ersten Tag sind wir damals schon einfach zum Kiosk gefahren. Wer ist denn wir? Ich bin eingereist mit weiteren Personen und ja, dann hat einer gesagt, lass uns zum Kiosk gehen. Da ist irgendwie eine Veranstaltung und dann sind wir da gelandet. Okay. Und dann haben Sie sich direkt verliebt? Nein. War auch nicht am ersten Tag, wo ich ihn kennengelernt hatte. Das war ein bisschen später, aber so bin ich halt zum Kiosk gekommen. Ich bin halt öfters dann da gewesen. Sie sind aber auch kein eifersüchtiger Mensch, oder? Nein. Wissen Sie, warum ich Sie gefragt habe, ob Sie eine Hure sind? Ob die Josie kennen? Nein. Weil Evan Anderson anscheinend mehrere Frauen hat und die bezahlt. Und ich dachte, es sind nur eine davon. Okay. Wussten Sie das nicht? Nein. Jetzt wissen Sie es. Okay. Gut, dann haben Sie sich kennengelernt. Die große Liebe. Alles toll. Und dann haben Sie sich entschlossen, heute, einfach am 21. Dezember, sich in ein Auto zu setzen, in einen schwarzen Buffalo und eine Person zu entführen. Eigentlich Anziehsachen verkaufen wollte, korrekt? So, korrekt. Wo waren Sie denn zuvor? Also geben Sie gerade zu, dass Sie jemanden entführen wollten? Nein, ich wollte nicht. Sie sagten doch gerade so korrekt. Also jemand wollte Sachen verkaufen. Nein, nein. Ich habe Sie gerade gefragt, Sie haben da jemanden entführt, eine Person, die Ihnen Sachen verkaufen wollte und Sie sagten so korrekt. Haben Sie das dann gerade so mitgestanden? Dann korrigiere ich meine Aussage. Was wird denn als Entführung überhaupt definiert? Ja oder nein? Wie empfinden Sie denn eine Entführung? Mit Freiheitsberaubung und keine Wahl loszurennen. Kann man losrennen, wenn man hinten im Auto sitzt und eigentlich mit Ihnen nach Hause fahren wollte, um Ihnen die Klamotten zu zeigen und Sie fahren woanders hin? Gegen den Willen der Person? Er hätte Möglichkeiten gehabt und hat niemals geäußert, dass er nicht in diesem Auto sitzen wäre. Welche Möglichkeiten hatte er denn? Wir waren tanken und er war alleine am Auto. Und Sie haben ihm nicht gesagt, dass er sitzen bleiben soll? Nein. Was haben Sie gemacht, während Sie getankt haben? Wir gingen kurz zur Seite und haben kurz miteinander gesprochen. Warum standen Sie denn nicht weiter bei der Person, die Sie ja als Freund bezeichnen? In dem Fall, ich meine, Sie nehmen ja nur Leute mit, die Sie ja toll finden, oder? Ich würde nicht jemanden Fremdes einfach in mein Auto sitzen lassen. Das ist ja nicht mein Auto. Der Evans-Entscheidung, den er da mitnimmt. Also sind Sie eine Hure? Nein. Aber stellen Sie sich nicht dahinter? Sagen Sie nicht, wir können doch nicht einfach den Herrn mitnehmen? Lass ihn raus? Haben Sie das gemacht? Nein. Sondern? Er hatte die Möglichkeit zu gehen. Aber warum haben Sie nie zu dem Herrn gesagt, Sie können gehen? Okay, machen wir weiter. Sie waren also tanken. Wie ging es dann weiter? Ja, wir machen weiter vorne. Die Person wollte Ihnen Anziehsachen verkaufen. Wo haben Sie sich das erste Mal getroffen? Mit dieser Person, die die Anziehsachen verkaufen will? Ja, richtig. Am Ellis wurden wir angesprochen. Genau. Und dann hat die Person gesagt, dass Sie doch an einen Ort fahren wollen. Korrekt? Wo wäre dieser Ort? Das weiß ich nicht. Was hat er Ihnen gesagt, wo Sie hinfahren sollen? Zu ihm nach Hause. Ich dachte, Sie wissen das nicht. Ja, ich weiß nicht, wo sein Zuhause ist. Ich weiß nicht, wo genau in der Stadt das ist. Okay. Er hat dann aber Ihnen gesagt, wo Sie hinfahren sollen, korrekt? Er hat das gesagt, aber ich habe nicht zugehört. Sie haben nicht zugehört. Okay. Aber wie können Sie das wissen, dass er es gesagt hat, wenn Sie nicht zugehört haben? Weil er gesagt hat, er hätte zu Hause die Klamotten. Also wir haben Ellie standen und als es um die genaue Adresse ging... Haben Sie nicht zugehört? Habe ich nicht zugehört, genau. Okay. Sind Sie denn direkt zu dieser Adresse gefahren? Ja, ich weiß nicht, welche Adresse das war. Sind Sie zu einem Wohnblock gefahren? Nein. Warum nicht? Weiß nicht. Ich bin nicht gefahren. Aber warum haben Sie nicht interveniert? Wissen Sie, was Mittäterschaft ist? Warum haben Sie nicht interveniert? Ja, das kann er halt richtig gut, ne? Alter. Also sind Sie eine Hure. Sie werden bezahlt um Straftaten, um Augen zuzudrücken und haben eine Freundschaft plus mit Evan Anderson. Ihnen geht es also nur ums Geld und um die Befriedigung. Habe ich recht? Nein, überhaupt nicht. Ja, warum intervenieren Sie denn nicht? Der Typ hat doch einen eigenen Mund, um was zu sagen. Sie sitzen in einem Auto, Sie bekommen mit, dass diese Person nicht nach Hause gefahren wird. Und dann sagen Sie, Sie haben einfach da gesessen und nichts unternommen? Es hätte ja auch ein Cent Shores oder sonst wo sein können. In einem Ruinen, wo Ruinen stehen? Wer wohnt denn in Ruinen, Ma'am? Ne, nicht in Ruinen. Warum waren Sie denn dort oben? Was haben Sie bei den Ruinen gemacht? Wir haben mit ihm gesprochen. Warum fahren Sie mit Ihnen denn zu den Ruinen? Was war denn da so spannend? Ich habe gar nicht gefahren. Fragen Sie das doch bitte. Okay, Sie saßen auf dem Beifahrersitz. Ja. So, und dann sind Sie ausgestiegen. Haben Sie irgendwann mal gesagt, gehen Sie, hauen Sie ab, lassen Sie uns in Ruhe. Wir wollen Ihre Kleidung nicht kaufen. Haben Sie das gemacht? Haben wir nicht. Warum nicht? Kann es sein, dass es niemals um die Kleidung ging? Was haben Sie dann am Ruinedorf mit der Person gemacht? Wir haben mit ihm gesprochen. Und dann? Dann haben wir ihn gehen lassen. Nein, 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 nein. Haben Sie nicht. Was haben Sie zwischen, wir haben mit ihm gesprochen und dann haben wir ihn gehen lassen gemacht? Wir haben mit ihm gesprochen. Haben Sie ihn hochgebracht, wo Blumen standen und ein Kaktus? Haben Sie ihm angedroht, ihn da runterzuschmeißen? Nee, ich nicht. Evan Anderson hat das gedroht. Weiß ich nicht. Hat Evan Anderson das... Mämm, hören Sie zu. Sie verbauen hier gerade Ihr ganzes Leben. Sie sind das zweite Mal jetzt im State Prison. Denken Sie doch mal nach. Hat Evan Anderson das gesagt, ja oder nein? Weiß ich nicht. Sie wissen das ganz genau. Nein. Wissen Sie, warum Sie das wissen? Weil Sie den Zettel bei sich gehabt haben, wo Sie sich die Personalien aufgeschrieben haben. Sie haben sich den Ausweis geben lassen. Sie haben sogar seine Größe aufgeschrieben. Warum? Ich habe einfach nur mitgeschrieben. Warum? Die kommt da nicht mehr raus. Jetzt müsste ich sagen, ich sage nichts mehr. Weiß ich nicht. Sagen Sie, warum. Nichts weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mit den Daten nichts anfangen. Sie wissen nicht, warum Sie einen Zettel aufschreiben. Warum Sie alles aufschreiben? Wollen Sie mich verarschen? Nein, möchte ich nicht. Wollen Sie... Macht es Ihnen Spaß, Menschen Angst zu machen? Zu entführen? In Kakteen zu schmeißen? Zu verletzen? Nein. Dann fangen Sie doch mal von vorne an. Reden Sie jetzt Tacheles. Warum haben Sie die Daten des Herrn aufgeschrieben? Warum haben Sie ihn nicht nach Hause gebracht? Warum? Also A, bin ich nicht der Fahrer des Autos. Und wir hätten ihn nicht nach Hause gebracht. Bietet keine Rolle. Sie sind Mittäterin. Selbst wenn Sie im Kofferraum gelegen hätten, man hätte Ihnen die Augen verbunden und Ihnen zwei Ohrstöpsel reingesteckt. Wären Sie trotzdem Mittäterin, weil Sie beim Aussteigen das nicht unterbunden haben. Ich frage Sie noch mal, Ma'am. Warum haben Sie die Personale denn aufgeschrieben? Muss die Person Angst um ihr Leben haben? Nein, muss sie nicht. Warum schreiben Sie das dann auf? Wir kennen die Person gar nicht. Wir kennen die nicht. Keine Ahnung. Sie hat uns einfach random angesprochen am Alice. Und dann zeigen Sie... Dann nehmen Sie die mit und sagen, random nehme ich jemanden mit und zeige dem einfach mal einen Ausweis. Lass ihn mal einen Ausweis zeigen. Lass ihn meine... Schreibt mir seine Person... Daten auf. Seine Beschreibung. Hämmele, haben Sie den Zettel noch dabei? Ja, liegt hier. Klar, zeige ich hier. Zeigen Sie mal den Zettel. Ja, klar. Hier. Sehen Sie? Hier. Blick ihn mal auf den Tisch hier. Erklären Sie uns das. Warum haben Sie das... Ihre Fingerabdrücke sind da dran. Warum haben Sie den aufgeschrieben? Was soll das? Ma'am, kann ich Ihnen was sagen? Schauen Sie mal. Ich erzähle Ihnen was, okay? Jetzt kommt die weiche Tour. In etwa zwei, drei, vier, fünf Monaten werden Sie bei uns auf der Matte stehen. Weil man sie bedrohen wird. Weil sie nicht mehr nach der Nase tanzen von dem Herrn, der Psychopath ist, der da drüben sitzt und Menschen foltert, der Menschen entführt. Und Sie werden Angst um Ihr Leben haben. Weil Sie werden eine Ballast sein. Verstehen Sie, was ich meine? Und ich werde Ihnen dann die Hand reichen und Ihnen helfen. Aber Sie müssen ganz genau darüber nachdenken. Vielleicht mögen Sie ja gerade das Leben, dieses Aufregende. Sind Sie bestimmt noch jung und naiv. Aber denken Sie über die Sache nach, was das mit Ihrem Leben machen kann. Entweder sterben Sie wegen irgendeiner dumme, blöde Scheiße, die hier passiert, weil Evan Anderson Sie in die Situation bringt. Oder Sie werden tatsächlich von ihm selber entsorgt, wenn Sie unbekümmene Fragen stellen. Und das ist schon öfter passiert. Soll ich Ihnen das belegen? Ich habe einen Beweis. Evan Anderson hat ein Dokument bei sich, eine Zeugenaussage. Er hat eine Gruppe von Leuten, der als Tekas beauftragt, um Herrn Salah vom Taxiunternehmen entführen und foltern zu lassen. Am Strand. Ich war in dem Einsatz selber beteiligt. Wir haben gerade in seinem Mantel die Zeugenaussage gefunden. Glauben Sie mir nicht? Sollen wir Ihnen die vorlegen? Nein, ich glaube Ihnen. Warum unternehmen Sie nichts dagegen? Warum machen Sie das mit? Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Person absolut nichts zu befürchten hat. Aber Sie haben irgendwann was zu befürchten. Aber um mich geht es doch gar nicht. Doch, es geht gerade um Sie. Wir sind dazu da, um Menschen jegliche Art zu beschützen. Auch wenn Sie Straftäter sind oder mal straffällig waren. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel heute das mitgemacht haben, weil Sie vielleicht mussten, weil Sie nicht anders konnten, dann sind Sie auch ein Opfer, verstehen Sie? Und dann helfen wir Ihnen. Nein, ich musste nicht. Ich war freiwillig dabei. Also haben Sie gerade zugegeben, dass Sie Mittäterin sind? Wenn Sie das so sehen möchten. Hey. Ich glaube, wir haben damit ein Geständnis. War einfacher als gedacht. Haben Sie das alles mit, Herr Foley? Ich habe noch den letzten Satz. Ich möchte kurz noch hinzufügen für das Protokoll. Natürlich ist die Dame keine Ruhe. Das war lediglich ein Mittel zum Zweck, um die Dame zu verunsichern und dazu zu bringen, ja, wie sagt man, irritiert zu wirken. Sollte dies als Beleidigung aufgefasst worden sein, entschuldige ich mich herzlichst, denn das ist absolut nicht im Sinne der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Sie sind hier mit vorbestraft, wenn das jetzt durchgeht. Ist Ihnen das klar, vorbestraft. Mit einem alten, manipulativen Mann. Dummes, naives Kind. Gut. Dann bringen Sie die Dame wieder in die Zelle. Ich würde nur gerne das Motiv verstehen. Warum? Ja, ich weiß. Das war ja einfach, oder? Ja, du tust zwar jetzt die Hände und die Finger, aber ja, ich wäre sehr dankbar, wenn bei der nächsten Aussage ein anderer Kollege mitschreiben könnte, weil ich musste mein Leben noch nie so schnell schreiben. Also ich sage Ihnen, ja, es ist die Frage, warum sie das macht. Ich glaube, sie ist verliebt und ist einfach naiv und dumm. Dürfte ich kurz mal sagen, sie ist da tatsächlich nicht die Erste, weil Evan sucht sich immer Frauen aus, die relativ neu auf der Insel sind. Das müsste jetzt mittlerweile, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Vierte sein. Und Maria war auch eine davon. Die anderen beiden, die waren auch relativ neu auf der Insel. Gut. Wollte sie eigentlich einen Anwalt? Ja, dazu wird ja noch Nein gesagt, genau. Ich habe die Rechte vorgelesen. Herr Tauris? Richtig. Okay. Können Sie daraus was machen? Eventuell kommt auch die andere Aussage drauf an. Ja, also das Opfer hat eins zu eins das Gleiche ausgesagt. Die hat ja gerade auch alles bestätigt. Also ich weiß halt absolut nichts von dem Fall, außer das, was ich jetzt mitbekommen habe. Ja, das, was sie gerade alles bestätigt hat, hat das Opfer eins zu eins genauso ausgesagt. Ja, dann gibt es ja schon Chancen, das vor Gericht zu bringen, auf jeden Fall. Es geht um Freiheitsberaubung. Gut, dann gehen wir mal zu dem, ich will schon was sagen, dem wilden Ficker, hä? Ja, das. Ja, das. Nehmen Sie den Herrn Andersen doch bitte die Hand stellen hinterm Rücken ab und machen Sie die am Tisch wieder fest. Ich bin am Tisch fest. Die sind vorne am Tisch fest. Ach so. Ja, ich sehe es richtig. Ich entschuldige mich. Gut. Wir warten noch ganz kurz. Kommt noch. Okay. Mr. Davis, Sie haben heute die große Ehre, Sie dürfen ein Protokoll führen. Gut. Einmal bitte die Personalie des Herrn aufnehmen durch einen Ausweis, Identifikationsfeststellung und bitte einmal die Rechte als Tatverdächtigen. Schon wieder. Der Ausweis ist in der Brieftasche, den haben wir aber gesehen. Oder können wir mal holen gehen? Ja, holen Sie lieber. Gut. Der wird jetzt gleich so eine Show abziehen. Guten Abend an alle Anwesenden. Ja, Andersen. Ganz ruhig, ne? Ich weiß, welche Nummer Sie gefallen haben. Alles gut. Ich habe guten Abend gesagt. Ja, ich kenne das schon von Ihnen. Ja. Der gleiche Charaktermodell, wie es genau. Weht auch, ne? Zwei Uhr gleich. Aber das Verbrechen schläft nicht, oder? Ich weiß schon, was Sie hier machen wollen. Ich kenne das schon, weißt du? Das kann ich Ihnen auch sagen. Eigentlich will ich gar nichts von Ihnen. Ich brauche nur einen Satz, das sage ich mir schon. Ich werde gleich trotzdem mit ihr den Blog rausholen. Weil ich schreibe mir gerade so ein paar Sachen mit. Dann ist hier einmal Ihre Brieftasche. Ja. Dann gebe ich hier mal den Ausweis raus, ne? Sehr schön. Dann einmal die Rechte belehren als Tatverdächtiger. Hier ist der Ausweis. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Können Sie sich keinen leisten? Wird Ihnen vom Staat einer gestellt? Ist kein Anwalt erreichbar? Müssen Sie es selbst verteidigen? Haben Sie das verstanden? Ja. Möchten Sie einen Anwalt? Nein. Gut, möchte er nicht. Sie haben es vernommen. Gut, Mr. Andersson, möchten Sie uns einmal Ihren Abend, den 21. Dezember 2023, ab ungefähr 23 Uhr schildern? Ja, kann ich machen. Ich war mit Selma im Trinken beim Alice. Dann kam jener junge Mann zu uns und hat gefragt, ob wir Kleidung von ihm kaufen wollen. Das fand ich interessant. Dann sind wir mit ihm aus der Stadt rausgefahren, haben einen Spaziergang gemacht. Ich habe ihm empfohlen, die Sachen zu spenden, um was Gutes zu tun und sie nicht zu verkaufen. Und dann kamen Sie. Okay. Wo war denn das eigentliche Zwischenziel, Mr. Andersson, wo Sie eigentlich hinwollten? Weiß ich nicht mehr. Wissen Sie nicht mehr? Nee. Ihre Freundin sagte, dass Sie zu der Wohnadresse wollten von dem Herrn, der Ihnen dort die Kleidung zeigen wollte. Ja, wie gesagt, weiß ich nicht mehr. Okay, wissen Sie nicht mehr. Und ja, Sie haben sich ja dann entschlossen, als Fahrer des Fahrzeugs, korrekt? Sie sind in Buffalo gefahren. Ich bin in Buffalo gefahren. Ihr Fahrzeug, genau. Das Fahrzeug sind Sie gefahren und Sie haben dann entschlossen, Richtung Norden zu fahren. Einen Spaziergang wollten Sie machen, korrekt? Kannten Sie den Herrn? Nein. Den Sie in Ihrem Wagen hatten? Überhaupt nicht. Okay. Gut. Dann sind Sie also Sandy Shores zum Erfield, beziehungsweise zu diesem Ruinenfeld da gefahren, korrekt? Genau. Wachten Sie, der Herr wohnt dort? Nein, wie kommen Sie auf das? Naja, der Herr wollte Ihnen ja zu Hause seine Kleidung zeigen. Das kann sein, ja. Kann das sein, oder ist das so? Oder hat er die Kleidung, die er Ihnen verkaufen wollte, in der Hosentasche? Das weiß ich alles nicht. Ich weiß nicht, welche Kleidung er mir konkret verkaufen oder anbieten wollte, noch wo er die hatte. Aber der muss ja Ihnen gesagt haben, wo die Kleidung ist, weil Sie wollen sich die doch bestimmt ansehen, bevor Sie das entscheiden, oder? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo das hätte sein sollen. Aber es könnte durchaus, aber könnte es sein, dass Sie erst zu der Wohnadresse fahren wollten? Ob es sein könnte, dass ich zuerst zu der Wohnadresse fahren wollte? Der Herr nannte ja seine Adresse, wo er wohnt. Das war ja das Ziel. Ich sage Ihnen, warum ich nach Sandy Shores gefahren bin. Ja, Moment, Moment. Sie sollen erst mal eine Frage beantworten. Sie können das gleich gerne ausführen. Ja, ja. Sind Sie mit dem Herrn, also hat der Herr zu Ihnen ursprünglich gesagt, wir fahren zu mir nach Hause und ich zeige Ihnen die Kleidung? Na, diesen Ablauf weiß ich nicht mehr genau. Und damit ich da jetzt nichts Falsches sage, werde ich das nicht beantworten. Das ist der Grund. Aber warum ich nach Sandy Shores gefahren bin, kann ich Ihnen gerne sagen. Ja, okay. Dann sind Sie laut meiner Kenntnis und der Kenntnis Ihrer Freundin Sam, die im Nachbarverhörraum mit dem blauen Haaren saß. Ja. Sind Sie, genau, sind Sie nicht nach Hause gefahren und Sie waren der Fahrer, sagte sie. Sie konnte nicht einschreiten, weil Sie das Fahrzeug gefahren haben. Ich habe es gefahren. Es kann in der Regel nur in ein Fahrzeug fahren, ja. Ja, ich muss das immer wieder betonen, weil Ihre Freundin oder Bekannte oder was auch immer gesagt hat, Freundschaft plus ist es, Entschuldigung. Sie hat gesagt, dass Sie tatsächlich gefahren sind. Sie hat immer wieder betont, Sie sind gefahren und sie hatte keinen Einfluss auf das Ziel. Wie sollte Sie das haben, wenn Sie nicht fährt? Ja, indem man interveniert, dass man den Herrn vielleicht rauslässt. Der Herr konnte jederzeit aussteigen. Wir haben sogar extra angehalten. Wo haben Sie angehalten? Bei der Tankstelle. Welche Tankstelle? West Highway. Ich habe ihm sogar noch einen Kaffee angeboten. Wir haben ihm einen Kaffee angeboten. Was haben Sie, während Sie am West Highway an der Tankstelle standen, gemacht? Achtung, ich habe getankt. Und wo haben Sie, also wie weit standen Sie weg vom Fahrzeug? Ich bin sogar in diesen Shop reingegangen, und zwar zusammen mit Sam, um Kaffee zu holen. Warum haben Sie denn nicht den Herrn gefragt, ob der mitkommen möchte? Habe ich ja. Ich habe gefragt, ob er einen Kaffee will. Warum sagt Ihre Freundin was anderes? Kann nicht sein. Ich habe ihn gefragt, ob er einen Kaffee will. Ob das sein kann oder nicht, ist eine andere Sache. Wir haben es ja protokolliert. Das wird der Anwalt Ihnen auch zeigen dann. Und dann protokollieren Sie, was Sie wollen. Ich habe ihn gefragt, ob er einen Kaffee will. Und genau das war der Grund, warum ich reingegangen bin. Aber warum sind Sie nicht zu ihm nach Hause gefahren? Soll ich Ihnen jetzt erzählen, warum er nach Sennischuhaus gefahren ist? Ich will erst gerne wissen, warum Sie nicht nach Hause gefahren sind, zu dem Herrn, wo er doch hin wollte. Wie gesagt, ich kann Ihnen den Ablauf dessen, wo er hin wollte, nicht mehr genau sagen. Aber beantworten Sie mir doch die Frage. Nein, tue ich nicht. Warum möchten Sie die Frage nicht beantworten? Weil ich nicht mehr genau weiß, wie es abgelaufen ist. Haben Sie Alkohol getrunken? Nein, habe ich nicht. Haben Sie Drogen konsumiert? Nein, schon gar nicht. Also es ist ja ungefähr zwei Stunden her und Sie können sich nicht mehr daran erinnern, dass Sie eine Person im Fahrzeug hatten, eine fremde Person, die eigentlich nach Hause wollte? Ich hatte eine Person im Fahrzeug und ich bin mit ihr nach Sennischuhaus gefahren. Eine fremde Person. Okay, dann sind Sie nach Sennischuhaus gefahren. Korrekt. Die Person konnte jederzeit aussteigen. Sie konnte jederzeit sagen, ich soll da oder dort nicht hinfahren, hat sie nicht gemacht. Ja. Warum hatte die Person denn ein Messer dabei, was Sie der Person zugesteckt haben, als Sie die Person geschnappt haben? Jetzt kann ich nicht. Ich muss kurz zu Protokoll. Herr Andersson lacht immer, wenn er ertappt wurde. Ja, das ist jetzt eine Mutmaßung von Ihnen. Das ist keine Mutmaßung, eine Feststellung aus mehreren Verhören mit Ihnen. Wie kommen Sie denn jetzt auf ein Messer, bitte? Das wünsche ich Ihnen jetzt wirklich gerne. Auf dem Messer sind Ihre Fingerabdrücke und Sie haben das Messer im Fahrzeug übergeben, indem wir das tatsächlich aus dem Helikopter aus beobachtet haben. Okay, wissen Sie was, Herr Weiß. Wenn Sie Ihr Spiel hier spielen wollen, dann machen Sie das dabei. Das ist kein Spiel. Genau ab dem Moment. Der Herr hatte ein Messer dabei, was Sie ihm zugesteckt haben. Alles falsch. Alles gelogen. Und wer auch immer das sagt. Ist es gelogen? Ja. Herr Miller, hatte der Herr ein Messer dabei, ja oder nein? Ja. Woher wissen Sie denn, dass meine Fingerabdrücke drauf sind? Haben Sie einen Schnelltest gemacht, oder was? Klar, wir haben Ihre Fingerabdrücke, wir haben modernste Technik. Wollen wir Ihnen das mal zeigen? Ja, das können Sie mir gerne zeigen. Na klar, Sie wurden schon mehrmals Erkennungsdruck. Meine Fingerabdrücke sind da nicht drauf. Doch, Sie wurden schon mehrmals... Welche Fingerabdrücke sind denn da drauf? Ich habe keine Ahnung, von welchem Sie sprechen. Haben Sie mehrere Messer? Ich habe überhaupt kein Messer. Auf welchem Messer, auch immer Sie gefunden haben, sind meine Fingerabdrücke nicht drauf. Das ist eine ganz arme Sache, die Sie gerade abziehen. Okay, ja okay. Wenn Sie das sagen. Also ich weiß ja, wie Sie... Na, nicht so. Na, dann gucken wir mal genauer nach, wegen den Fingerabdrücken. Ja. Ich habe die Auswertung gesehen, Mr. Anderson. Wir hatten das ja überhaupt nicht gesehen. Herr Anderson, ich habe die... Ich finde es super, wie Sie ausflippen, weil ich kann Ihnen mit Gewissheit sagen, ich habe die Auswertung gesehen. Das glaube ich Ihnen, aber da sind nicht meine Fingerabdrücke drauf. Das haben Sie gesehen. Warum haben Sie Ihnen das Messer gegeben? Habe ich nicht. Ich habe überhaupt niemandem ein Messer gegeben. Okay, klammern wir das mal aus, Sir. Machen wir weiter in der Geschichte. Sie waren in dem... Sie waren... Herr Anderson, wir waren... Ich habe für mein Protokoll alles gesagt. Wir waren an dem Punkt, in dem Sie dann in Sandy Shores waren. Richtig? Na, wir sind leider zu einem Punkt angekommen, wo Sie mir etwas unterstellen. So, Sie waren dann in Sandy Shores. Nein. Und dann haben Sie tatsächlich dazu... Sie haben gerade gesagt, Sie waren in Sandy Shores. Sie können ein Verhör nicht abbrechen, Sir. Das mag sein, aber ich muss nichts mehr sagen. Sie können mich ja nicht zwingen, irgendwas auszusagen. Aber Sie haben doch gerade... Ich zwinge Sie gar nicht. Ich zwinge Sie gar nicht. Sie haben selber im Protokoll gesagt, dass Sie in Sandy Shores waren. Das ist ja völliger Schwachsinn. Sir, Sie haben selber im Protokoll gesagt, dass Sie nach Sandy Shores gefahren sind. Ist das korrekt? Das ist korrekt, das habe ich auch gesagt. Aber ab dem Punkt werde ich nicht mehr weiterreden. Dann ist der Herr Andersson mit dem Herrn auf ein Gebäude hoch, eine Ruine, und dort lagen Blumen. Und dort hat der Herr Andersson dem Herrn dann eine kleine Predigt gehalten, dass er erstmal seinen Ausweis zeigen müsse. Ich möchte hinweisen, dass das Beweisstück bei der Dame, seiner Freundin, die den ganzen Tag bei der Tat dabei war, und auch von Mr. Forleo, meine Wenigkeit, aus dem Helikopter beobachtet wurde, Sie hat protokolliert und sowohl die Haarfarbe, die Größe, Vornachname, Wohnadresse des Herrn, den Sie entführt haben, oder was auch immer, protokolliert, aufgeschrieben. Die Freundin möchte dazu keine Aussage tätigen, sagt aber, dass sie dabei stand und Herr Andersson die Dokumente aufgenommen hat. So, dann war da ein Kaktus. Herr Andersson fragte das Entführungsopfer, oder was auch immer, ob es wehtun würde, wenn man von dort oben in die Kakteen fallen würde. Ist das so, Herr Andersson? Oder ist das auch, Herr Logen? Ich sage leider überhaupt nichts mehr aus. Nach der Sache mit dem Messer ist mir klar, was Sie hier spielen. Hä? Was spiele ich denn? Sie hätten auch ein ganz normales Verhör mit mir führen können. Ich mache ein ganz normales Verhör mit Ihnen, Sir. Sie fangen an, wenn Sie die Auswertung in der Fingerabdrücke gesehen haben, haben Sie gesehen, dass meine nicht drauf sind. Soll ich Ihnen was sagen, Herr Andersson, soll ich Ihnen einen kleinen Tipp geben? Da drüben sitzt eine Dame. Wissen Sie, Sie sind ein etwas älterer Herr, der in der Zivilbevölkerung so tot, als ob er der nette Kerl vom Stadtpark ist. Lassen Sie mich ausreden, lassen Sie mich ausreden. Dabei haben Sie ein Dokument dabei gehabt, eine Zeugenaussage von einem Opfer, welcher aus einer Entführung stammt. Eine interne Aussage aus einem Polizeisystem. Dieses Dokument haben wir bei Ihnen am Körper festgestellt, in Ihrer Manteltasche. Was hat das mit der Sache da zu tun? Erkläre ich Ihnen, erkläre ich Ihnen, erkläre ich Ihnen. Was hat das mit dem Messer zu tun? Erkläre ich Ihnen, lassen Sie es mich erklären. Ihre Art und Weise, wie Sie Ihre Frauen, ich sage schon fast rekrutieren, ist ganz simpel. Wenn jemand neu in den Staat einreist, warten Sie wie ein hechelnder Hund am Stadtpark, um diese Frauen zu manipulieren, um dann am Ende des Tages diese Frauen auf Ihre Seite zu ziehen, dass Sie wie eine Hure ohne Geld für Sie arbeiten und straffällig werden. Die Dame, die da drüben sitzt, ist ja schon zweimal straffällig geworden wegen Ihnen. Die Dame ist wahrscheinlich ein ungescholtenes Blatt, möchte wahrscheinlich gar keine Probleme haben, leidet aber wegen Ihnen und Ihren Machenschaften permanent. Das war dann nicht mehr, wie die anderen beiden hießen. In Ihrer Tasche war dieses interne PD-Dokument mit der Aussage. Was ich damit sagen möchte ist, Sie sind kein normaler Zivilist. Sie sind ein hochgradiger Krimineller, den wir hier tatsächlich ertappt haben, bei auch frischer Tat, wie Sie jemanden, entführen wollten und volltern gedroht haben. Oder entführt haben, Entschuldigung. Möchten Sie was dazu sagen? Ist das jetzt ein Vorwurf von Ihnen, oder? Feststellung durch eigene Beobachtung. Ah. Und was soll ich jetzt machen? Vielleicht möchten Sie ja doch uns erzählen, was Sie da in Sendyshows gemacht haben. Und wir lassen Sie einfach mal reden. Nee, jetzt nicht mehr. Sind Sie jetzt beleidigt? Bin ich, ja. Man hätte das Ganze fair machen können, aber das tun Sie nicht. Sir, ich bin zu Ihnen fair. Wissen Sie warum? Nein, sind Sie nicht. Doch, weil Ihre Freundin da drüben uns alles über Sie gesagt hat. Wir können Ihnen das ganze Protokoll vorlesen. Sie lachen ja schon wieder. Ja, muss ich. Freundschaft plus. Man hat Sie kennengelernt am Stadtpark, nachdem Sie neu eingereist ist. Ihr ist klar, dass Sie straffällig wird. Aber sie macht das für Sie. Sie war freiwillig dabei. Sie haben die Dokumente aufgeschrieben. War sie doch freiwillig dabei? Sie haben sich den... Nein, nein, nein. Sie war freiwillig dabei. Die Freundin war freiwillig dabei und hat sie unterstützt. Ich habe nichts anderes behauptet. Nicht der Herr, der das ein Führungsopfer war. Der war auch freiwillig dabei. Der war nicht freiwillig dabei. Nein, wir haben ihn klipp und klar gefragt. Haben Sie ab dem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass sie entführt wurde? Und der Mann sagte ja. Somit war das Opfer nicht freiwillig dabei. Nein, Sie haben überhaupt keinen Tatbestand festzustellen. Das ist die Aussage eines Ihrer... Eines Opfers. Nein, nein, eines Opfers. Eines Opfers. Das ist das Opfer. So wie Sie es gerade darstellen. Aber Herr Andersson, haben Sie der Person Folter angedroht, indem Sie die in eine Kaktene schmeißen wollten? Ich habe überhaupt nichts dergleichen getan. Ja, was haben Sie denn da getan? Warum fahren Sie denn zum Ruinen-Dorf? Ich gebe Ihnen leider keine Auskunft mehr. Sie hätten sich das vorüberlegen sollen, bevor Sie mit dem Messer am Deckel kommen. Herr Andersson. Ich wollte es Ihnen gerade erzählen, aber Sie fangen mit der Messerscheiße an. Ihre Freundin hat sich einfach so gepumst. Jetzt lachen Sie wieder. Alles klar. Ich habe keine weiteren Fragen. Sonst jemand hier? Man sollte immer in das investieren. Entschuldigung. Man sollte immer in das investieren, in dem man vertraut. Und Frauen vom Stadtpark, die man nicht lange kennt, oder man meint sie zu kennen, die dann einknicken, weil sie nämlich, ich sage mal, ein bisschen Angst davor haben, wo sie sich gerade in einer fremden Umgebung befinden, dann anfangen zu reden. Das könnte immer gefährlich sein. Sie sind ein gewiefter Mann, Herr Andersson. Wissen Sie? Sie wissen, wie Sie spielen müssen. Sie sind ein guter Kartenspieler. Alles gelogen. Ne, 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 ne. Sie sind ein guter Kartenspieler. Nehmen Sie es als Kompliment. Nehmen Sie es als Kompliment. Sehen Sie es als Kompliment. Alles gelogen. Also sagen Sie, Ihre Freundin hat gelogen. Nein, Sie. Alles, was Sie sagen, gelogen. Haben Sie Freundschaft plus mit Ihrer Freundin? Egal, was Sie sagen, es ist alles gelogen. Gut, Sie können jetzt die Frage stellen. Ich, also der Attorney hier, der hier anwesend ist, möchte Herr Andersson nur darauf hinweisen, dass die Staatsanwaltschaft sowohl B- wie auch entlastend mittelt. Sprich, wenn er jetzt Aussagen machen kann bezüglich des Messers, kann er die gerne äußern. Ich habe diesbezüglich auch noch keine Informationen, da ich, wie gesagt, von der Staatsanwaltschaft bin. Ich höre mir seine Geschichte, aber seine Seite der Geschehnisse gerne und voreingenommen an. Ja, gerne. Also mit Ihnen allen rede ich auch gerne. Das ist kein Problem, aber mit Herrn Weiß nicht. Also wenn jemand von der Staatsanwaltschaft die Aussage haben möchte, gerne. Aber Herrn Weiß werde ich Sie nicht geben, weil nach der Sache mit dem Messer ist für mich Schluss. Wissen Sie, Herr Weiß, ich bin beim letzten Mal auch hier gesessen, vor einer Woche, wo Sie mir wegen einer Nase von einem Rentier eine Nacht im State Prison aufgedrückt haben, wegen Ihrer persönlichen Befindlichkeiten. Und das, obwohl ich, wo Sie mich verhaftet haben, direkt eine Spendung abgelegt habe. Mit dem Parkhaus erwähnt, Flarianne Foyoso. Wir sind vier und vier miteinander ganz weit entfernt. Deswegen also, alle Anwesenden können gerne eine Aussage auflegen. Sie nicht. Edo, Edo. Gut, dass Sie das nicht zu entscheiden haben. Ja, wenn Sie da bleiben, habe ich keine Aussage. So einfach ist es. Sie haben tatsächlich Diebstahl begangen, Sir, beim Rentier. Ich habe dabei beobachtet. Sie sagten selber, laut des Protokolls, Sie haben, dass die Nase gestohlen, dort befestigt war, waren weg und haben Sie hinterher wieder angebracht. Ist das für Sie Maximalstraf dann? Richtig, das ist für mich. Ja, aber Sie merken ja, dass das nichts mit Fairness zu tun hat. Ich soll also einem Strafgelter Fairness entgegenüberbringen? Ja, jedem Menschen, absolut. Sonst müsste das eben die auch überlegen, wenn es behandelt und wenn nicht. So kann man es nicht sehen. Doch. Gut, ich gehe jetzt mal wichtiger sammeln. Also, Sie können mit den Herrschaften hier weiterreden, wie Sie möchten. Wunderbar. Mahlzeit. Okay, bei den Herrn wurde ja ein Messer gefunden. Sie sagen, dass der dieses Messer bei sich trug und weder Sie noch Ihre Begleiterin das jemals angefasst hatten, richtig? Also, ich wusste überhaupt nichts von einem Messer. Alles okay? Ja, nicht okay. Verschwindet die bloß auch. Ich wusste, dass der Verwenden wurde nichts von einem Messer, deswegen kam es jetzt auch nicht angefasst. Ich glaube, er ist aber sehr schnell weg. Ich weiß nicht, wo der hier ist. Feiern. Wahrscheinlich. Gut, wir verschwinden dann auch mal. Ja, klar. Entschuldigung für die Störung, aber... Ist gut. Gut. Ja, dann nehmen wir mal. Dann wünsche ich trotz der Unstelle noch einen schönen Abend. Bis dann. Ich würde gerne irgendwo noch auf die Toilette gehen. Äh, ja, mach das. Du kannst ruhig mit auf die Etage kommen. Bis gleich. Bis dann. Der kann nicht mehr schreien. Oh, und jetzt gleich kotzt er sich noch aus. Ist er vielleicht zu müde? Uh. So. Ähm. Oh. Okay. Steven. Morrison. Oh. Hmm. Oh. 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 Ich würde gerne wissen, ob die irgendwas mit diesen Keiltüten zu tun hat, die Maria. Ich würde gerne wissen, ob sie die Keiltüten zu tun hat. Oh, Maria, warum hast du dein Profil nicht auf? Oh, Maria, warum hast du dein Profil? Okay. 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 Ich erreiche Maria nicht. Ihr Profil ist nur für freundlich. Warte mal gucken, ob die mit diesem Kyle Harrison oder so zu tun hat. Okay. Weil ich gestern mit ihr geredet habe und ich habe ihr gesagt, dass sie ein bisschen auf ihre Nährung und Umgebung achten soll, weil nicht, dass ihr die noch einpackt. Ich denke, du bist mit ihr nicht befreundet, ne? Mit, äh, Maria? Also, auf, ja, auf Bencher meine ich. Nee, leider nicht. Wäre halt eine Option, ne? Obwohl, ich kann mal schauen, warte, ich war nicht eingelogt. Okay. 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 Ist okay bei dir? Möchtest du schlafen gehen oder möchtest du nachreden? Ich bin... Nee, nö. Ich bin hellwach. Nach gerade? Auch nach gerade. Hast du gemerkt, was für ein manipulatives Arschloch im Endeffekt ist? Ich weiß, was für ein manipulatives Arschloch ist. Ich hatte schon mal eine Begrüßpunkte mit diesem Mann. Ach so, okay. Das wusste ich nicht. Entschuldigung. Kann ich dir gleich mal erzählen. Gerne. Da frage ich mich bis heute nämlich, was das war. Und zwar... Gabriel wurde mal... Ansteigen. Habe ich gerade getan. Gabriel wurde mal niedergeschossen oben an... Wie heißt es hier? Am Ruinedorf, als wir die Vargas observiert hatten, weil die da irgendwas komisches gemacht haben, was wir bis heute nicht wissen was. Und bevor die Schüsse auf ihn gefallen sind, war Evan Anderson mit einer ominösen Gestalt im Autorfer mal bei uns in unserem Steifen stand und hat uns belabert die ganze Zeit. Ach ja. Gut. Mehr muss ich glaube nicht sagen, oder? Nein, nein. Damals war das so okay. Ein bisschen, ne? Da war das noch nicht so mit Evan Anderson, wie es jetzt ist. Aber das war damals schon für mich sehr kurios. Und seitdem vertraue ich denen halt 0, gar nicht. Aber eine Sache ist tatsächlich sehr, sehr komisch an der ganzen Sache jetzt. Mhm. Äh, Evan ist nicht wirklich aktiv, der Entführer. Und er war jetzt sogar der Fahrer. Er macht das aktiv, nicht. Er hat immer andere und dann taucht er immer am Ort auf. Mhm. Bedeutet für dich? Dass das halt gerade alles irgendwie komisch ist. Das klingt für mich trotzdem irgendwie nach Abdenkung. Vor allem, weil er mit dem Messer ja so durchgedreht ist. Ich denke, Herr Weiß hat geblüfft. Kannst natürlich nicht sagen. Ähm, aber weil er da so laut wurde, so von wegen, ähm, das ist ja jetzt wohl Schwachsinn. Das habe ich nicht gemacht. Und das läuft doch gerade alles so gut, wie so kommt jetzt eine Lüge. Mhm. Aber er ist nicht aktiv, vor allem nicht zu zweit. Das macht für mich irgendwie so wenig Sinn gerade mit dem, was ich, äh, alles gehört habe über ihn und aufgeschrieben habe über ihn. Aber könnte es gleich sein, dass er seine Entführungskontakte verloren hat, die es für ihn ausgibt haben? Ne, weil, äh, Maria ja jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich von ihnen entführt wurde. Und dann habe ich gesagt, wer war dabei? Äh, ich habe ihr gesagt, Maria, ich weiß, ihr macht das nicht alleine. Also wer war dabei? Weil sie, ich kann dir das nicht sagen. Ja, ja, okay. Verstehe. Und bei ganz vielen Fragen von mir hat sie gesagt, ich kann dir das nicht sagen. Du weißt warum. Und ja, also da, das macht er regulär nicht allein. Das ist komisch. Ich habe mit so vielen Menschen geredet, das ist komisch. Oder die Entführung vor ein paar Tagen war den Leuten dann zu heiß, was im Nachgang passiert ist. Weshalb er heute selber agiert hat. Oder ist das wirklich keine Option? Ich finde es halt komisch, dass er immer so übervorsichtig ist. Mhm. Maria entführt wird. Ihr gesagt wird, dass sie aber jetzt bald wieder eingepackt wird, wenn das Geld nicht kommt. Mhm. Gleichzeitig, sie hat sich mit mir getroffen. Ähm, das war oben bei Hannis Diner. Sie wurde von einer Person beobachtet. Sie meinte, es weiß eine Person Bescheid. Und ich. Und, ähm, diese Sache heute passiert. Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie alles fischig. Vor allem so schlecht heute passiert. Irgendwie das, weiß ich nicht, ein komisches Gefühl daran. Ich kann mich auch täuschen. Das wäre jetzt nicht so. Ja, ja, so wie du es darstellst, hört sich das schon sehr kurios an. Definitiv. Es kann halt mehrere Indikatoren haben, etwa von etwas abzulenken, wie du halt schon sagtest. Oder es war eine spontanen Aktion, weil sie es gerade so angeboten hat. Wäre ja vielleicht auch eine Option, oder? Ja, das ist halt das Komische. Ähm, das mit dem Ablenken. Ich erreiche sie eigentlich immer. Zwar nicht immer sofort, aber am Tag selbst meldet sie sich eigentlich zurück. Und sie hat heute gar nicht geschrieben. Nee, gar nicht. Ich habe, glaube ich, das erste Mal, keine Ahnung, 17, 18, 19, ich. Relativ früh habe ich ja eigentlich geschrieben. Hm. Glaubst du, dass ihr was passiert ist? Ich hoffe nicht. Was? Ich weiß nicht. Hat sie ein Auto? Ähm, ja, weiß ich nicht tatsächlich. Das war, glaube ich, jemand anders, der sie da gefahren hat. Hm, okay. Herr Foley müsste das Auto gesehen haben und auch die Personen da drin. Aber sie wohnt auch zur Zeit nicht da, wo sie eigentlich wohnt. Das hat sie mir auch noch gesagt. Und sie arbeitet auch nicht mehr beim Afrodonis. Okay. Also da hast du keinen anderen Punkt, wo man kurz mal vorbeifahren kann, um zumindest zu schauen, wo du, ob das Auto da steht. Ich kenne nur ihre eigentliche Adresse. Und das war es. Hm. Weil ich hatte sie direkt gefragt, weiß er, wo du wohnst, hatte er deine Adresse. Und sie meinte, ja, aber ich wundere gerade nicht. Ja, vielleicht ist es auch ein Tag, wo sie sich zu Hause ein bisschen vergraben hat. Also da, wo sie untergekommen ist. Ja. Aber sollst du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten? Nö. Und Tilo wird sich ja dann morgen bei ihr melden. Mhm. Ich bin stolz auf dich. Ich bleib dabei. Warum, weil ich mich heute geschafft habe, alleine anzuziehen? Nö, weil du das ziemlich gut gemacht hast und gut kombinierst und vieles im Hinterkopf behältst dabei. Ach, Joske, das kann auch wirklich alles quatschen. Ach, Ari. Also, Ari, geh auf dich schlecht zu machen. Nein. Mir ist aufgefallen, immer wenn du was Ernstes zu mir sagst oder irgendetwas sehr, sehr Ernstes, ähm, Starkes kommt, sagst du Ariane. Sagst du nicht Ari. Sagst du dann Ariane. Innerwie beim Antrag. Ja, gut. Aber das ist ernst gemeint, nur fürs Protokoll. Aber ich kann gerne jetzt mal Ariane sagen, um das nochmal herauszustechen. Nein, bitte nicht. Hm. Ist ja Dunahams Auto da vorne. Ist das so? Ja, aber den großen, da weiß ich noch nicht, von wem das ist. Wenn wir es den beiden Autos mal irgendwie verschwinden lassen, die parken unsere Parkplätze zu. Hey, ich gucke ja schon immer, sobald eine Lücke ist, würde ich beide Autos umparken, aber das gab es nicht noch nicht. Habe ich dir schon gesagt, ich dich eichtere? Eichtere dich viel mehr. Einfach dafür. Und unsere Parkplätze. Hm. Habe ich das Auto? Ist das so? Das ist so. Oder sind das meine? Weiß ich nicht. Da müssen wir uns wohl irgendwie wärmen. Schon ein bisschen besser. Hm-mm. Genki ist besser. Jetzt ist es gut. Okay. Äh. Ja. Treffen ist halt nicht so bei mir, ne? Ja, bei mir auch nicht. Ja, jetzt ist gut jetzt. Ich laufe zickzack. Oh mein Gott, das war aber gar nichts jetzt. Wie peinlich. Scheiße. Scheiße. Du bist eingekesselt. Bin ich das? Ja. Dann versuch's doch. Wupp! Okay, der war aber knapp vorbei. Der war auch vorbei. Ich habe nicht genügend Wut in mir heute. Au! Das kann heute irgendwie nicht gut ausgehen. Ich sehe sie irgendwie. Ah. Okay, ich werfe jetzt einfach rein, Yusuke. Ich weiß, du bist da reingelaufen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich bin hinter dir. Ach, ich habe keinen Bock mehr. Au! Au, du hast mir voll auf die Brust geworfen. Oh nein, soll ich pusten? Achso, ja. Nee. Entschuldigung. Reflex. Es ist schön, dich lachen zu hören. Schön dich lachen zu hören. Weiß nicht, wovon du redest. So, wie war das jetzt? Alkohol und draußen reden. Alkohol und draußen reden, ja. Das war das, was sie gesagt haben. Gut. Dann setzen wir das gleich mal in die Tarte um. Gehe ich mich mal kurz um. Hol oben noch zwei Decken. Nee, ich hol eine Decke. Du brauchst nur eine Decke. Okay. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Okay. Schönen. Ich telefoniere kurz. Ich telefoniere doch nicht. Ich telefoniere kurz. 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 so genau, wie wertvoll ich da bin, aber das gehört jetzt gerade als ein anderes Thema. Wo fange ich da an? Ich finde es doof, ich nenne es mal doof, dass immer, wenn es um solche Themen geht, dass irgendwie immer ich derjenige bin, der es da abbekommt. Weil ich halt da bin. Weißt du, wie ich das meine? Ich respektiere Bella, also möchte ich betonen, also Amos und ich sind ja auch, ich würde sagen, ganz gut befreundet. Dienstig gesehen ist es aber manchmal wirklich schwierig, weil ich vielen Sachen hinterherrennen muss und immer erinnern muss und sowas. Ich meine, er ist ein bisschen weniger da als ich, das ist ja normal, das ist ja nicht schlimm, aber irgendwo ist es halt auch schwierig, weil ich mache halt viel so im Hintergrund, ohne halt rumzuwählen. Ich kümmere mich halt darum, dass halt die ganzen Sachen richtig geführt sind, dass die Sachen halt hochkommen auf Ortsankodo, ich kümmere mich halt um Bestände, ich muss mir halt alle Gespräche halt immer anhören, Supervisorgespräche von den anderen Leuten, mich halt um die Probleme, also letztes Entscheidungen halt treffen, Entscheidungen halt weiter eskalieren, weil ich halt hohen Wert darauf lege, dass halt Dinge auch passieren. Also ich kann das nicht so ganz alles weggeben, weißt du? Und ich würde es mir ein bisschen wünschen, dass halt nicht so viele Sachen und Entscheidungen halt an mir hängen. Das ist ja genauso wie, dass alle oder viele zu mir kommen, wenn es um so Führungssachen halt geht, wo ich mir halt so denke, Leute, ich bin halt Assistant Chief und nicht Chief oder sonst was. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, ich mache das halt sehr gerne, aber ich winke halt damit auch nicht und das wird dann halt nicht gesehen und dann werde ich halt jedes Mal gefragt, worum läuft es in Operations nicht? Ich kann sagen, worum es in Operations nicht läuft. Wir sind zu wenig Leute. Ich habe, wir sind vier Vorgesetzte. Da von uns einer weniger da, wir sind fünf Vorgesetzte, Entschuldigung. Der eine ist davon wenig da, der andere muss gerade in das Operations-Thema erst ein bisschen mehr hinzugefügt werden, weil Payne ist ja jetzt relativ neu bei uns in der Ops und wirklich Ops haben die nicht gemacht. So hart das klingt. Man muss sich so, wie wir das halt machen. Barnes war eine Zeit lang ein schwieriges Thema. Mittlerweile macht er einen verdammt guten Job. Liegt aber auch daran, dass ich sehr viel Zeit in die investiert habe, was halt auch nicht gesehen wird. Ja und Gauthier kann ich mich halt darauf verlassen, nachdem er zweifach degradiert wurde. Aber Gauthier ist jemand, der ist halt da. Und er macht viel und hält mir viel den Rücken frei. Weil Gauthier ist halt nur das Problem, ihm passiert das Gleiche, gerade was mir letztes Jahr passiert ist. Er ist kurz vorm Burnout. Befürchte ich. Und ich bin ja damals zusammengebrochen, das habe ich dir ja erzählt. wo ich teilweise kurzzeitig Gedächtnisprobleme hatte. Die anderen hatten Angst vor mir, weil ich guten Tag und Hallo gesagt habe und japanische Begriffe war schon sehr schrecklich für die. Er hatte mich ja auch vom Dienst befreit in der Zeit. Und ich bin gerade erzählt alles durcheinander so mir lassen. Ich mache mir halt stetig auch Gedanken zu vielen Sachen und dann versuche ich das halt umzusetzen. Das Problem ist nur, wenn andere Führungsmitglieder halt dann gegen eine arbeiten oder halt sagen, dass es dann sehen, dass wir das wieder anders und machen es halt anders. Obwohl wir in Ops das vorgeben sollen, das ist halt auch eher schwierig, weißt du? Manchmal ist die Führung halt leider schon sehr schwierig und für mich halt schwierig, da was zu sagen oder zu machen, weil auch hier wieder, ich bin halt die Vertretung und nicht der Chief, weißt du? Es ist noch eine Stufe halt über mir und Miller hält mir halt schon auch, also Miller ist halt auch schon da und hört halt auch zu, aber Miller vergisst halt leider auch sehr viel. Und bei manchen Sachen ist er ja ein bisschen inkonsequenter als ich, würde ich halt sagen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht so genau, wie ich das alles so erzählen und erklären soll. Mach's einfach, ich hab's nur. Ja, fällt mir nicht so einfach, ehrlich zu sein. Das hab ich mir gedacht. Ich möchte auch niemanden Unrecht tun oder so, weißt du? Los gewesen, hier unter uns und du trennst das auch bei uns, dann kannst du deine Freundschaft auch jetzt vom Dienstlichen trennen. Weißt du, dass die Sache ist, es gibt Tage, dann stehen wir dort in unserer Führung und dann werden da so Sachen gesagt, wo ich dann oft einhack und sag, das ist ein Ding, was man nicht einfach machen kann, sondern halt mit der Commissioner-Ebene halt besprechen muss. Und ich hab immer das Gefühl, dass dadurch halt die Anerfüllungskräfte halt eine ziemliche Abneigung gegen mich entwickeln, weil ich weiß halt, wie es ist, wenn man übergangen wird und letzten Endes gibt es viele Sachen, der Commissioner halt entscheidet und ich bin ihm halt loyal gegenüber, weißt du? Und ich find's halt nicht okay, wenn halt dann einfach darüber hinweg entschieden wird oder irgendwas gesagt wird und dann plötzlich irgendwelche Führungsbegründer sich da wieder ganz fein rausziehen. Also es ist genauso, wie was ich schon bemängelt hab, dass alle sich beschweren, 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 aber letzten Endes nichts dazu beitragen, dass sich das verändert. Und dann ist mir die Operations schuld. Ob's hier, ob's da. Also immer nur die Operations und man sieht die, alle Abteilungen sind super, nur wir sind halt scheiße. Das ist halt... Weiß ich nicht. Das ist halt... Keine Ahnung. Irgendwie... Ja, ich würd's halt nie äußern, bin ich halt auch ehrlich, ne? Ich würd auch nie offen sagen, dass ich halt bei manchen Sachen es halt nicht gut finde, was da... ähm, also nicht entschieden wurde, sondern was, wie es halt geantabt wurde oder dass ich bei manchen Entscheidungen übergangen wurde, was Sargeants halt angeht. Sargent-Ernennung ist ja schön und gut, das freut mich, dass Leute da gesehen werden, aber man sollte halt zumindestens ansatzweise mit mir darüber sprechen, wenn ich diese Prüfungen halt abnehmen soll und dann irgendwelche Leute auf einen Sargent-Rang befördert werden, ohne Prüfung, die gar nicht auf diesen Rang gehören und nicht ansatzweise die Fähigkeiten dazu besitzen. Der Letzte, der niemanden Chancen geben möchte, aber in manchen Situationen ist es halt einfach nicht mehr angebracht. Oder ist es nicht zu den Zeitpunkt angebracht. Oder man kommt einfach zu mir und sagt, hey, Korayame, können Sie sich mal bitte drum kümmern, dass die Person halt auf Kurs gebracht wird. Dann versuche ich es halt irgendwo in meinen überfüllten Kalender reinzupacken. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich weiß, wie du das meinst. Und es gab eine Zeit, das ist schon schon was her, da hat man sich sehr hängen gelassen gefühlt und wo man dann eher mehr macht als andere. Das war ja bevor dann Gauthier halt als Sargent halt da war. Und ich bin froh über Gauthier, weil Gauthier ist ja so gesehen meine direkte Vertretung. Wenn ich irgendwie weg bin, weil ich weiß, wenn ich in den Urlaub fliege und ich Gauthier sag, guck mal, kümmere dich mal bitte darum und darum, ist Gauthier, ja, da macht das. Aber ich will auch nicht alles auf ihn auslagern. Aber es funktioniert ja auch nicht. Was ist heute bei dem Gespräch rausgekommen? Wie ist das verlaufen? Abgesehen davon, dass du offensichtlich für vieles die Schuld gekriegt hast? Es gab kein Gespräch. Nee? Es war eine Besprechung vor allen Leuten. Es gab eine große Besprechung und dort wurde dann ganz offen gesagt, äh, im Prinzip im Grunde nicht, ob es das Scheiße gerade und dass wir ja uns auf unseren Scheiß konzentrieren sollten als auf anderes. Im Prinzip. Ja, das war eigentlich so das Ding und ich war halt der einzige hochrangige der Operations, der da war, weil Bans hat Captain Gambans fällt da halt raus. Also im Prinzip war ich wieder alleine da. Und das ist jetzt schon das fünfte Mal oder so. Also du bist also hier. Hm? Nee? Ist ja genauso wie alle Kündigungen oder 95% der Kündigungen von Lamesa habe ich ausgesprochen. In jeder Kündigung, in jedem Kündigungsschreiben steht mein Name. Ihr habt da kein Problem mit Ariane. Wirklich nicht. Aber das sind halt so alles Sachen, die ich im Hintergrund mache. Eine Kündigung ist nicht mal eben so, ja, wir kündigen jetzt jemanden. Eine Kündigung kostet mich 20 Minuten Zeit meines Lebens. Und ich habe letztens, was war das, sechs oder sieben Leute am Stück gekündigt. Da kann es sich ungefähr vorstellen, wie viel Zeit ich dafür investiert habe. Lustige Gespräche, plus jedes Mal dieses Blablabla, was ich mir halt anhören soll dann. Eine Entscheidung treffen soll. Das ist halt alles, womit ich kein Problem habe, aber irgendwo auch irgendwie kacke, also bescheiden ist, dass ich dann da stehe und immer der Buhmann bin. Was auch nicht super schlimm ist, aber du verstehst, wie ich es meinen, hoffentlich. Keine Ahnung. Manchmal habe ich nicht das Gefühl, dass ich der Assistant Chief bin, bin ich ehrlich. Ja, das ist halt jetzt die Sache, die ich dir eigentlich die ganze Zeit sagen möchte. Sind sich alle überhaupt sicher, dass du Assistant Chief nur bist? Und was macht denn Herr Miller? Weil eine ganze Weile lang dachte ich eigentlich, okay, das wollte ich jetzt vielleicht nicht so. Ach, weißt du, war scheiß drauf, ist egal, ich bin eine schlechte Office-Song gewesen. Ich dachte die ganze Zeit, du wärst schief. Über einen sehr langen Zeitraum, okay? So, reden wir nicht drüber. Dann habe ich irgendwann mal nachgeschaut und dachte, ach so, oh. Aber ja. Macht ja nichts draus, das denken halt die meisten. Das ist halt die Sache. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin Assistant Chief Plus. Ja, ein bisschen mehr als das, oder? Ich weiß, ich weiß nicht. Ich sag dir, wie es ist. Das ist jetzt etwas, was sich ein bisschen auch bei uns widerspiegelt. Ich mache einfach nur meinen Job. Ich bin einfach da. So wie das nur ich, ich bin. Weißt du, wie ich das meine? Also bitte nicht, dass du es falsch verstanden hast. in Gottes Willen. Aber es ist halt das Ding. Ich war, meine ganze Karriere in der State Police war, ich war Rekrut. Ich war nach sechs Tagen eigentlich prüfungsbereit. Aber meinen ersten Tag, ich kann ja, soll ich dir jetzt mal erzählen, wie meine Karriere verlief? Ja, aber lass uns dazu hinsetzen. Okay. Wenn ich zu sehr rumspringe oder zu durcheinander rede, sag das so. Nein, nein, das ist genau richtig. Ich bin froh, dass du das machst. Das ist mein Plastik hier. Oh, scheiße. Ja. Ja, gut, dann setze ich mich hier hin. Oder da. Nein, du setzt dich nicht da in diesen Korb, bitte. Das ist ja ganz komische Weibs. Ich soll mich in die Ecke setzen. Achso, ja, dann gehe ich aus der Ecke raus. Nein, ist okay. Nein, setz dich. Jetzt gehst du in die Ecke. Los, gesetz dich gleich. Ariane, geh in die Ecke. Ich schrei gleich, ich setze mich jetzt nicht hin. Ach, scheiße. Ja, jetzt setze ich in die Ecke. So. Außer muss ich die Decke holen. Nein, muss nicht. Okay, ich habe meine Jacke. Ist dir kalt? Nein, aber ich will eine Decke mit dir teilen. Nee, scheiße auf die Decke. Okay. So, warte. Ich mache jetzt den, äh, den Juste. Okay. Ich, äh, ja. Nein, also. Eine Zeit in der State Police hat so angefangen. Am ersten Tag war ich zwölf Stunden in der Schicht. Davon war ich drei Stunden alleine Leitstelle. Erster Tag. Top. Du siehst den Fehler, glaube ich, oder? Ja. Da kam Natschi zu mir und meinte so, Mr. Korehame, wie kann es sein, dass sie hier alleine Leitstelle machen? Wie kann es sein, dass, äh, sie die besser machen als die meisten anderen Officer? Ja, so hat, so hat mein Einstieg in der State Police halt angefangen. Ich erzähle es extra so, weil am Ende es mir da um etwas geht. Auf jeden Fall. Dann habe ich halt so meine Rekrutzeit gehabt. Wie gesagt, nach sechs Tagen war ich eigentlich prüfungsbereit. Es hat nur noch ein Modul halt gefehlt, ähm, im Prinzip. Weshalb, was halt irgendwie dreimal verschoben wurde. Weil ich einmal angeschossen wurde, mich mehrfach überschlagen hatte. Dann in der 10,99 geraten bin mit Honey zusammen, wo wir, äh, beschlopft und weiß und so ab. Also hier retten, also retten, also abdrücken muss neben den Runden und so weiter. Meiner verschiedene Sachen. In meiner Rekrutenzeit habe ich es geschafft, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, zwei Informanten zu haben. Eine Informantin war in der Pacino-Familie. Die hat sich da reingearbeitet und war ziemlich weit oben in Connect, connected mit, äh, Ivo Vukovic und später mit Vlado Vukovic. Und, ähm, ja, war spannend, auf jeden Fall. Dann hatte ich noch eine Informantin, die war bei Attila Farkas, also eine zweite Informantin bei, äh, bei der Pacino-Familie drin. Ähm, nennt sich das, genau. Und die wussten auch nicht voneinander, da hatte ich Informationen rausbekommen. Dann habe ich halt noch eine Informantin gehabt, äh, die er war, lass mich jetzt nicht vertun, ähm, er war in der Waschanlage in der South, wodurch ich die Information bekommen habe, dass irgendeine, irgendjemand aus der Latino-Richtung, heute, glaube ich, tendenziell aus, äh, der ICLS-Richtung, dass sie versucht haben, halt die Waschanlage zu übernehmen, mit Gewalt. Und, ja, das war mal eine Rekrutenzeit. Da kam Moskera damals zu mir und meinte so, wie kann es sein, dass ein Rekrut schon mehr Informanten hat, als ein Officer 3? Innerhalb von drei, zwei Wochen, oder drei Wochen, oder was das war. Das erzähle ich halt extra so, weil dadurch Büschloff auf mich aufmerksam geworden ist. Büschloff war ja damals, äh, der Operations, und der hatte mich dann auf seine Art und Weise halt, äh, gefördert. Mir ein paar Mal aufs Maul gehauen, tatsächlich, weil ich Sir gesagt hab, seitdem hab ich eine Abneigung gegen Sir. Ähm, ja, und hat mich halt gefördert. Der hat mich halt mehrfach alleine in irgendwelche Leitstellen reingeworfen, wo ich dann Einsatzleitstelle plötzlich hatte, das war auch zur Rekrutenzeit teilweise, und dann Office 1 Zeit am Anfang, ähm, wo er dann halt, ja, ich weiß nicht, was da passiert ist, er hatte irgendwas mit, äh, damals in Schifahrt besprochen, also weiß, und dann hieß es so, ja, die Tio wieder, wieder eröffnet, und irgendwann, hier, bis jetzt oh, und whatever, und dann kam er halt zu mir und sagte so, und da, du musst, äh, jetzt schnellstmöglich Office 1 werden darf für die Tio. Genau so ungefähr war das damals. Und das waren so meine ersten drei Wochen State Bullies. Nebenbei. Ja, gut. Dann bin ich halt Office 1 geworden. Mh. Meine Office 1 Zeit war zweieinhalb Wochen oder drei Wochen ungefähr. Dann wurde ich halt schon Detective. Also ich war schon Detective, aber letzten Endes wurde es halt noch mal so ein bisschen, äh, ja, man muss da auf den Office 2 halt warten. Zu der Zeit waren ja Tio und ich ziemlich, also wir waren jetzt ziemlich, äh, enge Streifenpartner miteinander. Also damals meine Rekrutenzeit schon und dann auch zu meiner Office 1 Zeit, wo auch Office 1 war, ja, beziehungsweise Deputy 1, da haben wir diese Vox Veritatis Ermittlungen halt gehabt. Ich glaube, da hatten wir auch dich damals befragt, wenn ich mich recht nenne. Ja, das kann sein, ist es diese Zeichnung in Adventure gewesen? Genau. Wir hatten zwei Berührungspunkte, einmal Vox Veritatis und einmal diese Mayhem Sache. Bei beiden wusstest du, ich bin deine große Liebe. Ja, bei beiden wusste ich, dass du meine große Liebe bist. Ne, ne, zähl weiter. Also bei der Vox Veritatis Sache war ich noch Officer 1 und bei der Mayhem Sache war ich glaube Detective. Da war Tilo aber noch nicht Detective. Das war alles in dem Dezember nebenbei. Ähm, ne, auf jeden Fall, ich bin ein bisschen abgespissen. Genau. Da hatten Tilo und ich hat da so ein bisschen ermittelt und, ähm, dann bin ich da zwischendrin Detective geworden und hab dann gesagt, Tilo, mach auf an dir zu zweifeln, du wirst das Detective. Der war da so ein bisschen wie du, muss ich sagen, in der Hinsicht, mit Selbstzweifeln. Der so, ach, nee, geht nicht, ist so, du gehörst zu dem Detective Unit. Nee, doch, ist so, du gehörst da rein. Und dann hab ich den halt angelernt, aber dazu komm ich gleich. Auf jeden Fall war ich halt dann Detective, hab halt mal ein Zeug da gemacht, und war halt speziell für Informantenarbeit zuständig. Mein Hauptermittlungsbereich war Informantenarbeit. Auf der Straße unterwegs sein, Informanten halt, ähm, anziehen, Informationen rausbekommen, mich umhören. Mann. Und später halt auch teilweise DMC-Ermittlungen, weshalb wir dann auch in Kontakt gekommen sind. Das war dann da, wo ich mich, äh, unsterblich in mich, dich verliebt und du in mich, ne? Genau. Es ist gut, dass du das nochmal erwähnt. Ja, das war sehr wichtig. Genau, halten wir das mal fest. Halten wir das mal fest. Nee, da war ich mich halt Detective geworden und dann, also ich war nicht Detective und Tilo ist auch Detective. Nee, dass ich jetzt auch mal kneifen könnte. Blablabla, ist das nicht so wichtig, was da alles war. Das Ende ist halt wichtig. Mh, im Prinzip, dass die DTU aufgelöst wurde, ist die Schuld von Tilo und mir. Es gab mal ein Gespräch, weil Mr. Weiss war ja eine längere Zeit weg, weil es ihm nicht so gut ging. Er kam halt wieder und er hatte dann da mal irgendwas reingeschrieben bei uns im internen System, was wohl bei der Büschloff-Bubble sehr auf, äh, ja, also auf, wie sagt man das, sehr angestuft, angeekt ist. Was bedeutet das? Büschloff-Bubble sage ich hier speziell schon, weil wir da, Tilo und ich schon teilweise ausgegrenzt wurden und Gabriel dann auch, wie ich auch in die DTU geholt hatte und auch ausgeholt hatte, zusammen mit Tilo dann. Und ich weiß nicht, woran es liegt, woran es lag, dass wir da irgendwann ausgegrenzt wurden. Faktor ist, wir haben 17 Fälle damals gleichzeitig gehabt und gefühlt waren, fühlt es nicht mehr so an, dass ob Tilo und ich halt nur alleine daran gearbeitet haben. Weil die nicht relevant genug waren für die anderen, wenn du verstehst, wie ich das meine. Es gab auch einige Statisten dort drin, in der DTU. Es war auch eines der Tenor-Gespräche, also der Tenore, die wir hatten bei Honey, weil wir sind damals zu Honey gegangen und haben dann mit ihr ein sehr privates Gespräch halt geführt, ähm, wo wir uns, wo ich halt, ja, immer was drauf hingewiesen haben, dass es ein bisschen auf irgendeinen so komischen Code hatte, wo das interne System aufgelöst werden sollte. Und dann hat Tilo losgelegt und ziemlich viel erzählt. Ähm, was Honey natürlich dann an, äh, weil es halt weitergetragen hat und die Tilo dann aufgelöst wurde. Zu Recht. Definitiv. Zu Recht. Dann ist, sind wir halt, ähm, alle rausgeworfen worden, so gesehen. Hatten aber eigentlich die Chance, wieder reinzugehen und du kennst mich. Warte mal, wer, äh, nicht Detective werden wollte, weil er Schuldgefühle gegenüber Bischloff hatte. Hm. Hm. Wer das wohl war, hm. In dem Fall hatte ich mich, hm? Nein, ich wollte nur sagen, muss ich eigentlich nicht auch sprechen. Das ist nur Zeit, ich weiß. Auf jeden Fall hatte ich mich dann da nicht beworben erst mal am Anfang und hab dann doch, äh, nur geschrieben, wie es denn da aussieht und anscheinend wurde ich abgelehnt. Keine Ahnung. Ist aber auch okay. Das hat die Operations dann mitbekommen. Dann kamen die Operations, also damals, Anderson direkt auf mich zu mit Miller und meinte so, okay, pass auf, die Detectors wollen dich nicht, wir wollen dich aber als Sergeant haben, stets möglich. Und hab ich halt mir gedacht, ja, wenn ich da halt gebraucht werde, wieso halt nicht? Das ging halt gleich, äh, auf mit dem SWAT und damals war es halt eine schwierige Entscheidung am Anfang für mich, ähm, weil ich dann halt gesagt hatte, also, ich hab's halt dann gemacht, aber ich hab halt Bischloff gegenüber das halt geäußert, dass ich das, mich jetzt dazu entschieden habe, weil man im Weg halt weitergehen muss und er hatte mir halt gesagt, wir gehen über das halt eine Abneigung hat. Und hat sehr viel mehr aber die Schuld Tidu hat gegeben und ich glaube, er hat damit gemeint, Tidu hätte mich irgendwie manipuliert oder so, wo ich mir so denke, ja, klar, genau. Ja, auf jeden Fall hab ich dann, ähm, meine Sergeant-Prüfung damals geschrieben. Die erste wurde nicht anerkannt, weil Nachi sich nicht an die Vorgaben vom Commissioner gehalten hat und die zweite hab ich dann bestanden, ich glaub, mit, na genau, es waren 98%. Beste Prüfung nebenbei immer noch. Naja. Da bin ich auch aus Gründengrad. Ähm. Da bist du aus Gründengrad, was? Äh, das mit der Prozentzahl. Bist du steil? Es ging so. Nee, das ist mir, das ist mir egal. Das ist so, das ist, ähm, Gefühl der Erwartungshaltung an mich. Aber das wirst du gleich verstehen, wie ich das mein. Ähm. Dann war ich auf jeden Fall Sergeant und ich sagte, wie es ist, ich hab mir fast alles selbst beigebracht. Es gab die Module. Streber? Und dann hab ich mir den Weg des Sergeants selbst beigebracht, was dann Sergeant alles machen muss. Und ich bin bis heute der Meinung, ich hab maximal meine Kompetenzen überschritten, aber es hat niemanden gejuckt, weil es wirkt halt so ein bisschen so, like, wegen einer doofer Machtzeit. Weil ich hab mich den Fällen halt ernst angenommen. Die ganzen Supervisor-Fällen. Halt, wenn Leute auf mich zukommen, wenn in der DAB reingekommen ist und sowas. Das war nicht einfach so, ich wisch es halt weg. Ich hab jeden Fall halt ernsthaft betrachtet, niedergeschrieben und die Gespräche halt gefühlt. Nicht, weil ich den Officer in irgendwas reindrücken möchte, sondern weil ich die Officer hier fair behandeln wollte und schauen wollte, was da jetzt hinter steckt. Und ich hatte in meiner Sergeant-Fight nach zwei Monaten, ich glaub, 40 Supervisor-Akten insgesamt, 40, 50 Stück, weil die halt immer bei mir gelandet sind. Die Leute haben natürlich logischerweise zu mir gekommen sind, weil sie halt wussten, es wird hart, es wird fies mit mir, aber die wissen, dass ich halt fair mir das anschaue und nicht den als reinwögen möchte, sondern ich halt wirklich, wer hier gucken möchte, wie es halt aussieht. Und bei manchen Fällen gab es halt die Sache, dass halt Officers einfach gemeldet haben, um den als reinzuwögen. Es gab aber auch Fälle, wo es halt einfach berechtigt war, wie solche Parente, der seine Frau schlippen lassen hat, seine Freundin, im Foyer vom BPD. Was? Den kenne ich sogar noch. Ja, das ist der Officers, der dich bevormundet hatte damals. Ach, das ja. Du wolltest doch unbedingt mit mir fahren damals, das weiß ich noch. Ist ja interessant. Am Fahrstuhl. Wer möchte mit Frau Warns rausfahren? Aber er war nicht der Einzige. Da war ich ein bisschen perplex. Dass ich mir, ich bin das so schlecht, wieso wollen die alle mit mir fahren? Du bist halt beliebt bei den Leuten. Ja. Das Gegenteil von mir. Wir ergänzen uns. Wir ergänzen uns. Ähm, auf jeden Fall überlegen, wo ich jetzt war. Achso. Ja, dann ist es halt in Februar dieses Jahres gekommen. Also, es war alles so Ende 2022 mit Sergeant sein. Mhm. Und dann gab meine Supervisor, also eine Beschwerde halt rein, die ich direkt zur Chief-Ebene eskalieren wollte. Das war damals noch Chief. Dort habe ich dann, ähm, einen Fall halt nieder, äh, vorgelegt, worum es halt geht. Dass Leute, natürlich gab es in den Ops und so. Und da habe ich so ein bisschen die Operations angezündet, um ehrlich zu sein. Ungewollt. Also, ich wollte da nicht immer was reinwürgen. Das Gespräch war auf Etage 5. Und dort wurde ich dann auf Sergeant 2 befördert. Oh. Und, ja, der erste Sergeant 2 tatsächlich, der befördert wurde auf den Rang, war nicht degradiert. Hatte Tanaka damals sehr unangenehm, äh, darstellen müssen. Auf jeden Fall haben wir dann die Task Force gegründet. Operations Task Force, wo nur Miller und ich drin war und Kata außen vor gelassen wurde. War anscheinend aus Gründen, ich, äh, weiß nicht genau. Auf jeden Fall war das Ziel der Task Force innerhalb von einem Monat, wenn du kurz telefonieren möchtest, ist alles gut, ne? Los, geh ich ja dazu, ignorier das bitte. Okay. Ja, auf jeden Fall, die Task Force, ähm, hat das Ziel, die Operations auf Kurs zu bringen. Und das war halt so der Moment, so, wo ich halt Schuldgefühle halt hatte gegenüber Miller, weil ich halt Miller da so mit reingezogen habe. Millers Arbeit dann natürlich dementsprechend kritisiert wurde. Ähm, und ich glaube, das war die Zeit, wo auch die Sergeant-Prüfung rausgehört. Genau, das war mit der Sergeant-Prüfung und alles, glaube ich. Da wurde ich auch zum Sergeant-Prüfer. Das ist eben gerade unsicher, das ist schon was her. Auf jeden Fall hatte ich halt da, ja, schlechte Gefühle, weil es mir leid hat, dass ich dann Miller so vor die, ja, vor die Hunde geworfen habe durch die Aktion, was ja nicht beabsichtigt war von mir, aber es war halt wichtig. Und dann gab es einen Monat lang diesen Kurs, den wir gesetzt haben und die Operations lief. Aber dementsprechend streng waren wir auch damals. Was halt einigen nicht geschmeckt hat, aber anscheinend der Weg war, den wir gehen mussten. Das Interessante ist, dass wir danach wieder ein bisschen das Lascher gemacht haben und dann wieder die Katastrophen halt angefangen haben. Also im Prinzip müssten wir halt eigentlich strenger sein. Dazu gleich mehr. Der Faktor ist, es lief halt und dann gab es irgendeinen Rollcall, wo ich random, also ich wurde im Februar Sergeant 2 und im März wo ich Lieutenant. So zwischen Tür und Angel, was ich auch bevorzuge, weil dann ist man da nicht so im Mittelpunkt. Und dann ging es halt so weiter und ich war halt dann die Vertretung der Abteilungsleitung und habe halt immer noch sehr viel halt gemacht. Also im Prinzip habe ich eigentlich die meisten ganzen unangenehmen Themen halt erledigt. Das ist, was ich jetzt immer noch mache. Und dann wurde ich im April nach Operation Black, wo ich ja auch sehr an der Grenze war. Irgendwann habe ich mich ja schon mit dir darüber unterhalten, dass ich ja Menschen töten musste und den Bruder von den Terroristen getötet habe, mit denen ich verhandeln sollte. Der es Gott sei Dank nicht rausgefunden hat, sonst würde ich vielleicht gar nicht hier neben dir sitzen. In der Burjard-Captain im April und im Mai dann ist es ein Team. Die Sache ist, bei mir war es halt immer so, dass stetig die Erwartungshaltung sehr hoch war, weißt du. Und irgendwo möchte man diese Erwartungshaltung ja auch erfüllen, was mir sehr wichtig ist. Aber irgendwo habe ich dann auch mal eine Grenze, wo ich selber erstmal schauen muss, wie ich da klarkomme und ich habe halt so das Gefühl und das ist halt so ein Problem, dass man halt jetzt irgendwo enttäuscht hat. Gerade nach heute hat es sehr bei mir ja gehittet, als es hieß, dass halt die Sergeants halt nicht laufen, dass sie sich da nicht richtig darum gekümmert wurde und sowas, wo ich mir halt so denke, eigentlich ist das nicht korrekt. Ich würde halt keine Widerworte hier geben, weil das ist halt nicht meine Art, aber ich kann halt nicht jeden Sergeant oder Vorgesetzten halt überprüfen die ganze Zeit, weil ich komme ja dann zu gar nichts mehr. Und wenn ich danach gehen würde, würde ich wahrscheinlich bei vielen schon Schnitte machen und halt sagen, die Person gehört nicht auf diese Position. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil ich weiß, was Mr. Weiss halt erwartet von dem Sergeant und meine Erwartung ist halt genau die gleiche eigentlich. Deswegen hat Barnes ja auch nicht so ein einfaches Leben gehabt auf dem Weg zum Käpt'n, aber er macht seinen Job dafür jetzt. Und damals hieß es eigentlich auch, dass sich die Departments alle selbst um ihre Sergeants kümmern sollen und letzten Endes ich nur dafür da bin, die Prüfung zu machen und bei Bedarf eine Kontrollinstanz zu sein. Dass ich die halt kontrolliere. Eine QM halt mit denen mache, um zu schauen, ob die überhaupt die Aufgaben halt erfüllen. Wer auch immer dieser Sergeant oder dieser Sergeant war am Dienstag, ich würde den Namen halt gerne wissen, ob die Person von mir bei mir eine Prüfung halt hatte. Weil das wurde mir nämlich nicht gesagt. Weil das, wenn es einer meiner Prüflinge war, finde ich das sehr spannend, die Entwicklung. Warum wurde dir das nicht gesagt? Weil das diese riesige Besprechung war und Mr. Weiß nicht wollte, dass man sich da diskutiert. Und das lasse ich auch vor allen Leuten. Weil ich auch niemanden vorführen wollte. Und willst du das trotzdem noch in Erfahrung bringen wollen? Nein, das werde ich nicht tun. Wahrscheinlich. Ja, das ist halt das Ding, ne? Und das ist so ein bisschen, dass die Sache und im Prinzip mache ich halt die ganzen unangenehmen Aufgaben teilweise. Was okay ist für mich. Ich meine, es gab ja schon Witze. Aber hier war das irgendjemand hat mir aus Spaß gemacht. Eigentlich müsste ich Director der Internal Affairs halt sein. Weil ich halt so die ganzen komplizierten Fälle halt direkt selbst übernehme oder sie mir halt gegeben werden, wo ich halt alles investeziere. Wo ich kein Problem mit hätte, um ehrlich zu sein. Weil gehört halt dazu. Wir müssen halt die Behörde halt schützen und potenziell auch den Officer, der da, sag mal, die Pranger gestellt wird. Weißt du, wie ich das machen? Da könnte man sich halt zumindest auf etwas mehr halt fokussieren. Ja, und jetzt ist es halt. Wir sollen uns halt um ganz sein Andreas hat kümmern. Und ich muss mich halt darauf verlassen, dass halt meine Vertretungen die Sachen machen, die ich denen halt sage. Und teilweise wird das halt auch nicht so ganz umgesetzt. Was ich halt verstehe aus verschiedenen Gründen, woran es halt liegt. Nur ich weiß halt von mindestens zwei aus meiner Abteilung, wenn das so weitergeht, dass sie kündigen. Weil die halt auch nicht zufrieden sind. Weil egal, was wir machen, es ist halt falsch. Und wir sind immer die, äh, schlechten halt. Weißt du? Und ich weiß nicht, wie sehr ich auf die Leute halt noch einreden soll. Ohne dass die halt dann gehen irgendwann. Ja, dann muss es vorher noch mal ein vernünftiges Gespräch geben. irgendwie, woher das mal anbringen. Ich meine, du kannst es doch jetzt nicht so weiterlaufen lassen, oder? Naja, ich habe schon mehrfach versucht, Sachen anzubringen und jedes Mal wurde ich unterbrochen. Es wurde mir halt reingeredet. Es wurde mir nicht richtig zugehört und ich sage, wie es ist, irgendwann bin ich auch mal leid, das zu tun. Okay, ich meine, eigentlich ist es auch nicht deine Aufgabe, sondern die Aufgabe von dir Milla, oder? Ja, Milla hat irgendwie das Glück oder Pech, jedes Mal nicht da zu sein, wenn solche Sachen passieren und ich soll dann die Entscheidung direkt treffen. Deswegen habe ich für heute meine Entscheidung getroffen. Ich kann dir das einmal sagen oder vorlesen, was ich geschrieben habe. Danke, wenn ich mir wirklich so vertraue, dass du mir das alles erzählst. Du bist meine Verlobte und du hast gesagt, ich soll mit dir reden und ich versuche, mich da ein bisschen zu bessern. Dass du nicht das Gefühl hast, dass ich nur für dich halt die ganze Zeit Sachen machen möchte, sondern für mich für mich bedeutet, das hat auch schon sehr viel, dass du dass du mir dass du für mich halt da bist gerade. Wird natürlich auch irgendwo gut, dass ich das halt mal sagen kann. Somit es mal irgendwo mich auskotzen kann in der Hinsicht. Ist auch richtig. Womit zugehört wird und ich nicht unterbrochen werde, weißt du? Weil auch hier der Fokus ist in der Operation nicht immer da bei der einen oder anderen Person, weil auch dann immer unterbrochen wird und dann ist eine 10.60 auf der Straße auch immer wichtiger als mal wichtige Themen zu besprechen, weißt du? Ich finde es auch immer so witzig, dass Leute sagen, wir müssen auf die Straße. Ich sehe es halt anders. Ich bin in der Führung. Ich kümmere mich darum, dass es halt läuft auf allen Ebenen und dafür kann halt mein Käpt'n und mein Commander auf die Straße und ich kann derzeit den anderen nur andere Zeugart erledigen, weißt du, wie ich mein? Ja, ich habe halt nach dem Gespräch dann geschrieben, komm mal, war Mr. Weiss, hier beteilige ich Ihnen mit, dass ich aus dem SWOT austreten werde, um den Aufgaben der Operations gerecht zu werden. Es macht keinen Sinn, wenn die komplette Ops-Führung im SWOT ist. Wenn Sie dies wollen, werde ich hier auch die Position des Sergeant-Prüfers abtreten. Weil, ist ja das, wie es halt wirkte. Hat er dir darauf schon geantwortet? Ja, hatte er. Relativ schnell. Moment, ich verlege. Er hat dann geschrieben, alle Kurayama, ich begrüße dies. Ja, das war's. Wie, ich begrüße dies? Ja, das war die Antwort darauf, weil ich auf das SWOT austrete. Damit er um die Ops-Sachen sich hat, gekümmert wird. Und halt mit der Sergeant-Sache. Bei der Sergeant-Sache gab es Kommunikationsfehler. Wahrscheinlich hat Mr. Weiss sich das nicht ganz durchgelesen. Was halt dann revidiert wurde und ich halt anscheinend noch oder weiterhin der Sergeant-Prüf-Verhalt bin. Nur da wird es einen Klärungsbedarf geben, weil ja, wenn er will, dass ich die Kontrollinstanz bilde, werde ich halt die Sergeant-Strengen kontrollieren. Die Vorgesetzten, weißt du. Und dann werden andere wieder auf dich mad sein oder was? Ja, natürlich. Ach, ich kann ja sagen, wer ganz weit da vorne ist, mit dem mad sein, das ist ein anderer gewisser Chief. Aber egal. Nix Neues. Ja, und Miller habe ich halt jetzt geschrieben, ich bin mit sofortiger Wirkung kein Teil des Swaps mehr. Es gab eine Besprechung, also wo die OPS hat einen Pranger gestellt wurde, so ein bisschen, was er in dem Fall ist. Was ich aber auch verstehe, letzten Endes, wie gesagt, wenn das so war, wie es dargestellt wurde, das ist eine maximale Katastrophe. Aber wir können uns nicht zählen. Das funktioniert halt. Und ich habe ihm halt geschrieben am Ende, dass ich mich halt, dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, das Swap da zu verlassen. Lieber ich als du, Sumi Marston. Weil Swap ist eine Miller's Baby, weißt du? Und das will ich auch nicht, dass ihm das weggenommen wird. Sorry, ich habe dich unterbrochen, glaube ich. Nein, ich habe dich unterbrochen. Stell ich mich, hm? Ja? Wir haben diese Fähigkeit, immer gleichzeitig anfangen, wir fangen gleichzeitig an zu reden. Das ist spannend, oder? Gruselig. Warte, lass mich kurz in meinen Kopf, ähm. Ja, das ist jetzt mal ganz gut, dass du dich jetzt selber entlastet hast. Das heißt ja nicht, dass du da ewig irgendwie draußen bleibst. Aber was ist, wenn du dich da jetzt entlastet hast und du wirst weiterhin für alles die Schuld kriegen? Irgendwann musst du doch mal auf den Tisch schauen auf, wenn das nicht deine Art ist. Es wird darauf hinauslaufen, dass ich weiterhin die Schuld bekommen würde. Oder Schuld bekommen ist relativ, ne? Die Operations kriegt die Schuld, aber ich bin halt der Teil der Führung der Ops und bin immer derjenige, der dann da ist. Du bist so ein bisschen in der seelische Boxsack, war ich das Gefühl. das ist leider das Ding und die Kette des Anschreien existiert für mich halt nicht, weil ich nicht möchte, Gautier und Barnes dann anschnauzen möchte, warum es sich läuft. Weil für mich ist es halt ein Team und ich versuche halt, die zu entlassen, wie es da geht und sie delegieren. Aber Gautier hat halt das gleiche Problem wie ich und gibt nicht wirklich gern was ab, was ich halt verstehe. Aber wen soll das abgehen? Man Barnes, der dann auch verbrennt? Keine Ahnung. Ich sag dir, wie es ist. Der Ausdruck meines Swats ist kein Taboäres Ding. Ich werde nicht mehr zurückkehren in Designert. Einmal raus bedeutet einmal raus für mich. Vielleicht pass ich auch gar nicht mehr da rein. Da kann ich leider nicht mitreden. Ich hab dich da jetzt nicht wirklich ernähmt. Ari, sie ist von der Seite. Die Wahrscheinlichkeit, dass so was mir passiert, ist geringer. Gut, das... Ja. Mir ein bisschen egoistisch, so zu denken von mir, oder? Ja, aber okay. Weil ich es verstehe. Denkst du, ich... Hm? Denkst du, ich überreagiere... Denkst du, ich überreagiere da so? Ich meine, das ist schon ein bisschen angestaut natürlich jetzt, ne, aber... Also ganz im Ernst, ich wäre schon längst explodiert und ich finde, du unterreagierst sogar noch, falls es das Wort überhaupt gibt. Ich glaube, jeder andere wäre schon längst durchgedreht durch so eine Disziplin. Ich könnte das nicht. Es ist halt nicht meine Art. Ja, aber was passiert, wenn man es nie rauslässt und es sich immer, immer weiter aufstaut? Was passiert denn am Ende? Keine Ahnung. Ich meine, auch bei jemandem wie dir. Irgendwann muss was passieren. Ich bin immer ein Fan davon, einfach Dinge sofort irgendwie anzugehen. Ich meine, ich staue auch manchmal Dinge irgendwie auf und dann lasse ich sie irgendwann raus. Und ich mag es auch zu sagen, es gibt keine Probleme, es gibt einfach nur Lösungen. Jetzt kenne ich mich so wenig in dem Ganzen aus, dass ich dir jetzt auch nichts irgendwie dazu wirklich sagen kann, außer dir zuzuhören und gut zuzureden. Die Sache ist halt, ich möchte halt niemanden von den Leuten halt kränken. Das ist sehr selten für mich, dass mich das interessiert, um ehrlich zu sein. Aber es sind halt schon gute Freunde wie Ray oder Amos und Jacob und so. Auch wenn Jacob mal scheiße gebaut hat, aber das ist ein anderes Thema. Aber die Sache ist, Rays Reaktion damals, als sie degradiert wurde, war ja schon ziemlich krass, wo ich mir so dachte, jetzt habt ihr ja das, was ihr wolltet. Also als ob ich wollte, dass sie degradiert wird, zum Beispiel. Das war schon für mich persönlich kränkend, weil ich mir halt niemals wollte, dass Ray in irgendeiner Art und Weise degradiert wird, weißt du? Oder dass sie ja ihren Spot Colid verliert oder sonstiges. Weil ich mag Ray, sag ihr das nicht so, aber ich respektiere Ray und mag sie halt schon sehr gerne. Aber ich muss natürlich schon differenzierte, ich muss halt schon das trennen. Und das war aber trotzdem irgendwo fortzuwerfen damals, dass man, dass es der Plan war, war schon hart, fand ich. Ich meine, sie hat den Chief halt damals angelogen und hat halt nicht direkt mit der Weit rausgerückt und das war die Konsequenz der Degradierung. Und ich war natürlich der Supervisor, der sich dem annehmen musste. Natürlich war ich das. Unangenehm. Ja, und bei Amos ist es so, ja keine Ahnung, ich respektiere halt Amos sehr. Und er ist halt mein Chief, er ist halt über mir. Und das ist genauso wie bei Honey oder bei Beis, ich würde halt den nicht ans Bein pissen, weil ich die halt respektiere. Ich meine, Honey war meine Ausbilderin. Und Beis hat mich halt gefördert. So im Prinzip auf seine Art und Weise. Nur ich habe immer mehr und mehr und mehr und mehr Sonderaufgaben halt bekommen, was ich ja anscheinend auch gut gemacht habe. Aber jetzt halt dann diese Sprüche heute, im Sinne von mit den Sergeants, dass man nichtmals vorwiegend bespricht. Ein bisschen war halt auch irgendwie, ja, keine Ahnung. Doof. Das würde ich sagen. Weißt du, wenn sich jemand auskotzt, ist das eigentlich immer ganz, ganz anders. Dann fallen auch mal ein paar Wörter, die man bereut. Und dann wird es auch mal meistens ein bisschen lauter, bei dir überhaupt gar nicht. Und regulär frage ich danach, fühlst du dich jetzt besser? Und die Leute sagen dann immer, ja, schon. Du hast kürzlich so eine Situation gehabt. Okay. Fühlst du dich jetzt dann besser? Ich fühle mich neutral. Ja. Mal klar, tut's gut, mit dir darüber zu reden. Und das ist halt das Schöne, dass du wie in der gleichen Behörde halt arbeiten, weißt du? und es tut gut, dass du mir zuhörst und die Sache nicht auf dich projizierst. Wir müssen mal so ausdrücken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manche Leute sind dann immer so, wir hören kurz zu und dann geht's um, weißt du, wie ich das malen? Nicht wirklich. Wie sage ich das jetzt, ohne fies zu klingen? Oder jemanden? Sagen wir mal, es gab eine Zeit, wo man versucht hat, über Sachen zu reden, hat man kurz zugehört und dann ging es um die Person, der ihre Probleme hat. Und das eigentliche Problem, worüber gesprochen wurde, ist dann wieder komplett uninteressant halt gewesen. Also nicht so, man fühlt sich da nicht so aufgefahren. Kann man das so ausdrücken? Ist das bei mir jetzt besser? Absolute Gegenteil, also wirklich so. ich höre es halt zu und gehst halt drauf ein. Ich bin das nicht gewöhnt, dass man mir auch zuhört und mich nicht unterbricht. Außer Versehen nicht. Das machen wir beide ja sehr gerne. Deswegen bin ich eines der vielen Gründe, warum ich froh bin. ja, du weißt schon, du weißt schon, zu haben. Das verlobt du bist. Nee, bin ich. Nein, das ist, die Sache ist halt, ich würde dir gerne, ich wünschte, ich würde mehr wissen. Ich kann nur zuhören und dir gut zuwählen. Ich fühle mich ein bisschen, erzähle das viel zu wenig. Nein, das ist genau richtig. Du bist da. Und das sage ich nicht einfach so und das ist wirklich so. Du bist halt einfach da, gerade. So, ja. Ich meine, morgen sieht, oder übermorgen sieht die Welt vielleicht wieder anders aus oder sowas, aber Entscheidungen sind halt gefallen, mein Bahnz hat, im Auto hat gemeint, schick die SMS nicht raus, weil ich hatte da jemand gesagt, dass ich das Wort austreten werde und so, aber ich habe es halt direkt rausgeschickt. Die Entscheidung stand ja eh schon länger, aber auch um das weißt du ja. Nee, das hat das nicht mehr gesagt. Genau. Und das wäre ich natürlich, die eine halt auch mag. Es ist halt schon okay. Keine Ahnung. Bei der Tür, wenn sie sich schließt, öffnet sich vielleicht eine andere. Oder so ähnlich. Ja gut, ich hoffe, es ist nicht an der Tür, die dich noch mehr zerreißt. Ja, was soll es denn sein? Was hältst du denn davon, ein Hausmann zu werden? Nicht so viel. Nein, nein, ich weiß. Ich mag meinen Job, Ari. Ich weiß das doch. Manchmal gibt es halt so Momente, wo das, was ich tun will, ich halt nicht machen kann, weil es, ne, träg wäre. Ja, im Sinne, ich kann nicht irgendwelche Sachen entscheiden, wo ich halt Leute übergehe. Das möchte ich nicht. Das versuche ich eigentlich, so weit wie möglich zu vermeiden. Ich kann ja Schneeschipper werden hier. Du wärst der unglücklichste Schneeschipper, den es gibt. Ja, für Schnee war ich bestimmt, weil ich so nett bin. Nein, ich glaube, jeder Mensch, der vorbeikommen würde, würde mir der Schipper eine überkriegen. So unglücklich wärst du? Höchstwahrscheinlich. Aber die Sache ist halt, was halt die Konsequenz des Anfang nächsten Jahres ist definitiv, dass der Ton, zumindest von meiner Seite aus, halt strenger werden wird wieder. Noch strenger. Ich bin nicht so streng, wie ich eigentlich bin, aktuell. Nur geht's ja da nicht anders, anscheinend. Entweder bin ich streng oder ich krieg's ab. So. Oder zumindest werde ich eine Pranger aufstellen, was wie ich meine. Ich glaube tatsächlich, ich weiß, wie du das meinst. Hm. Wenn ich mal was über dich höre, dann sind es immer so Sachen wie Oh, ach ja, Kurayame. Oh, halt. Ja, doch. noch ein bisschen aufpassen. So. Und ich glaube, wenn du das im... Ach, das hört sich eigentlich... Eigentlich ist das blöd, das zu sagen. Dieses, ja, du solltest vielleicht doch nach außen hin ein bisschen strenger und vielleicht sogar kälter werden. Ich hab das Gefühl, dass wenn man da so ein bisschen weicher... Ich mein, ich kenn das. Ich bin so. Ich bin die weicheste Person, die es hier gibt in ganz Los Santos. Das wird so schnell ausgenutzt einfach. Aber da ist es auch doof, das zu sagen, weil, ähm, das macht einen so unmenschlich. Aber manchmal ist es halt, äh, anders möglich, ne? Du hast dich also jetzt verändert und warst früher noch strenger oder wie darf ich das verstehen? Und wird es jetzt wieder strenger werden? Die Sache ist, mir wird halt auch gesagt, dass ich halt in manchen Sachen halt lockerer geworden bin. Anscheinend. Ähm, kann gut möglich sein. Habe ich mir jetzt nie wirklich die Gedanken zugemacht. Nur, strenger bedeutet halt nicht, dass ich jetzt da die Leute anschnauze. Das ist sowieso nicht mein Ding. Nein, nein. Aber ich werde halt sehr penibel. Und das habe ich vorhin bei der Sarche-Prüfung ziemlich rausgezeigt in der zweiten Hälfte. Weil ich sehr penibel halt geworden bin. Anscheinend muss ich es ja sein. Weil sonst sind mit anderes da, dass so, machen würde. Der Unterschied zwischen Dingens und mir ist halt oder zwischen einigen und mir ist, die sagen, ich mache. Für mich ist es nicht so, das soll erst nächste Woche passieren. Aber ich möchte, dass es sofort passiert. Und ich muss da glaube, fünfmal darauf beharren, dass der HSU-Lead an Gauthier geht und der Biu-Lead an eine andere Person. damit es halt vorangeht. Und letzten Endes ist es dann so gewesen, dass ich wieder zum Commissioner laufen musste und dann hat er gesagt, Kommissioner, ich würde das gerne so und so jetzt machen, damit die Units mal auf Vordermann gebracht werden. Weil im Prinzip ist die ASU und der MPU gerade ein halbes Jahr brach. Gauthier hat dann gute Arbeit in der MPU gemacht. Er muss die MPU halt abgeben, weil er die ASU halt übernehmen sollte. Weil ich ihn da halt sehe in der Hinsicht. Für Gauthier ist es halt auch doof, weil er hat da die ganzen Ausbildungssachen hintergeschrieben und jetzt halt in der ASU halt auch die ganzen Ausbildungssachen. Aber wenn es halt durch ist, ist es halt durch, ne? Und Ähm Nur das sind halt immer so diese Dinge, die sich so hinterherrennen und Druck machen halt immer aufgeschoben wird. Halt ja beschissen. Gut, ich glaube, wir haben tatsächlich gerade eine Ähnlichkeit. Wie meinst du das? Also, wir haben viele Ähnlichkeiten, aber Ja, nicht so viele, glaube ich. Ich hasse es, wenn Sachen auch aufgeschoben werden. Ich muss das sofort erledigen. Ich hasse das so sehr. Ich kann die Nacht da nicht schlafen, wenn das nicht erledigt wird. Ja, das ist genau das. Genau das ist mein Gedanke. Das müsstest du ja bei uns beiden auch schon gemerkt haben, bei der anderen Sache. Ich glaube, heute Umzug. Ja, gut. Ein bisschen extremes Beispiel. Oh, du hast nicht damit gerechnet, dass wir zum Flughafen fahren und nicht da einen Transporter ausparken. Nein, das ging sehr schnell. Ich war mir sehr sicher. Ich hoffe, dass du weiterhin bleibst. Das bleibe ich auch weiterhin. Ich stehe mal auf. Okay. Ich kann nicht viel machen, aber zu hinkern. Das reicht schon vollkommen. Lust, ne? Hm. Ich bin grad wieder hell. Hatten wir schon länger nicht, ne? Nee. Bist du denn müde? Ich bin ein bisschen müde, aber ich sollte trotzdem was tun lassen. Und du? Ich bin nicht müde, in keinster Weise. Gut, dann rasen wir jetzt durch die Stadt und, ähm, wir werfen Leute über Schneebeln. Okay. Nee, warte mal. Ich glaube, das ist, äh, nicht gut. Mir ist da was zu hoch angekommen. Ja, das letzte Mal, als, äh, Schneebeln beworfen wurde, wurde, äh, hat jemand anderen, äh, eine Unverhältnismäßigkeit einer Waffe, äh, ja, nun. Wir sollten keine Schneebeln auf fremde Menschen, vor allem nicht auf Pity, da werfen. Ja, sollten wir nicht. Mhm. Ich bin froh, dich zu haben. Ich bin auch froh, dich zu haben. Und ich bin dir sehr dankbar. Warum? Weil ich dir das heute alles erzählen konnte und du hast mich nicht unterbrochen. Natürlich nicht. Du hast etwas sehr Wichtiges aus deinem Leben erzählt. Dann ist natürlich klar, dass ich dir zuhöre und dich nicht unterbreche. Wen muss ich eigentlich brutal ermorden? Wer, wer ist das? Du willst mir irgendeinen Namen nicht nennen. Du meintest irgendeinen Chief. Ist egal. Weißt du, der Unterschied ist, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen ausgekotzt habe, mache ich es nicht zu meiner Hauptaufgabe, andere Abteilungen und irgendwelche Leute schlecht zu reden. Du bist tatsächlich ein bisschen zu lieb für die Insel. Du weißt schon, mit wem du gerade redest, oder? Ich meine, dich, so wie ich dich kenne. Ich kenne dich die anderen hin. Du meinst den Ari Iosuke. Den Ari Iosuke? Den eigentlichen Iosuke? den die meisten nicht kennenlernen werden. Ich zeige dir jetzt mein Zeit, komm mit. Oh ja. Ich wechsle jetzt das Thema, damit du mit einem Lächeln ins Bett gehst. Ich schaue dich an und hab ein Lächeln. Ja, ein bisschen erleichterter ins Bett. Okay, das macht gar keinen Sinn mit dem Tag. Ist egal. Herr Kurayame, ich werde Ihnen jetzt eine Liste vorlesen, nochmal mit Namen. Moment. Ja. Ich weiß nicht, wie Evan geschrieben wird. Evan hat während der Fahrt gesprochen, dass sie die Kleidung noch von jemandem haben, wo was übrig geblieben ist, namens Mager. Nee. Maria Victoria Mendes. Ich kriege gerade wirklich einen Koller hier. Glaubst du nicht, dass da jetzt was doch passiert ist, oder? Maria Victoria ja Brana Mendes. Jetzt sagt er mir, ich soll ins Bett gehen. Moment. Ich habe ihm geschrieben, gehen Sie doch ins Bett. auf einer Herstelte hier. Nee. Ich habe geweint im UpToDate, weil ich mir Sachen mitgenommen habe. Ich hasse mich so. Schön mit dem Schrank übrigens, aber ist nicht gut gerade. Das hat mich davon abgehalten, mehr zu kaufen. Wie gesagt, du kennst das, das hat sie relativ oft getragen. Ich habe sie nur einen ganz schwarz geholt für den Winter. Moment. Zuerst einmal, Herr Kurayama. Zieh es sich mal diese Jacke hier rein. Ähm, Moment. Ja. Sieht sehr hot an dir aus. Sieht. Ich kenne mich in dieser Jacke vor und in diesem Ort verdürftend. Gut, ich schlafe heute schon mal in der Jacke. Das ist schon mal gut. Nein, tust du nicht. Ich werde mich einmal kurz entblößen. Okay. So. Also, das bleibt für den Winter. Ich weiß gar nicht, warum der es überhaupt anguckt muss, ich kann es ehrlich sagen, aber ich genieße jede Sekunde davon. Ähm, ist tatsächlich einfach mit diese Sekunde. Ich glaube, wir haben da ein ähnliches Hobby nebenbei. Was denn für eins? Was meinst du? Ähm, was so Klamotten angeht, anziehen und so. Naja, egal. Ähm, ich stehe manchmal ein bisschen umdrühen. Warte, mache ich es auch, denn eine Sache fehlt noch, aber ich glaube, die ist etwas zu gewagt. Ich bin früher so rumgelaufen und ich weiß nicht, ob ich das noch machen würde. Damit nämlich. Okay. Das Kleid steht dir sehr gut. Es hat ein Winterkleid, ne? Ich möchte einfach trotzdem mein Kleid tragen, auch wenn es Winter ist. Sieht sehr, sehr hübsch an dir aus. Danke. Und ich mag es. Und es passt zu dir. Das ist perfekt. Dann freue ich mich. Dann muss ich oben. Stell dir mal vor, du würdest... Du, es geht richtig um. Kurz, danke schön. Ja, ich drehe mich um. Du weißt, dass da ein Spiegel ist, ne? Guck aus dem Fenster. Dankeschön. Dankeschön, dass du so anständig bist und aus dem Fenster guckst, obwohl wir verlobt sind. Das ist fantastisch. So. Okay. Jetzt bin ich fertig. Da wird bestimmt deine... Wie nennt sich der Baskenmütze? Gut passend in irgendeiner Farbe. Oh, ja. Nee, was... Du wolltest gerade was fragen. Manchmal stehe ich. Ja? Äh. Weiß ich gar nicht. Mir ist noch eingefallen, dass ich noch ein, äh... Weißt du, ich habe manchmal Tagebuch geschrieben. Hm. Zwei Stück. Ich sollte da wirklich mal wieder weitermachen. Du hattest da irgendwas mit gemeinsamen Hobbys. War das? Genau, du hast gesagt, wir haben gemeinsame Hobbys und manchmal ist es so. Es ist immer ein bisschen komisch, wenn wir jetzt zusammenwohnen, aber manchmal stehe ich einfach auf. Dann... Oh, strecke ich mich ein bisschen. Und dann denke ich so, ach ja, ich, ähm... es wird bestimmt ein anstrengender Tag morgen und dann, äh, probiere ich Outfits an. Und, ähm, dann entscheide ich mich, was ich am nächsten Tag anziehe. Und das war ich... Ich würde ja niemals so etwas tun. Nie, niemals. Gut, also... Also, falls du mal aufstehst, falls du mal aufstehst und ich stehe hier am Schrank, ja, ist es ein bisschen... Scheiße. Dann mache ich... Oh, ich bin blind und sehe gar nichts. Und, äh... Es ist ja ganz schön peinlich, wie ich verstehe. Diese hübsche Frau da drüben. Oh. Also, ich mache das tatsächlich auch öfter. Einmal so ganz früh morgens. Das ist ja erschreckend. Ist das so? Ach, du passt so wunderbar zu mir. Oh, passt viel besser zu mir. Ne, das... Joski, das macht gar keinen Sinn und ich hole jetzt noch was zu trinken. Möchtest du auch was? Ich möchte hinterherlaufen. Ich laufe hinterher, aber ich renne. Dann renne ich dir hinterher. Denkt er, da ist noch ein Schädchen Mochis, dann... Hör auf, ich sehe... Ich sehe tatsächlich schon... Ja, ich sehe schon aus wie so ein Mochi. Also, wenn ich jetzt in meinem Bauch... Dann siehst du nicht aus. Was? Nein. Bissen sie schon. Nein. Nein. Du bist perfekt so, wie du bist. Hm. Biss. Stimmt, Glüh... Ach, nee, Glühpfunsch ist ohne Alkohol. Warte mal. Glühpfunsch ist ohne Alkohol, ja. Ist... Hattest du auch ein... Ähm, warte mal. Hm? Warte, du bist ja... Die Fü... Habt ihr sowas in einen Spinden gelegt? Wir haben das bei uns in Lames an Spinden gelegt, ja. Achso, aber nicht in Wipidi dann? Nee, nee. Wenn da keine japanischen Schriftzeichen drauf waren, dann nicht. Nee, ich kann dir zeigen, was bei uns... Warte, ich hab da auch einen Zettel drin gehabt, nämlich... Und den Glühpfunsch. Ja, Koskela wird das wahrscheinlich bei euch gewesen sein. Ich hatte mich schon gewundert, wo die zweite Glühpfunschflasche herkommt. Ja, deswegen bin ich gerade auch ein bisschen mehr regiert. Aber tatsächlich dachte ich, die zweite hätte ich geholt und vergessen. Nein. Habe ich wieder selber gegaslighted? Warte, ich hab... Was bedeutet das Wort eigentlich nochmal? Äh... Warte, ich hab... Gaslighted. Gaslighted. Kennst du das, ne? Nein. Lau, du hast es mir schon mal erklärt, aber irgendwie ist mir das ein Fall. Ja, ich kann dir gleich ein Beispiel... Äh... Hier, siehst du den Zettel? Hm. Oh, nice. Die Tür klingelt. Soll ich mal aufmachen? Ja, mach mal auf. Was ist denn jetzt? Oh Gott. Was ist denn jetzt? Herr Weiß, es ist... Es ist kalt, meine Füße. Warum... Warum... Da machen sie die Tür auf. Wir kommen rein noch auf den Trink. Ole, ich würde gerne noch was trinken. Und Kaffee vielleicht. Ist das so? Ist das so. Ja. Was machen sie denn? Warum haben sie eine Pistole tätowiert? Sie ekligen Perversen? Herr Weiß. Ja. Ähm... Hä? Warum steht sie in Schlafanzug hier oben ohne im Winter? Ja, weil hier jemand geschält hat, muss man gucken, wer vor der Tür steht. Die Kamera ist kaputt. Ja, okay. Ich klingel nie wieder. Ich klingel nie wieder. Ja. Entschuldigung. Ich glaube, wenn wir rausgehen, werden wir getasert. Lass mal gucken. Ne, das finde ich gut. Ja. Wer wird jetzt gleich nochmal klingeln? Bestimmt wird der nochmal klingeln. Ja, der hat jetzt kein Pullover in der Nähe. Außerdem hat der das schon mal gesehen. Ich musste mich mal auf Etage 5 ausziehen. Also wirklich. Was? Warum? Weil weiß weiß war. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Weißt du, hier oben ist noch Platz, hm? Ich weiß. Wir müssen immer noch... Haben wir einen Termin, ne? Nein! Was denn? Oh, verdammt. Haben wir den verpasst? Ne, Maeve hat doch gesagt, sie ist bis vor Weihnachten noch da. Hättest du denn Freitag noch Lust, da mal vorbeizugehen? Ja, irgendwie lässt sich das alles freitags noch einrichten. Ne, nur wenn du die Zeit dafür hast. Wenn nicht, machen wir das Level zurück. Das geht schon. Ich muss dann nur... Okay, hör zu. Ich werde dir jetzt eine Liste vor diesen Annahmen, okay? Ja, im Moment. Ja. Bist du Freitag noch da? So, ich schreib eben mal kurz, dass ich das nicht vergesse. So. Ja. Wenn da irgendjemand dabei ist jetzt, wo du sagst, der ist doof, und den möchte ich gerade nicht in meiner Nähe haben, sehr persönlich, dann machst du eh. Okay? Mhm. Okay. Okay. Herr Barnes. Ach so. Okay. Ach so. Okay, dann regle ich es dir immer vor. Herr Barnes. Herr Foley. Herr Finch. Plus eins Frau Purcell. Frau Carter. Also Ray Carter. Herr Miller. Herr Kowalski. Ähm. Ein Name, den ich überspringe, von dem ich denke, ist okay. Äh. Gabriel Trimley. Alter Mann Trimley. Ja, das steht genau so hier drin. Äh. Herr Payne. Gautier. Thilo. Elena. Max. Barbara. Und Lia. Alles okay. Wer ist denn die Person, die du nicht erwähnst? Das ist die Person, die ähm, die hab ich jetzt sehr flüchtig kennengelernt. Die hab ich vorher noch nie gesehen. Emilia Carter. Ach so. Das ist so okay. Gut. Ja. Wofür ist das? Und Herr Davis? Davis ist so okay. Davis hatte ich zusammen eine Führerscheinprüfung tatsächlich. Oh, ist das so? Ja. Also Keith Davis meinst du, ne? Genau, genau. Ja. Der ist okay. Okay. Ja. Und dann noch einige Namen. Was ist jetzt erstmal so egal? Welche Namen sind das? Äh, das sind, ähm, Kaya, Freundin und, äh, Ululululu. Wer? Lulu. Ach, Lulu. Ach, Luca. Ulululu. Was hast du grad Ululululu gesagt? Ich will nicht, dass du auf irgendwelche offensichtlichen Ideen kommst. Ähm. Oh mein Gott. Die Frau, die hat dich noch gar nicht kennengelernt und weiß nicht, dass wir verlobt sind, ne? Lulu? Ja, Lulu. Ja, Lulu. Weil die ist nie erreichbar. Ja. Ja. Okay. Ähm. So. Ähm. Lieblingsessen, das ich, ich hab nur bis jetzt den Truthahn mit dir zusammen gemacht und den Nachs. Mochtest du den Nachs? Ja. Ja, der war lecker. Okay. Was, äh, trinkst du denn gerne so? Außer den Tee, den wir immer holen? Alkoholisch oder nicht alkoholisch? Nicht alkoholisch. Marte. Hey, der ist dann für die Raid. Marte. Mhm. Und... Ach. Wie heißt denn was? Berry? Touch? Touchberry? Berry? Irgendwas mit Berry. Aber nicht, war ich drauf. Das ist so ein Smoothie. Ach so. Ja. Ja. Walis Brause, wenn du danach gehst, ist es, äh, wenn Wassermelone. Ne, ich mag irgendwie die am meisten. Boah, saulecker. Okay. Ja, Melone ist das Beste. Mhm. Ähm, dann, äh, Kaya hat massive Geldprobleme. Sie hat eine Freundin und, äh, der geht es nicht gut und es kommt wohl in Schüben. Deswegen ist sie ab und zu nochmal, äh, bei ihr oder hilft ihr. Ähm, und, äh, ich hab ihr gesagt, sie soll ein Sparkonto einrichten. Äh, was? Ich hab sie überredet. Und zwar wirklich mit voller Körperkraft am Telefon. Ähm, es ist jetzt so, dass sie eine Kontonummer hat. Und, äh, Herr Miller, Ray und ich, wir haben jeweils 500 Dollar überwiesen. Falls du die Nummer auch haben möchtest, ähm, sag halt Bescheid. Ja, schick's einmal per SMS. Okay, weil sie hat Probleme, grad die, ähm, Miete zu zahlen. Alles gut. Wenn Kaya die verbraucht, dann unterstützt man Kaya halt logischerweise. Wusste, dass du das sagst. Ja, ich hoffe, du hast den Blutvertrag fertig gemacht, den sie unterschreiben muss, dass sie in ewiger Knechtschaft bei uns ist dann. Das mach ich noch. Perfekt, weil die Rolle des Kaya-Bombs muss ja auch noch erfüllt werden hier, ne? Ja, das sowieso. Sie soll sich auf jeden Fall eine Stunde davor stellen. Ja, definitiv. So, ich schick dir trotzdem schon mal die Nummer. Mhm. Ähm, ich habe meinen Wagen bei Delis gesehen und ich habe bereits, äh, das Geld bekommen und habe ein Sparkonto jetzt eingerichtet. Ne, ich hatte ein Sparkonto, lag seit, äh, fast, fast drei Jahren vier Dollar drauf. Wirklich nur vier Dollar. Und dann sind es 16.000 vier Dollar. Und, äh, das ist dann jetzt für, falls wir das hier kaufen können irgendwann. Und dann würde ich immer jeden Monat ein bisschen, es ist nur kläckerweise und es ist nicht so viel, wie du sicherlich zahlen würdest. Aber, 16.000 haben wir schon mal. Okay, also für die Wohnung. Da ist nur noch so ein anderes Event, was da so ansteht. Keine Sorge, alles bedacht. Aber das ist definitiv für die Wohnung. Okay. Wenn wir jemals dieses Angebot bekommen, diese Wohnung zu kaufen und das nur ansatzweise in dem Preissegment ist, was ich mir vorstelle, wie es sein sollte. Werde ich nicht ins Unicorn gehen und dort arbeiten, das habe ich versprochen. Werde ich auch, das werde ich gar nicht zulassen, wenn ich dich hier irgendwo festkette. Also, ne. Aber wenn, was machen wir dann? Ähm, dann, wenn das mit einem Kredit nicht klappt, wird der Jugular dran glauben. Ne. Doch. Ne. Doch. Ne, dann kann ich Luigi nicht verfassen. Nein, aber nein. Doch, dann kannst du Luigi weiterfahren. Da fahr ich mit dem Motorrad. Nein, wir kriegen das irgendwie so auch hin. Ariane. Lass mir was einfacher. Ich kann wieder Grafiken machen, weil ich hab grad keinen Zweitjob. Ariane. Wenn das... Also, klar. Aber Ariane. Hm. Es ist dann unsere gemeinsame Wohnung. Wir müssen keine Miete mehr bezahlen. Und dieser Stress ist weg. Und dann kann ich immer noch auf einen Jugular wieder sparen und mir einen neuen kaufen. Auch wenn ich mit denen schon Erinnerungen habe. Hm. Oh. Oh. Unsere gemeinsame Fahrt da drin. Unsere erste... Hm? Ja. Unsere erste was? Oh, hab ich da... Unsere erste gemeinsame Fahrt. Das Motorrad kann ich auch nicht verkaufen. Das ist ja das, womit du geflüchtet bist. Oh, stimmt. Hm. Hm. Verdammt, ich durfte dein Motorrad fahren. Hm. Da steht auch noch ein Fahrt raus. Weil da warst du schon unsterblich in mich verliebt, Luske. Genau so war es doch. Seit der Detective 2. Genau, seit... Was lachst du? Ich weiß nicht. Meine Güte. Du musstest halt in eine andere Beziehung eingehen, weil ich in einer Beziehung war. Wir waren beide so unglücklich. Okay, warte mal. Auf mich trifft das zu. Auf mich trifft das ja zu. Ach. Aber das kriegen wir hin. Ja. Okay. Ach so, apropos Hochzeit. Ja. Also, als ob der Mann das riechen würde. Oh nein. Daniel Hitz sagte zu mir, sollte es irgendwann mal ernst bei uns beiden werden. Also er weiß nicht, dass wir verlobt sind. Aber irgendwie riecht er den Braten, hab ich das Gefühl. Würden wir für die Hochzeit, wenn er sie, also mit ihr dann, also mit uns dann hier irgendwie planen kann. Würden wir auf jeden Fall auch einen ziemlichen Rabatt bekommen. Weil ich, äh, bei ihm einen ziemlich großen Schneingrug hab. Also großen Gefallen offen hab. So heißt das. Weil ich damals... Das ist interessant. Hm. Das ist damals, weil ich im Alamonia mich so gut um alles gekümmert hab als Officer. Hm. Hm. Aber ich mach ja keinen guten Job. Weiß doch. Ne, egal. Sorry. Hm. Okay. Nein. Dann frag ich doch mal bei Alice Nomans... Ne, ich hab keinen Gefallen. Entschuldigung. Ich bin irgendwie, hab das so drin, dass man dann ein Gegenangebot einholt. Äh, einholt. Ich weiß gar nicht, woher ich das sag. Ist halt die Frage, was, ähm, das Gegenangebot sein soll. Ich weiß ja nicht, äh, was wir bezahlen müssten. Ich weiß auf jeden Fall, dass auf der Hochzeit ein Feuerwerk stattfinden muss. Weil ich weiß, ein Feuerwerk ist bei dir etwas sehr Wichtiges. Ja, die bunten Nächte. Ja, ich werde auf ein... Das Riesenrad, ähm, werde ich versetzen lassen. Das hatte ich damals, als wir kurz zuvor waren. Aber wir waren frisch zusammen, hab ich Max gefragt, was dir wichtig wäre bei einem Heiratsantrag. Oh. Ups. Machst du das? Ja, hab ich. Da ging's um diese Tarot-Karten-Thematik. Wie? Ja, da hab ich ihn das damals gefragt. Wie, warte mal, wann war... Das war doch... Das war... Hm, ganz, ganz, äh... Am Anfang. Und er meinte zu mir, lass mich mal nachschauen. Ähm, Feuerwerk wär dir schon richtig wichtig. Also, Feuerwerk findest du cool. Du magst es wohl, irgendwo hinzufliegen, mit einem Helikopter oder sowas, zum Beispiel über die Insel. Und als Ziel Mount Chiliad. Also, Mount Chiliad ist irgendwie auch irgendwas. Hab ich kurz überlegt, mit dir auf Mount Chiliad zu wandern und dort oben mit einem Feuerwerk dann den Antrag zu machen. Oh mein Gott, wirklich? Ja. Altertiv wär's gewesen in den romantischen Restaurants am Mirror Park, wo dann, hättest du ja gesagt, im Hintergrund Feuerwerk hochgegangen wäre. Richtig kitschig. Ich fand's so perfekt, wie es war. Ich... ...fand's auch so perfekt, wie es war. Das hat sehr gut gepasst. Mhm. Deswegen musst du das Feuerwerk auf der Hochzeit anziehen. Ja, aber eine Sache muss ich dir... Ich muss dich ein bisschen vorwarten. Wenn ich... Warum nimmst du so Abstand? Ja, weil vielleicht explodierst du gleich. Wenn ich unsere Hochzeit plane, Joske. Ja. Mit allen Drum und Dran. Ja. Natürlich auch mit meinem Kleid. Mhm. Mhm. Jedes Detail. Ja. Und nicht zu viele... Nicht zu viele Leute. Dann wird das die krasseste Hochzeit, die Los Santos dennoch je gesehen hat. Ich hoffe, du bist dem Knarren, weil ich werd nicht zu halten sein. Nach drei Jahren werd ich nicht zu halten sein. Ich habe sehr viele Ideen und ich werde sie umsetzen. Ariana. Joske. Ich freu mich drauf. Gut. Wenn das dein Traum ist, wird dieser Traum auch erfüllt. Okay. Als ob du mit was anderem gerechnet hast. Hm. Ja, ich habe sehr viele Ideen. Ich habe irgendwie gerade... Bring mir schon wieder tausend Sachen in den Kopf. Ich erinnere mich an einer Frau, die meinte, wir fangen doch nicht an zu planen. Wahrscheinlich schon so... Ja, aber... Du hast bestimmt irgendwo in deinem Schrank ein riesiges Buch schon. Gucken wir doch mal nach. Ja, aber... Stimmt so ein Planungsbuch oder so, ne? Wie ich am liebsten jetzt wirklich viele Sachen sagen würde. Aber ich mache das. Ich mache das. Halt mich. Du kannst ruhig erzählen. Ich gucke erst mal hier, ob hier irgendwo ein Buch liegt. Nein, ich mache... Nein, da liegt kein Buch. Gucken wir mal. Ja. Alles okay? Ja. Ja. Okay, ich bin jetzt... Ich habe nichts. Oh mein Gott, kannst du... Ah, warte, 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 warte. Steh auf. Ja. Ich stehe auf. Ja. Deine Schublade solltest du nicht haben. Okay. Sind noch Sachen, die ich loswerden muss? Ich habe nicht die Schublade reingeschaut. Oh, gut. Okay. Okay. Ist nichts Schlimmes? Keine Sorge. Ist nichts Lamos? Ich habe nichts gesagt. Ich glaube, das sehen wir, dass du bist. Wir denken, ich habe eine Spielzeugsammlung für Kinder. Hm. Ich habe Fragen. Na gut, du kannst sie mich fragen, aber ich beantworte sie dir nicht. Deswegen spielst du etwa um? Ich habe am besten genannt. Ist das so? Von wem denn? Von Herr Josuke Kurayame, den wirklich alle Kuriyame nennen. Selbst heute mal im Rutgol. Hat er? Ja. Die Sache ist die, wenn ich deinen Nachnamen dann irgendwann trage, ich werde die Leute korrigieren. Und dann müssen sie es gezogenermaßen lernen. Ich... Ach, du bist... Du bist einfach perfekt. Nein, ich bin frech. Ja, deswegen bist du perfekt. Gucken wir noch was im Fernsehen? Gucken wir noch was am Fern... Gucken wir... Am... Im... Wir können gerne noch Fernsehen gucken, ja. Hä? Ich habe gerade vergessen, wie man das sagt. Gucken wir doch noch... Gucken wir doch noch Fernsehen. TV. Oder wie man so da... Ja, irgendwie glaube ich... Gucken wir was am... Im... Achso, oh. Ja, ich verstehe. Gucken wir noch was im Fernsehen? Ja, im Fernsehen hast du das doch, oder? Ich glaube nicht, aber ich habe Quatsch geredet. Kennst du das, wenn der Körper wach ist, aber der Kopf gehört nicht? Ähm... Ich bin einfach alles auf Karte. Eigentlich natürlich gar nicht. Ja. Nun. Ach, jetzt muss ich immer noch einmal raten. Du kannst ja schon mal schauen, was wir... Was wir gucken. Aber da ist so eine... Ich habe gesehen auf... Da ist so eine... Auf so einem Video, die ist so eine Serie. Die nennt sich... Wie hieß die denn nochmal? Da wollte ich mit ihr unbedingt schauen. Twilight? Was? Was ist das denn? Ne. Die heißt irgendwie völlig zerstört. Was? Die soll ja wohl irgendwie ein bisschen witzig sein. Irgendwas mit Vegas und keine Ahnung. Ist nicht zerstört. Was denn? Nein, ist gut. Du regierst gerade so komisch. Nein, nein. Ich habe nicht komisch reagiert. Okay. Aber du hast schon bei Münzen ausgesucht, was wir gucken. Dann suchst du das aus. Okay. Halt zu. Ich suche es jetzt aus, ja? Ja. Ja. Und ich gucke jetzt. Und ich gucke jetzt bei so... Asiatischen Sachen. Ja. Weil damit nicht so viel Japanisches. koreanisch. Koreanisch. Okay? Ja. So. Also. Ja. Guck mal, das sieht doch ziemlich witzig aus. The Sound of Your Heart. Warte, da muss ich aber nochmal gucken. Original oder Remake, das gefühlt ein Jahr später kam und schlecht ist. Original. Original. So. Mit den riesengroßen Schauspielern. Das gucken wir jetzt. The Sound of Your Heart. Okay? The Sound of Your Heart, ja. The Sound of Your Heart. Genau. Das sieht, das ist bestimmt genau mein Humor. Da habe ich richtig Bock, das jetzt. Das sieht ja... Ja. Gucken. Das Original, da gucken wir natürlich. Da guckt genau hin, Josuke. Das ist ganz wichtig. Das Original und nicht... Original. Nicht Reboot. Nein, nicht Reboot. Nicht mit den schönen Model-Schauspielern da, sondern mit dem Coolen da. Da. Ja, da. Okay. Mit den Großen. Mit den ganz, ganz Großen da. Okay. So. Dann machen wir das. So. Und dann machen wir das. Oh, was ist das denn? Home Sweet Home. Oh, das hatte ich sogar mal angefangen. Ich wusste gar nicht, dass es koreanisch ist, weil jetzt sollte ich das mal weitergucken. Da steht Staffel 2. Nein. Ne, solltest du. Aber ich habe gehört, die zweite Staffel ist interessant. Habe ich in meinem Magazin gelesen. Echt? Ich habe gehört, das soll noch so, nach so einem, nach so einem Tun sein. So ein, so ein Internet-Comic. Okay. Den ich natürlich absolut überhaupt gar nicht damals gelesen habe. Meinst du damit ein Comic oder das, was aus meinem Land kommt? Ein Web-Comic. Ah. Okay. Mit dem Tun. Komm zu mir. Ich bin da, Just. Ja. Eichtere. Eichtere. Ach so, bist du morgen und dann, also, bist du, gehst du morgen arbeiten? Weiß ich noch nicht. Ich hatte morgen vor Abends irgendwie so einen Horrorfilm zu gucken. Ah. Ich werde morgen schön hier bleiben und richtig faul sein. Können wir ja The Sound of Your Heart weiter schauen. Ja, machen wir das. Das Original Sound of Your Heart gucken. Und dann schleiche ich mich irgendwann runter, wenn du eingeschlafen bist und gucke kurz diesen Horrorfilm. Okay, machen wir das. Ja. Ja. Ohasuminasai. 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 Danke für heute. Arigato. Auch? Das ist mir zugehört, was. Immer wieder. Ich glaube ich gucke gleich Sound of Your Heart. Ihr kennt jede Folge auswendig, ne?